Sieben Disziplinen, die alle abfacken wird. Viel, viel schwerer als ein Sechskampf. Durch einfaches Googlen kann man das rausfinden. Aber deutlich leichter als ein Achtkampf. Die zweite Option ist, dass es sowas ist wie Zehnkampf minus drei. Ob man dann pro Disziplin einen auswählen kann oder ob müssen alle... Ich verbinde auf grandiose Art und Weise sowohl Stärken als auch Schwächen so, dass man gar nicht mehr genau weiß, sind die Stärken jetzt Schwächen oder die Schwächen Stärken. Ist ja ganz klar, ich bin die große Stärke unseres Teams. Ja, okay, vielleicht habt ihr doch eine Chance. Wenn wir verlieren, dann nur wegen uns selbst. Man tritt ja nicht auf Leute, die schon am Boden liegen. Insofern... Ein netter, gemütlicher Abend. Wollt ihr das? Wollt ihr ein schlechtes Gewissen haben, dass ihr Eddie, Budi, Simon und mir... Wir werden viel Spaß haben. Wir haben euch eingestellt. Wir können euch auch wieder abstellen. Also da machen wir uns überhaupt keinen Kopf. Ich kann euch ganz genau sagen, was der Siebenkampf ist. Ich bin da natürlich sofort im Artikel Griechenland. 100 Meter Hürden, Hochsprung. Und ich bin dann der achte Teilnehmer. Darf einer nicht mitmachen? 200 Meter Lauf, Weitsprung. Also entweder heißt es, dass sieben Personen bei einer Schlägerei mitmachen. Sperrwurf, 800 Meter Lauf. Oder du musst sieben Dinge mitbringen für eine Prügelei. Andreas ist ja auch ein griechischer Name. Heißt frei übersetzt, der die Bohnen ärgernd ist. Und am Ende wird einer weinen. Wir können uns bewegen, wir können kämpfen und wir haben noch Power. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir teilen alles miteinander. Wir sind Best Friends. Wir haben das beste eingespielte Team mit... Wie heißen die nochmal? Mit wem bin ich? Ich werde bei so Spielen wie Tauziehen ganz vorne mit dabei sein. Wir haben das Gefühl und die Empathie. Wir gewinnen. Shit, war das ein Gag. Also wir simulern uns wirklich. Weil ich hab schon Urlaub gebucht für 2022. Breas, Johanna, Krogi und ich werden mich fertig machen. Also ich glaube, dass er da gar nicht die Befugnisse hat. Easy. Und ich kann nicht noch ins andere Team wahrscheinlich. Alles Gute zum Geburtstag! Rocket Beans TV! V7 Jahre RBTV! Das muss gefeiert werden. Und am Ende dieses Abends muss vielleicht auch jemand gefeiert werden. Denn die frechen Flitzpiepen aus der Redaktion wagen es tatsächlich, die mies gelaunten Gründungsbohnen herauszufordern in einem packenden Siebenkampf. Siebenkampf heißt das deshalb, weil wir sieben Disziplinen vorbereitet haben. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns gleich natürlich nochmal genauer an. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wer sind die Leute, die gegeneinander antreten. Wir haben sie gerade natürlich schon in diesem kleinen Cold Open gesehen. Und jetzt haben wir sie live hier im Studio. Vielleicht an dieser Stelle, bevor wir anfangen, herzlichen Dank an euch da draußen für mindestens sieben Jahre Treue. Dafür schon mal ein Prost aus dem Pub hier in der Heinrichstraße. Prost! Tschüss! Tschüss! Danke! Erdi, Prost! Prost! Prost an euch alle! Prost, 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 Prost! Erdi, willst du vielleicht mal sagen, wie heiß du heute bist? Ich meine, es ist schon das siebte, ja, wahrscheinlich auch schon der siebte Geburtstag mit irgendeiner Form von Challenge. Bist du überhaupt noch heiß bei sowas? Absolut. Ich bin heute Morgen aufgestanden, schweißgebadet, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr, sehr aufregend. Und man weiß ja nichts, das ist ja ein komplett, also man weiß überhaupt nicht, was einen erwartet. Das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen. Ähm, ja, ich kann, ehrlich gesagt, ich bin richtig aufgeregt. Ihr kennt ja tatsächlich kein einziges der Spiele von heute. Was glaubst du, was sind denn so die Stärken von deinem Team? Ich meine, wir kennen die Jungs natürlich schon da draußen, die Leute kennen euch auch. Aber nach sieben Jahren hat man vielleicht sich auch ein bisschen entwickelt und kennt die Leute sogar noch besser, was Challenges angeht. Wer ist wo besonders stark? Gut, dann fangen wir mal außen an. Also, Budi ist natürlich, wir kennen ihn als Erfinder des Competition Clubs, des Super Competition Clubs, also natürlich schon so diese filigranen kleinen Geschicklichkeitssachen, sehr ehrgeizig, was sowas angeht, auch sehr kreativ in diesen kleinen Geschichten, so wenn es um, ja, was werfen, fangen und solche Sachen, alles, was mit Geschicklichkeit zu tun geht. Das exakte Gegenteil ist Simon. Ja. Ja. Alles, was mit Filigramm zu tun hat, ist nicht so seins, aber er kommt über die Power, er kommt natürlich über den Einsatz, man sieht es hier direkt, er kann jonglieren, er kann Einrad fahren. Ja, und er tut anderen weh. Er kann, glaube ich, auch sogar Französisch-Vokabeln diverse, also das ist auf jeden Fall ein vielseitig Simon, vielseitig talentierter Mann. Dann haben wir natürlich Nils, der kommt über den messerscharfen Verstand, über die Analyse, einen Taktiker, einer, der den Gegner auch versucht zu analysieren und natürlich auch dann psychisch, psychologisch fertig zu machen. Hey Krogi, weißt du, was Valentin von über dich gesagt hat? Siehst du? Sag's ihm lieber nicht, das könnte Ärger geben. Du hast recht, ich sag's besser nicht. Naja. Und dann zu guter Letzt natürlich ich, der, ich würde mal sagen, einfach durch Motivation überzeugt. Du kannst ganz gut FIFA spielen auch. Muss man an der Stelle sagen. So, ich würde sagen, das war schon fast die erste Disziplin, wer kann sein Team besser vorstellen? Also jetzt muss hier gekontert werden, ich würde mal sagen, von Barbesitzer zum Kneipenbesitzer. Andreas, du führst ja diese andere schäbige Kneipe da um die Ecke, ne? Bestimmt. Wie motiviert bist du denn heute und was glaubst du, kann dein Team heute reißen? Ja, da meine Bar nicht so gut läuft, muss das heute im Siebenkampf sein. Und ich würde sagen, alles, was wir im Team der Bohnen sehen, kontern wir einfach geschickt. Wir haben die gute Laune von Eddie, die konter ich einfach mit Krogi. Wir haben das zerstreute Genius in Simon, das konter ich einfach mit Valentin. Wir haben unnötige Wortspiele, die konter ich selbst auf Seiten von Nils. Und wir haben Johanna, die wird sich um Budi kümmern. Und das ist im Wesentlichen das, was ich heute aufstellen muss. Wir gehen schön Kaffee trinken. Ja, ich glaube, wir spielen auf Zeit. Je länger die Jungs zusammenspielen, desto eher wird es da irgendwie Spannung inzwischen den Jungs geben. Und dann müssen wir halt zuschlagen. Die können wir aber auch ein bisschen sehen, natürlich. Können wir sehen. Ja, das stimmt. Bin ich für. Johanna, du bist wahrscheinlich mit Valentin ja erst seit, oder wie lange bist du schon da bei Rocket Beans TV? Fast zwei Jahre. Seit zwei Jahren und Valentin ist schon ein bisschen länger da, ne? Fast drei jetzt. Seit drei Jahren, aber ihr seid so ein bisschen die Rookies hier. Seid ihr noch besonders motiviert? Seid ihr sozusagen, alle anderen sind Bayern München und ihr seid eine Mannschaft, die da in diesem Vergleich gut passen würde. Wie siehst du das? Ich kann jetzt nicht mit einem Fußballzitat irgendwas kontern, da wäre ich an der Stelle raus. Aber wir sind noch nicht so verbraucht. Also wir haben noch alles im positiven Sinne, im positiven Sinne, wir haben uns noch nicht sehr viel... Sieh mal lieber einen Hut auf. Wie ziehst du keinen Hut auf? Du hast zwei Hüte auf, das ist okay. Also wir haben noch ganz viel Wut und ganz viel Power. Aber keinen Hut. Keinen Hut, aber viel Wut und deswegen können wir damit überzeugen. Ja, aber von der Nichtverbrauchtheit, da distanzier ich mich. Also das bin ich schon ein bisschen. Aber ich bin zum Beispiel noch einer, ich bin ab und zu im Twitch-Chat von Rocket Beans. Da seid ihr alle nie. Das heißt, ich bin noch so motiviert, dass ich sogar meine Freizeit dafür nutze, mit den netten Leuten da draußen zu reden. Geht's eigentlich auch darum, dass die Zuschauer auf meiner Seite sind? Null. Twitch-Chat represents. Also, es geht auf jeden Fall hier schon heiß her, wir haben das gesehen, aber lasst uns gerne in diesen Abend starten, denn wir haben ja einiges vor, insgesamt sieben Disziplinen, ihr habt's gehört. Ich erklär euch nochmal ganz kurz, beziehungsweise zum allerersten Mal, was hier abgeht. Wir haben sieben Disziplinen. In jeder Disziplin, zumindest in den ersten sechs, kann jeweils ein Punkt geholt werden. Also, merkt euch das schon mal, ein Punkt pro Spiel. Das letzte Spiel, die siebte Disziplin, ist das Finale. Das heißt, Eddie, wie viele Punkte können bis zum Finale? Es ist so gemein, dass du diese Frage jetzt schon stellst, ganz ehrlich. Ich hab gesehen, dass er schon den Rechenschiefer rausgeholt hat, ganz genau. Die sechs Punkte sind zu verteilen. Der Gewinner oder das Gewinnerteam aus diesen ersten sechs Runden hat einen entscheidenden Vorteil im Finale. Mehr nicht. Das heißt, das Finale wird ganz normal gespielt. Da kannst du auch, wenn du die ersten Runden verloren hast, kannst du trotzdem noch das Finale gewinnen. Aber es wird deutlich schwieriger. Also, das kennen wir ja aus dem Chat-Duell, dass man sich da einen Vorteil erspielt in diesen ersten sechs Disziplinen. So, wir werden in unserem allerersten Spiel zwei Leute aus jedem Team benötigen, die gleich starten werden. Vorher müssen wir aber noch erörtern, beziehungsweise habt ihr schon so ein bisschen eine Idee, wer starten kann? Wer ist denn besonders heiß? Und man muss dir zusagen, die zwei, die jetzt anfangen, die werden in einem der späteren Spiele dann ausgetauscht. Das heißt, ihr werdet natürlich alle ähnlich oft drankommen. Wir bekommen ja einen Hinweis, was es ist. Weil wir müssen natürlich uns auch, es bringt ja nichts, wenn man ein so spezialisiertes Team aufstellt, wie das unsere und dann setzt man die Leute nicht nach ihrem Fisch. Egal was, ey. Sagen wir so, du brauchst ein geschicktes Handgelenk. Oh. Das kann man so sagen. Da hab ich durchaus. Wo sind die geschickten Handgelenke? Klar, Mann. Wir nominieren für die erste Runde Daniel Budimann und Nils Boomhoff. Aber gut. Daniel Budimann, Nils Boomhoff bei euch. Wer ist der Mark Schreier? Offensichtlich bin ich nominiert. Nimm mich mit. Nominier'e Krogi gleich mit. Geil. Und jetzt völlig unabhängig davon, wer kann besonders geil Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Denn darum geht es jetzt. Wir wollen nämlich jetzt erfahren, welches Team als erstes antritt. Danach machen wir es abwechselnd. Aber wer wird als erstes antreten? Das wird jetzt in einem spannenden Schnick, Schnack, Schnuck erörtert. Er spielt offensichtlich Eddie gegen Valentin. Ein Best of Three. Stein! Ein Best of Three. Wir sind gespannt. Aha. Alles klar. Bitte schön. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Fah! Egal. Noch 1 zu 0, Etienne. Schnick, Schnack, Schnuck. War ein bisschen spät. Aber ich hab's nicht hier. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Das gibt's an mir. Das ist bereits der Sieg für Etienne gewesen. Glückwunsch an dich. Mein Team ist super. Euer Team wird also anfangen. Und dann würde ich sagen, sind wir nun auch bereit für das erste Spiel, das da heißt Pferderennen. Pferderennen. Also die, die mitspielen, ne? Da vorne, ja. Okay. Genau. Die, die mitspielen, kommen nach vorne. Weiß auch nicht. Hey, Lars. Ja. Wie hoch siehst du dir? Also, wird es heute noch wirklich explodieren hier? Wie schätzt du das ein? Ich will noch nichts sagen, aber ... Du sagst ja, weil du bist noch stehen die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr seid gut versichert. Oh Gott. Und ich hab auf jeden Fall schon Urlaub beantragt für die Zeit nach diesem Abend. Es wird sicherlich viel geschrien, aber wir können uns ja auch mal zusammenreißen. So, aber nicht bei diesem Spiel. Bei diesem Spiel geht es ab. Wir sehen Pferde, die hier auf einer Rennbahn verteilt sind. Wir sehen auf der anderen Seite ein Spielfeld mit verschiedenen Löchern. Ihr könnt euch das schon denken. Wir haben sowas schon hier hin und wieder mal gespielt. Es geht darum, eine Kugel, die jetzt gleich hier um die Ecke rollen wird, in die Löcher zu werfen. Und wir schauen hier drauf, wie viele Punkte die einzelnen Löcher geben. Also, wir haben hier oben vier Punkte, die zu verteilen sind. Drei Punkte, zwei Punkte und ein Punkt. Das erkennt man ja so ungefähr. Genau. Und die Bälle kommen da. Wir haben auf jeden Fall auch hier jede Menge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen am Start. Ich werde dafür sorgen, dass die Pferde auch die richtigen Punkte nach vorne gehen. Und dann würde ich sagen, wer fängt an? Ist mir egal. Ihr werdet abwechselnd werfen. Wir haben ja gerade Schnickstack-Stuck gemacht. Das stimmt. Wir haben ja gewonnen, also dürfen wir aussuchen. Das macht gar keinen Sinn, dass ihr Schnickstack-Stuck gemacht habt. Wollen wir anfangen? Ja. Will du mal, du darfst aussuchen. Ja, fangen wir an. Fangen wir an. Ja, fang doch einfach an. Werfen war richtig, ne? Mhm. Okay. Nicht rollen, ne? Werfen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne es von auf den Jahrmerken. Ja, kenne ich auch. Da hast du das Pferdrennen auf dem... So, ich kann euch vielleicht einfach das schon mal hier hinstellen. Hier, fang du an, bitte. Dann habt ihr die Bälle. Ja, hast du Bock? Wie viele Bälle habt ihr denn jetzt? Wie ihr den Ball schmeißt, das ist völlig egal. Aber immer abwechselnd mit den Bällen, oder was? Immer abwechselnd. Und es geht darum, zum Schluss hier auf den neunten Punkt zu kommen. Und der muss aber, das ist noch sehr wichtig zu erfahren, der muss genau getroffen werden. Das heißt, wenn ihr vor der neun steht, dann müsst ihr unbedingt die eins treffen, damit es auch was wird. Wenn ihr dann die drei trefft, dann kommt ihr natürlich nicht wieder an den Anfang zurück, aber dann habt ihr dieses Spiel nicht gewonnen. Es wird insgesamt drei Runden gespielt, also immer bis zu neun, dann ist die erste Runde vorbei. Hammer. Aber, da müsst ihr noch ganz kurz zuhören, damit ihr hinterher euch nicht beschwert, ihr habt's nicht gewusst. Wir spielen drei Runden, immer bis zu neun, aber zum Schluss zählen wir, wer insgesamt weitergekommen ist, wer mehr Felder vorangerückt ist. Das heißt, du kannst auch, du musst nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen, um hier letztendlich im Gesamten zu gewinnen, ne? Also. Ihr werdet das alles früh erfahren. Ganz kurz, die dunklen Löcher rechts und links, oben, geben die auch vier Punkte oder nur der in der Mitte, die leuchten? Das können wir noch so das? Der ist der kein. Nur die, die in vier Punkte, ne? Vier Punkte auch, ne? Wie ist das gedacht? Hier auch vier Punkte? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen hier. Auch vier Punkte. Vier Punkte, vier Punkte. Das sind die drei Punkte, ne? Okay. Diese Reihe. Und diese untere. Die Wellen sind das, alles da. Okay. Ach, hier sind die Wellen, genau. Nochmal für alle, um das besser zu sehen. Alles klar, dann würde ich sagen, Nils, go for it! Und dann immer einwerfen und dann der nächste, ne? Immer ein Team und dann das nächste. Oh, was geht? Aber immer nur einen Ball. Ja. Oh! Tja, das war ja schon mal nix. Ne, alle Team. Ah, okay. Ja, ja. Abwechselnd, okay. Ja, einmal abwechselnd, Pudi. Ja, ist gut, das ist richtig. Alternierend. Alternierend? Alter, echt? Ist das das Wort für... Ja, klar. Wieder was gelernt. Oh! Das sind gleich mal drei Punkte. Drei. Ey. Ei, ei. Okay, mach ich oder was? Jawoll. Alter, voll vorbei. Danke. Egal, 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 egal. Yes! Wieder drei Punkte. Was ist Wally? Vorsicht, Vorsicht. Nur weil ich jung sein und bummste. Werde rennen. Schau dir jetzt. Und zehn Punkte. Was? Kein Wally. Wally, du musst auch wachten, ne? Zwei. Genau zwei musst du schaffen. Okay, ja. Das ist ja grausam, ey. Muss man nehmen, man muss genau... Nein, oder? Ja, man muss die genau treffen, ja. Also der muss ne 2 machen jetzt? Ja, oder ne 1. Hä? Was? Schiebung. Ah, okay, sehr gut. Der 3, der 3. Dann beginnt das wohl bei 0? So, weil die Pferde bei 0 steht. Krass. Beginnt das bei 0? Man weiß es nicht. Hambudi! Ferdi! Oh! Scheißklapp. Der 3, ja? Kacken, kacken Arsch. Du brauchst ne 3, genau. Oh! Schade, schade, schade. Okay, komm schon, ey. Okay, das dauert sehr lang vielleicht. Nee. Aber ist auch geil. Jetzt, Öde! Oh! Der Tappelstach. Nee, nee, nee. Alle die 3. Genau. Wenn er jetzt nicht trifft, ist das mal Glück. Ach, Mann. Ah! Ist abglitz. Das war nichts von der beiden. Ey, die darf nix sagen. Einmal nur treffen. Yes, nein. Oh! Das ist schattig! Öde? Das ist doch so ne Jamak für Arsch. Das war ne? Hast du schon überlegt? Oh, nein. Wollt nicht so viel, was? Hä? Wollt nicht so viel. Auch das ging daneben. Kommt jetzt der erste Punkt. Das hast du verloren. Das hast du gehört. Machen wir trotzdem lieber so. Fühlt sich besser an. Jetzt! Oh! Ganz knapp. Kein Punkt. Es rollt rüber. Kein Punkt. Nach wie vor. Die softe Taktik. Die softe Taktik. Okay, die softe. Die war zu soft. Das war zu powerful. Schwierig, sich zu versoften. Ja. Oh! Das war wieder nichts. Close. Hä? Vier. Nein. Also jetzt ist aber auch der Wurm drin. Jetzt schon, oder was? Betrifft ja niemand mehr. Oh mein Gott! Das sind die vier Punkte. Vier. Vier gleich? Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt sieht das schon wieder ganz spannend aus. Was passiert, wenn ich die vier treffe? Dann passiert einfach nichts auf dem Punktefeld? Äh, genau. Okay. Oh! Eins, zwei! Gut, gut, gut! Die Eins ist hier vorne, das ist gut! Das war super! Das mögen wir! Ja, das war klasse. Komm, 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 komm! Das war mega gut! Nur noch hier vorne. Der schwarze Eumel da ist auch. Die Eins, ne? Die Eins ist sicher. Die erste Runde geht also an das Team Redaktion. Aber die Punkte werden trotzdem gezählt. Ihr habt hier schon mal vier Punkte gezählt. Und hier sind schon mal die ersten neun. Und wir gehen wieder zurück auf Anfang. Und die Regie zielt das ja sicherlich mit, damit ich mir das nicht aufschreiben muss. Wunderbar. Wer zuerst zwei gewonnen hat, dann ist es vorbei, oder was? Nein. Wir zählen zum Schluss die insgesamt hervorgegangenen Felder. Die drei durch sind, haben halt gewonnen. Ist ja logisch. Okay. Dann können wir jetzt weiterlegen. Die Pferde sind wieder vor der Startbahn und die Bälle können fliegen. Das ist so stark. Nur noch stark. Du bist. Ich war grad. Eins, zwei war das, ne? Oder waren das drei? Ja. Zwei. Ja. Valentin selbstbewusst. Schade. Jetzt aber mal. Komm, Bude! Yes! Das war die drei. Das ist Hammer! Ja! Eins, zwei, drei. Oh, das war knapp. Aber Schluss gezielt. Ja, wir müssen jetzt was riskieren. Nils, komm, du in den Modus. Siehst du das? Ja, du müsstest was riskieren. Das war alles, ja. Oh! Das war nichts. Nee! Nee! Ich will im Zufall überlassen. Oh! Das war ganz knapp. Hör nicht auf die. Aber ihr braucht zwei, ne? Hör nicht auf die Männer. Hör nicht auf die Männer. Das ist der Sieg! Das ist der Sieg! Mach euch keine Sorgen! Mach euch keine Sorgen! Nein! Ich hab auch nicht. Der Wurf war cool. Ja, ne. Meine Theorie ging nie auf. Oh! Shit! Das sind vier Punkte. Ein schöner Krug. Eins, zwei, drei. Das ist mein Team. 22er Krugi. Ein Krugmeister. Oh! Immerhin eins. Ja, okay. Scheiße, du hast recht, Nils. Wichtig später. Wichtig für die Auszählung später. Komm schon! Oh! Oh! Valentinsky. Weiß auch nicht, was grad los ist. Ja, es ist ... Ich hab versucht, Nils Taktik zu kopieren. Das Momentum. Naja, nix. Schön auf die sicheren wollen. Schau drauf, bleibt dabei. Was sagt ihr zur Musik? Ist gut. Gefällt euch? Ich hab gern noch was ... Oh! Mann, ey! Nicht schlecht, das sind vier Punkte. Eins, zwei, drei, vier. Du bist ein starker Team, ey. Warte, das schaffst du. Scheiße. Den Einer, ja, stimmt. Oh, jetzt kommt der Einer nach dem Andern hier von hier. Jetzt eins, zwei, drei. Wenn du einer schaffst, wird selbst dann noch knapp. Komm schon. Aber die Eins ist auch schwierig. Die Eins. Oh! Schade, schade, schade. Komm schon, bitte. Danke dir. Das reicht noch nicht. Oh, oh! Ja! Zwei sind das. Eins, zwei. Wahnsinnig spannend. Kein Rechner. Wahnsinnig spannend. Nicht mitrechnen. Schön spannend bleiben. Es muss alles spannend bleiben. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Hürde? Merken Sie Hürde. Herr Bohmhoff, es ist wieder zwei. Oh nein. He-Man. Nils Bohmhoff, der alles entscheidende Wurf könnte es fast sein. Nein! Das kann ja nicht sein. Wieso klatscht du Andreas? Verunsichert den. Kopf am Kopf. Ist das schon der erste Riss im Team? Oh. Wäre auch fast eine Zwei. Das wäre nicht gut gewesen. Ja. Was war das denn? Das war ja nur... Oh, wäre das geil gewesen, ey. Geht! In meiner Fantasie. Geht! Oh! Das ist zwei. Das bringt gar nix. Zwei? Ja. Bringt gar nix. Nichts passiert. Nichts passiert. Wirklich gar nichts passiert. Boink! Hey, das ist... Ein Heartbreaker nennen wir den. Und Valentin mit dem alles entscheidenden Wurf jetzt hier. Oh! Oh, komm! Der wollte nicht. Oh! Mann! Kuss! Danke. Ich will schon fair spielen, danke. Ist gut. Yes! Das ist es. Oh mein Gott. Ist es nicht jetzt genau. Aber ist es nicht. So. Jetzt hat die letzte Runde natürlich lange gedauert. Die Leute draußen haben schon ein bisschen gerechnet. Aber wir kommen jetzt mit der Verkündung des Ergebnisses. Insgesamt haben wir einen Punktestand von... Es wird noch gerechnet. Da werden noch die Taschenrecher. Man hat ja bisher noch keine Zeit. Wir wissen es doch alle. Wir wissen es doch schon. Echt? Ich hab doch nicht gerechnet. Man, Alter. Wir haben keine Punkte. Das sieht folgendermaßen aus. Der Endpunktestand ist 21 zu 18 für... die Benz! Ja! Herzlichen Glückwunsch für diesen ersten glorreichen Sieg. Wir sind Gewinner der Herzen. Ja, glaub ich auch. Der Herzen. Der Öde, ey. Glückwunsch, Glückwunsch. Oh, danke. Toll übrigens hier, das ganze Set. Wahnsinnig. Schön mit viel Liebe. Gewinner der Herzen vielleicht. Liebe zum Detail. Schaut's euch an. Ehrlich. Traurig, ey. Ich hab euch zumindest ein Bein gemacht. Ich hab ihn geklaut. So. Liebe Leute, setzt euch. Macht's euch bequem. Aber nicht zu bequem. Denn natürlich geht's gleich weiter. Äh, wer hat denn grade hier den entscheidenden, ähm, Treffer noch gelandet? Ganz zum Schluss war das? Der Letzter? Der, äh, Kogi? Oh, was du nichts gebracht hast? Den meinst du? Okay, du bist... Du bist... Offensichtlich schingsauer. Woran lag's? Woran lag's? Woran lag's? Das ist doch für Spielregeln, jetzt mal ehrlich. Ja. Das sind drei... Warum mit für den Runden überhaupt, wenn die überhaupt nichts prägen? Ja, echt, ey. Die Gesamtreibung werden nicht ausgegeben nach dieser Top-Britel. Die Scheiße ist eigentlich die Redaktion. Äh, ey. Ganz genau, die zweite Runde, da waren wir am Boden und wir haben gekämpft. Ja. Es geht hier, ähm, nicht um das Verhältniswahlrecht, wenn ihr das komplette, ähm, System mit dem der US-Amerikaner anpfeifeln möchtet, dann könnt ihr das hiermit sehr gerne tun. Ansonsten haben wir hier natürlich schon mal eine schöne erste Runde gesehen. Nils, bist du denn stolz auf dein Team bisher? Ey, absolut. Also, war gut. Was soll ich anderes sagen? Also, wir haben, äh, direkt am Anfang haben die beiden durch Glück natürlich ein, zwei Treffer gelandet und ich glaub ein anderes Team mit einem fragileren Gruppengebilde wäre daran zerbrochen und hätte, äh, sich gegenseitig Vorwürfe gemacht und so weiter. Woody und ich haben einfach so ruhig geblieben, wir wussten, das war ein Zufallstreffer und dementsprechend, ja, ich bin sehr stolz. Wichtig war aber auch die Unterstützung von, ähm, dem gesamten Team. Ja. Es ist keine Einzelleistung gewesen. Starker Support. Freutlich. Das habt ihr gespürt im Rücken. Ja, man hört es. Diesen Support. Ähm, ihr wusstet, ihr wusstet vorher ja nicht, welche Disziplin wir spielen. Hättet ihr so auch eure, ähm, Leute ausgewählt, wenn ihr das gewusst hättet, dass es hier ums Dosenwerfen im Endeffekt geht? Ja. Oder wer wäre da besser gewesen? Ja. Ja, also klar. Ne, ich hätte Bock gehabt, aber als ich gesehen habe, wie klein die Löcher und wie schwer das ist, dachte ich nur wahnsinnig froh, dass ich mich nicht gemeldet habe. Weil ich weiß, du bist gut. Bei dir war ich überrascht. Und du sagst... Ich war wahnsinnig froh. Ich war wahnsinnig froh. So stark, dass du... So war das nicht gemeint. Ist okay. Wenn du nicht gelacht hättest, dann wären wir noch eins. Ja. Beim Team Redaktion habe ich schon so ein paar Risse auf jeden Fall feststellen können. Wir sind durch. Nein. Es ist eine Lüge. Es hat irgendwie gebröckelt, Valentin. Wie sauer bist du auf Andreas? Du hast da auf jeden Fall einmal so einen Klatscher gesehen, der nicht hätte sein müssen. Ne, das war ein Appell einfach, damit es jetzt gut weitergeht. Ne, ich finde nur den Moderator scheiß und das andere Team. Das ist vielleicht in Ordnung. Mein Team ist super. Ja, der Moderator. Yeah, Walle. Yeah. Du kriegst schon mal kein Bier mehr. Das ist ja das Besondere an der Show, dass ich gleichzeitig auch das Bier verteile. Ja, aber du hast doch die Regeln gemacht bestimmt. Absolut, ja. Feiße ist das. Ich habe sie nicht erst 10 Minuten vor der Sendung erfahren. Nein. Nein, nein. Andreas, was sagst du zu diesem Debakel? Naja, der große Wurf war das auf mich, auch wenn er das Spiel das vielleicht hätte vermuten lassen können. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt nur natürlich ein bisschen Angst vor dem Gegenspiel, wo dann Johanna und ich am Start sind. Ich hoffe, dass das in eine komplett andere Richtung geht. Ähm, aber meine Güte. Die Jungs haben gezeigt, dass sie heute Biss haben und das ist am Ende auch mal mehr wert, als das erste Spiel zu gewinnen. Ähm, aber ganz klar, wir stehen jetzt mit dem Brücken zur Wand. Deswegen weiß ich nicht, warum du noch weiter in der Wunde bohrst. Absolut, diese Show ist ein Siebenkampf, wir haben sieben Disziplinen, eine Disziplin wurde erst gespielt. Kommen wir nun zur zweiten Disziplin, die da heißt Aufgedeckt. Ich erkläre euch natürlich, dafür bin ich ja da, um was es bei diesem Spiel geht. Ihr seht in der Mitte des Studios ja schon eine Decke, ein Teppich, ein Tuch, was auch immer. Äh, da ist es. Um zu sehen, wie das Ganze aussieht. Ähm, ihr werdet euch pro Team, vier Leute, also alle, auf diese Decke stellen und dann müsst ihr versuchen, diese Decke ohne den Boden zu berühren einmal umzudrehen. Das heißt, es wird ein bisschen Akrobatik hier verlangen. Es muss, wir haben hier eine pinke Seite und auf der anderen Seite haben wir hoffentlich eine andere Farbe. Und zum Schluss muss da eine blaue, genau, zum Schluss muss die blaue Seite oben stehen. Hier steht alle vier drauf. Zum Schluss muss das rumgedreht werden. Wunderbar! Wunderbar! Das Ding ist so groß in der Pfingmarke. Das ist eine Frage, blau sein. Moment, ich bin doch nicht, ja, obwohl, frag doch erst mal. Also, äh, wenn jetzt zum Beispiel wir anfangen würden, dann könnte das verfeindete Team sich ja unsere Technik abgucken. Ich hab vorher gesagt, ich hab vorher gesagt, Leute, Nils Boomhoff nimmt an diesem Arm teil, deswegen müssen wir auf genau solche Sachen Acht geben. Und natürlich wird es nicht möglich sein, für das gegnerische Team zu sehen, wie das Team, ähm, entscheiden wird. Gut. Denn wir werden einen Sichtschutz aufbauen. Oh. Ich guck trotzdem. Und ich wusste es einfach genau, dass diese Reaktion von Nils kommt. Das ist wirklich... Ist ja auch richtig so. Ist ja richtig so. Denn es muss hier natürlich letztendlich um eine Taktik gehen. Ihr müsst, ähm, schauen, wie funktioniert das denn am besten. Wie gesagt, wir haben hier mehrere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Studio. Äh, wenn ihr den Boden berührt mit euren dreckigen Füßen oder euren Händen, dann ist sofort vorbei. Beziehungsweise, dann wird die Runde nicht gezählt und dann fängt's wieder, ähm, von vorne an. So. Dürfen wir uns für das Spiel komplett ausziehen? Ja. Das ist ausdrücklich erwünscht. Sonst kannst du die anderen ja nicht nass machen. Genau. Es wird ja jetzt gleich die Redaktion anfangen, deswegen werden die Beans gleich nach Hause erstmal geschickt. Aber, ähm, ich möchte noch dazu sagen, es geht ja gar nicht drum, das einmal zu schaffen. Nein, nein. Was? Ihr habt insgesamt zehn Minuten Zeit und könnt das gar hundertmal schaffen. Was? Wenn ihr euch besonders gut anstellt. Hammergeil! Der Rekord hier in der Redaktion liegt bei... Nullmal? Sieben. Dreißig Sekunden. Bitte deine Hand. Okay, also insgesamt jede Menge Male. Ja? Wenn man jetzt, ähm... Ja, Nils? Mit dem Fuß auf den Boden kommt zum Beispiel. Wird dann, ähm, das Tuch resettet und man darf weitermachen? Dann wird das Tuch resettet, ähm, und dann könnt ihr nochmal neu anfangen diesen Versuch, ähm, anzufangen. Ja. Und jedes Körperteil. Also Hand darf auch nicht drauf oder geht's um Fuß? Nix. Gar nix. Gar nix. Naja, also die Finger, ne, die werden ja zumindest zum Anheben dieses Teppichs, da werden wir vielleicht nochmal ein bisschen kulanter sein, aber an sich dürft ihr euch da nicht groß abstützen oder ähnliches. So, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los, dafür müssen allerdings die Bündnis nun das Studio verlassen. Drehst du so rüber, das ist so hoch. Raus aus meinem Pappen! Raus aus meinem Pappen! Raus aus meinem Pappen! Wir räumeln hier! Das kann man leichter als 37 Sekunden. Rausschmeißen. Rausschmeißen. Wir springen alle zur selben Zeit hoch. Und ihr könnt auch schon so langsam, um nicht zu sagen schnell, mal hier rumkommen. Wollen wir Schuhe ausziehen? Und schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Was ist das für eine Decke? Rutschig. So. Oh, das wird schön. Nein! Aber wir spielen jetzt auch mit Crew, oder was? Alle vier! Alle vier könnt ihr euch jetzt schon mal draufstellen. Mit Schuhen? Ja, rauf damit jetzt! Okay, das schaffen wir. Komm mal ran! Wir springen alle zur selben Zeit hoch. Streamen die Jungen lang schon? Nee, pass auf! Kannst du es mal schaffen, auf meine Hälfte zu kommen? Ja, ja, ja. Ach so, warte mal. Drittel-Taktik. Okay. Jetzt muss einer. Also, ich möchte nicht, dass ihr jetzt noch besonders lange hier Strategien besprecht, deswegen sage ich, dass der Countdown jetzt gleich loslegt, wenn ihr jetzt kurz sagt, seid ihr bereit, ja? Ja, wir sind bereit. Alles klar, der Countdown geht jetzt los. Okay. Ich check die Taktik nicht. Ja, komm, komm her. Okay. Jetzt, pass auf. Halt, hier ist schon jemand drauf. Stopp! Spinnst du? Valentin ist schon ... Spinnst du? Jetzt rauf! Und der Versuch beginnt von neun. Okay. So, Valle, oder die Johanna, du kommst jetzt auf diesen Zipfel. Sorry, dass ich in dir drin bin grade, Krogi. Vielleicht an der Stelle sei noch mal gesagt, wir sind alle PCR-getestet und geimpft oder genesen. Alles gut, wir halten uns. Wir halten uns. Extra noch mal PCR-Tests gemacht. Das ist Team Zusammenhalt. Eigentlich? Valle, was macht? Du kannst zu mir kommen, Krogi, noch ein bisschen. Ich steh halt auf Zehenspitze, deswegen muss ich so weitergehen. Kannst du weiter zu mir? Ich hab hier viel mehr Platz. Okay, ich geh runter. Ich geh runter. Ich halte einfach. Redaktions-Rekonding bei 30 Sekunden. Scheiße, Mann. Sind ja schön Krogi. Ja. Warte. Oh, nee! Okay, Valle. Ja, ja, ja. Nichts passiert, nichts passiert. Ich geb hier Stabilität. So, nichts passiert. Ja. Okay, Valle. Ja, abstillieren, ne? Du gehst aufs Liedern. Das funktioniert so nicht. Da, da. Da, da. Und jetzt müssen wir irgendwie ... Jetzt musst du arbeiten. Ich? Ja. Was soll ich machen? Jetzt sollst du ein Zipfel rüberzipfeln. Äh, den da? Dann bitte. Immer kleiner. Ja, was muss ich denn rüberzipfeln? Den da, ja. Den? Nee, eigentlich den anderen. Den? Den da, ja. Okay, dann muss Johannes rechter Fuß kurz ... Nee, und Valentins linker Fuß. Ja. Valentins linker Fuß. Nee, das ist dann rechter Fuß! Ey, ey, ey! Was ist ... was auch ... Neuer Versuch! Neuer Versuch! Neuer Versuch! Neuer Versuch! Neuer Versuch! Neuer Versuch! Mach mal zurück, mach mal zurück. Wieso? Also ich nehm Walle auf meine Schultern. Okay. Und dann müsst ihr das regeln. Das schaffst du's? Ja. Ja, okay. Reset. Reset, reset. Komm auf meine Schultern. Du musst dir helfen mit hochheben. Walle kommt auf meine Schultern. Ja, ja. Also jetzt kommt hier nochmal ein ganz neuer Versuch. Guckt euch das an! Scheiße! Nein, nein, nein! Easy! Los geht's! Okay, los geht's! Los geht's! Wir haben in einer späteren Disziplin einen Helm vorgesehen. Vielleicht wär's für diese Disziplin sinnvoller gewesen. Wollen wir das jetzt hier unten durchziehen oder was? Du hast alles. Das ist gut. Außer den Boden zu berühren. Halt's nicht auf meinem Kopf fest, ja? Aber ist alles für's dir. Aber wie geht denn das? Das schaff ich doch gar nicht. Warte mal, ihr müsst jetzt hier hin. Ja? Wohin? Äh, ja genau. Ja, und mit dem zweiten Fuß auch da drauf. Ja, warte, ich muss mich an dich stützen, bitte? Ja. Okay. Ja, der Gag ist, das ist gar nichts zu schaffen. Und jetzt müsste Johanna alles rumdrehen. Andreas, wir haben schon eine Schiedsrichterin hier. Oh, komm! Oh, komm! Ne, 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 das ist doch... So, der nächste Versuch startet jetzt. Jetzt kann ich stehen. Guck mal, so haben wir doch ganz viel Platz. So. So, und da musst du jetzt drauf. Ja, da geht's. Aber dann kann ich dich doch gar nicht weiter rumdrehen. Wieso schenkst du jetzt schon? Ne, mach, 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 pass auf! Leg den Zipfer mal über deine Füße. Leg den schon mal rüber. Ja, 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 genau. Und wo willst du jetzt rauf? Weiß ich nicht. Ja, doch, dann geh mal da hin. Es geht um die Bestzeit. Naja. Welche Bestzeit könnt ihr hier rausholen? Hä? Ich weiß nicht. Wir müssen jetzt langsam den hier drü... Kannst du ganz kleine Tippelschritte machen, Kogi? Wohin? Einfach hoch und runter? Ja. Oh, sorry. Ja? Ich kann's doch langsamer machen. Wir haben gar keine Strategie. Ja, weiß ich. Doch, hier geh ich jetzt drauf. Ja? Wrägt uns erstmal gar nichts. Aber ist gut, dass wir zwei Füße weniger haben, oder? Bislang? Können wir noch ein bisschen nach vorne? War eine starke Idee, Kogi, ja. Dankeschön. Super Idee, wirklich. So, jetzt. Hä, wie sollen wir das denn rumdrehen komplett? Ich check's immer noch nicht. Warte, jetzt müssen wir irgendwie jetzt... Ich zieh das jetzt hier unten so ein bisschen durch. Ja, was soll ich hochnehmen? Wir haben halt immer weniger Platz, ne? Ach so, und so ziehst du das ruhig. Ich versuch's. Das kann zum Beispiel ein bisschen getippelt werden. Du hättest Kogi fest. Gehüpft. Ja. Weil er hält sich schön fest jetzt. Kann man, was ich was machen muss? Es muss alles ein bisschen filigraner werden. Ja, okay. Kogi, kannst du ein ganz kleines Stück nach links? Ja. Okay. Ja. Ich mach jetzt mal den hoch. Ich mach jetzt mal den hoch. Das wird mir zu eng. Mach hoch. Aber mach da weiter, das ist gut. Hoch. 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 Oh, das war knapp, das war knapp. Sehr gut, Johanna. War aber noch nicht, war noch nicht. Hoch. 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 Ihr macht das sehr gut. Ihr macht das wirklich. Wollen die mich ficken? Wollt ihr nicht? Wollen wir nicht? Wollen wir nicht? Mir geht's gut. Okay, warte, jetzt muss ich mal zuhören. Rechts und Fuß, linker Fuß kurz hoch. Alle? Linker Fuß kurz hoch. Kannst dich bei mir stützen. Nee, Johanna, das ist ganz ... Okay. Johanna, das war ganz ... Jesus, oh Gott. Oh Gott, ich will nach Hause. Ich auch. Ja, das ... Ist das so rum überhaupt? Ja. Johanna hat's richtig. Oh, Kogi, ey, bitte. Schön Rumpf anspannen. Johanna hat mich ein bisschen geschurrt. Entschuldigung, ich kann mir nicht ziehen. Wen hab ich denn hier? Michael Krohmann. Doch, gut, ich kann dir nicht sagen. Da muss Kogi hin. Wohin? Ein ganz kleines Stück nach links. Ja. Nichts passiert. Entschuldigung. Und den anderen auch nach links. Warte, ja, warte, okay. Stütze meinen Bauch. Andreas, aufpassen, dass du nicht noch mit deinem rechten Fuß da irgendwo ... Oh Gott. Seid ihr safe? Ja, wir sind safe. Wenn du ziehst. Wie viel Zeit noch, Lars? Ich hab noch fünf Minuten Zeit. Mach ganz entspannt. Ich hab erst die Halbzeit, jetzt habt ihr langsam ne Strategie. Danach könnt ihr ne schnellere Bestzeit rausholen. Nee. Jetzt kann ja noch gar nix mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, nicht umgeben jetzt. Hä, wieso eigentlich? Warte. Jetzt mach keinen Scheiß mehr, ihr habt's fast geschafft. Nee. Scheiße. Okay, einfach atmen und nicht hektisch sein. Ich geh mal links hoch, dann geh ich mal rechts hoch. Rechts ist schwierig, hochzukommen. Oh. Ja, sehr gut. Das ist es nicht. Doch, das ist es. Ja, ja, ja. Da ist das. Warte mal, das ist nicht hektisch. Nicht hektisch, nicht hektisch. Nicht so hektisch. Ja, ja, das ... Warte mal, ich schau noch mal einmal ringsum. Das sieht doch gut aus. Das ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das heißt, ihr könnt jetzt weitermachen. Wie lange noch? Ihr habt noch vier Minuten. Wie lange? 4,5 Minuten habt ihr noch Zeit? Wenn wir zwei schaffen, haben wir gewonnen. Okay, 2,46 war die Bestzeit bisher. Machen wir das mit. Ja, wir schaffen das. Ja, aber wenn das für dich cool ist. Ich bin ultra stark, Chat. Hast du keine Wandscheibe auf, Junge? Die ist egal. Ja, nee. Okay, jetzt geht's schon weiter, ne? Nächster Versuch. Dann wieder deine Seite zuerst. Ja. Krogi, kommst du ein bisschen nach rechts rüber? Ja. Leg das wieder über deine ... Hier schon mal drauf. Ja, okay, ich komm rüber. Warte, warte. Joanna, wie eben? Ja, ich hab vergessen, wie es eben war. Ja, ich auch. Okay, jetzt mach ich wieder Tippelis. Ja. Krogi, komm mal tippeln. So, in diesem Rhythmus. Nee, das funktioniert nicht. Okay, ich springe. Ich bin hinten zu viel drauf. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Warte, ich geh mal ... Oh weia. Ihr habt noch knapp vier Minuten Zeit. Wirklich? Das ist doch unglaublich. Okay, ach so, wir gehen nach hinten. Ja, na klar. Ja, wir gehen rückwärts. Seid ihr schlau? Was? Wir gehen einfach rückwärts. Nee, aber ... Nee, nicht so weit. Ja, ganz minimal. Das ist ja genius. Ja. Ja. Wirklich? Ja, ja. Entschuldigung. Ich hab dich zehn schmissen vor. Warte mal. Ja, aber jetzt. Ja. Ja. Okay, jetzt geh ich ganz langsam noch hin. Ich kann's nur nicht sehen, Johanna. Nee, hinten hast du nicht viel Platz. Okay. Wir haben hier noch ein komisches Dreieck. Ja, kannst du das mal lösen? Hm. Schwierig. Weil was draufsteht? Der rechte Fuß? Oh, Entschuldigung. Ich hätte mal Gäse neben mir. Stehst du stabil? Ja. Ich stell's mich hier ab kurz, ja? Johanna, dann kannst du mich was ziehen, glaub ich. Ja. Warte. Ach so, da willst du ziehen. Egal. Dicke. Allein die O-Töne sind schon Gold wert. Kommt das Ding als Podcast? Ja. Krogi, weiter, sehr gut, sehr gut. Wir haben ganz viel, ganz viel... Aber sonst hätte er ja auch ein Podcast. Ja. Doch, Andreas, kannst du dich erst mal befreien? Weil ich steh hier komplett ohne. Dann geh mal ein ganz kleines Stück nach links, Krogi. Ganz geschmeidig fest bei mir. Krogi, kannst du nicht noch Andreas auch auf Huckepack nehmen? Er würde gehen. Okay. Er soll sehr schön sein. Einfach alle dran. Echt? Ja, aber ich kann das nicht... Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Wenn wir es zweimal geschafft haben, sind wir sehr weit vorne. Leute, ich bin komplett... Autsch! Bisschen vorsichtig, wir müssen hier ein bisschen strenger. Ab jetzt sind wir strenger. Ja, hier haben wir viel. Hier haben wir was geschafft. Okay, jetzt nicht mehr Hacke Schein, ich Hacke Schein, weil jetzt sind wir sehr weit. Okay, wartet. Machen wir den langen Primmel raus. Bitte. Okay. So, wir können uns ausbreiten. Oh, oh, da war alles fertig. Geht noch. Ganz knapp, ganz knapp. Okay, haben wir gerade noch so durchgehen lassen. Ein Auge zugedrückt. Alles klar. Das war 1,52. Jetzt habt ihr noch zwei Minuten Zeit. Ihr könnt ihr noch eine Runde schaffen. Geile PB, Leute. Geile PB. Doch, wir wollen gewinnen. Aber wenn ihr jetzt nicht anfangen, dann könnt ihr es schon nicht mehr schlagen. Instant. Stimmt. Okay, gleiche Taktik. Vorne rüber den Lappen. Ihr habt jetzt Übungen. Nochmal, normal. Ganz schnell jetzt. Gerade rüber den Lappen. 2 Minuten. Sie ist mir komplett den Boden. Es geht, glaube ich, jetzt technisch gar nicht mehr. Doch, ihr könnt jetzt noch ein paar Sekunden besser. Ein paar Sekunden besser. Stimmt, ja klar. Locker sogar. Aber wenn ihr jetzt failt, dann war es das. Okay, von vorne. Wow! Das klappt, das klappt. Klapp an euch, da unten. Krugi kurz, warte, hör mal kurz auf, Johanna. Und Krugi kurz auf die Zehenspitzen. Oh Gott. Also verlagern. Ja, hat er. Zieh. Zieh jetzt alles, was du hast in deinem Moment. Das ist Wadentraining hier von Krugi. Stark, Krugi. Klar, Mann. Das ist aber nur krass. No! Sag mal, bist du blöd jetzt zu fallen? Warte. Okay, warte, ich mach rechts hoch. Aber lass mir, lass mir Stoff da. Nee, Johanna, bist du denn auf deiner Seite schon fertig? Nee, du kannst auch noch ein bisschen nach rechts da. Äh, genau. Ja, so. Du drehst vorsichtig, du bist da haucht. Also hauch dünn. Johanna, sehr gut. Was machen wir jetzt? Bleib erstmal hier oben. Ach so, okay. Okay. Das weiß ich nicht. Okay, dann musst du machen. Ja, ich mach rechts hoch, dann kannst du ziehen. Okay. Rechts hoch? Ja. Eins wieder runter. Ich hab hier oben nichts zu suchen. Oh! Das ist mega. Ja. Scheiße, ich komm lieber. Nee. Ich liebe mein Team. Okay, wir müssen, glaub ich, gleich einen Schritt nach hinten. Wow. Scheiße, ey. What? Das war eben gut, Johanna. Johanna, kannst du doch noch unten gehen? Ja. Und hinter meinen Füßen das nach hinten ziehen? Ja. Noch 45 Sekunden habt ihr Zeit. Ja. Ja. Und rennere Seite auch. Ja. Okay. Und nochmal. Dreimal die gleiche Taktik, oder? Ja. Ja. Soll ich nochmal hoch? Ja. Ja. Warte. Oh. Na. Das war's jetzt stattgültig. Auch mit dem Ball hinten. Ein bisschen drauf. Also, eure Bestzeit war 1,52. Ey, du bist krass. 1,52. Alter. Wow. Glückwunsch. Glückwunsch. Dann geht mal wieder zurück auf eure geilen Popos. Gehen in die Lounge. Und wir können die Beans reinholen. Die Bands. Das war Hammer. Aber nix darüber sagen jetzt. Nein, natürlich. So, das war auf jeden Fall schon mal packend. Ihr dürft natürlich nicht verraten, was ihr gerade gemacht habt. Man sieht es. Die schwitzen. Ihr seht. Die schwitzen. Die sind fertig. Die sind völlig am Ende. Kommt her. Gut, dass ihr vorher nochmal ein paar Flüge Bier getrunken habt. Das wird euch jetzt helfen. So. Kommt mal hier ran. Ihr werdet richtig versagen, glaube ich. Nein. Ihr habt insgesamt mehr Masse. Das ist doch schon mal eine abhackende zweite Disziplin gewesen. Kannst du machen. Ihr könnt die Schuhe ausziehen. Ihr könnt alles machen. Alle Klamotten raus, wie ihr wollt. Es ist aber sehr rutschig, habe ich gerade gehört. Ihr dürft euch jetzt erstmal alle vier draufstellen. Ein bisschen schon mal so ein Gefühl dafür bekommen. Genau. Ihr seht, hier ist die rosa, pinke und auf der anderen Seite eine lila eine Fläche. Die ist nicht ganz quadratisch, oder? Nein. Ihr müsst euch genau an diese Form gewöhnen. Pass auf, das geht. Nee, war es nicht. Ich habe die anderen auch nicht lange besprechen lassen. Geht mal drauf. Geht mal alle drauf. Lass dich mal fahren. Also, es geht um eine Bestzeit, die ihr innerhalb dieser 10 Minuten schafft. Nicht wie oft ihr es umdrehen könnt, sondern wie schnell ihr es umdrehen könnt. Habt ihr das verstanden? Einer in die Mitte. Einer in die Mitte. Es geht darum, wie schnell ihr das einmal rumdrehen soll. Es geht um die Bestzeit, ne? Ja. Ihr habt also beliebig viele Versuche, um eine Bestzeit aufzustellen. Ah, okay. Habt ihr das gehört? Genau. Lass mich anfangen. Okay. Eddie, ein Fuß dahin. So, ihr dürft nicht mehr besprechen. Es geht jetzt los. 10 Minuten. Okay, komm. Eddie, nur ein Fuß auf die Kante. Den weg. Vorsicht, Simon, du bist schon fast drauf. Ist egal. Die Zeit läuft, ist egal. Ist egal. So, nee, nee, nee. Buddy kommt hier hin. Buddy, dahin. Ein Fuß nur, ein Fuß. Den Versuch schon mal nicht zählen, ne? Ihr stützt euch gegenseitig. Mache ich. Simon, ich geh in die Ecke. Ja. Und du klappst das so wie eben nach innen um. Mit der Hand? Du bist frei. Okay, aber ich hab den Ede hier. Du brauchst den. Okay, ich schlappe es. Okay, dann geht's jetzt los. Ja. Und jetzt? So rüber? Okay. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Alle erst mal drauf, oder? Genau. Und jetzt müssen wir ja nur ... Ich mein, das ist eigentlich anders. Nee, aber wie? Sag mal. Okay, nee, wir machen jetzt den Versuch weiter. Du musst von dem Rot noch runter, Simon. Ja, gern, aber wir kriegen das Rote. So, und jetzt? Warte mal. Ich wollte's noch ... Und B für die Götter. Darf ich das mal machen? Okay. Okay. Wir fangen neu an. Du gehst in die Mitte, ich ... Okay. 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 Okay, Ernest, geht los. Das ist eine enorme Hackenstärke. Vorsicht beim nach hinten bewegen, bitte. Vorsicht hier mit den Hacken, da bist du eigentlich schon fast draußen. Und jetzt nur diese Breite des Tuches? Ja. Und nur ganz vorn, oder was? Ja. Alle so. Und jetzt alle rüber, auf die andere Seite. Ja. Simon, mach ruhig zuerst. Achtung, ich komm, ich komm. Okay, ich bin rüber. Und jetzt? Ich brauch dich hier. So, habt ihr? Ja. Okay, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Um. Haha. Edi, geh aufs Gliedern rauf. Das ist super. Geh aufs Gliedern rauf! Nö, das ist eigentlich ... Geh aufs Gliedern rauf! Ich war hinten, ich hab nichts gesehen. Schießwichter auch nicht. Alles gut. Ich seh nichts. Es scheint okay zu sein. Aufs Gliedern. Ich bin aufs Gliedern. Ich bin aufs Gliedern. Jetzt! Okay, kann ich hier runtergehen, ohne dass ihr mich loslassen? Ja. Ah, perfekt. Perfekt. Oh, ist das anstrengend sogar. So, Budi einmal deinen anderen Fuß darauf. Hier? Andern hoch, ja. Den raus, anderen hoch. Hab ich. Perfekt. Ey, Jungs, es ist einfach schön, euch mal wieder so zu sehen. So, Simon, den Fuß hoch. Okay, Moment, Achtung. Schnauz, Andreas, ich kann nicht zuhören. Okay, schnell, runter, runter. Runter? Ja, so ist es gut. Ich hab hoch. Ja, das war super. Warte, warte, warte. Runter. Okay. So, den hoch. Den hoch. Vorsicht, Vorsicht, Leute. Hab ich. Achtung, kann ich absetzen irgendwie? Leute, ich hab dich hier. Auf Nils hat's, auf Nils hat's. Ich hab kurz mich abgeschützt. Okay, dann, naja, versuch. Oh, ey, das ist superschwer. Ist es das wirklich? Nee, nee, nee. Sieben Minuten habt ihr noch Zeit. Ich meine, das war nicht die Lösung, oder? Nein, das hat nicht funktioniert. Das Tuch ist länger. Macht es Sinn, das in die Richtung zu machen? Wir haben es gerade so gemacht. Ey, mach es vielleicht erst mal eine alleine. Ich weiß noch nicht mal alleine die Lösung. Also die... So. So. Also umklappen. Und dann hier drauf. Und das andere. Und das klappst du jetzt hier weg. Dann einzeln über die Füße. Und burn. Okay. Das ist die Theorie. Neue Idee. Huckepack. Jeder nimmt einen Huckepack. Okay, den soll ich nehmen? Gib mir einen. Das hatten wir eben schon. Ja. Kann das... Ich kann das nicht. Eigentlich müssen die beiden nehmen. Ich muss noch. Ja, ja. Und Budi... Warte, gleich noch. Oh Gott. Das ist okay. Hast du? Nice. Okay. So. Simon nach vorne. Nach vorne. Auf den dicken Teil. Ganz an die Spitze. Auf den dicken Teil. Okay. Moment. Ich hab ihn. Perfekt. Ja. Gut. Das ist gut. Das klappt. Das ist aber auch hier. Habe ich noch? Alles gut? Ja. Bleib, 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 bleib. Tentakeln. Da kann man gar nicht überblicken. Bleib, bleib, bleib. Alles gut. Ich geh langsam runter. Kannst du dich navigieren? Vorsicht. Du bist fast auf dem Boden. Habe ich. Moment. Moment. Nils. Bleib bitte stehen. Oh, das war touchy. Da war doch touchy. Da war auf jeden Fall ein touchy. Da war ein touchy. Oh nein, echt? Ein touchy. Aber das ist jetzt anstrengend. Okay. Sag mal, nochmal, 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 nochmal. Sag gut aus. Das war nicht so schlecht. Fünf Minuten habt ihr noch Zeit. Ein wenig ist schon mal gut. Ich kann euch sagen, die fünf Minuten reichen. Darf ich noch eine Sache noch vorschlagen? Hier. Simon. Ihr nehmt mich. Ihr stellt so hin. Ja. Ich quer über euch rüber und du musst das Falten machen. Hä? Okay. Die zwei tragen einen. So. Und du deckst. Aber mit dem Rücken, dass ich über diesem Gebiet bin. So. Dreh dich um. Eddie muss eure Füße dann bewegen. Ich spring rauf. Ihr müsst mich halten, sonst tu ich mir weh. Es ist verlaufen. Okay. Ich spring jetzt rauf und ihr müsst unter mich greifen. Eins. Zwei. Drei. Easy, Alter. Flying me. Jetzt du deckst um. Durch die Beine durch. Dass wir nach vorne gehen. Du delegierst uns, Ed. Warte, warte, warte. So. Geht's noch? Ja? Sonst tauschen wir gleich. Dann komm nicht so. Warte, warte. Wenn ich näher nicht rangehen bin ich. Ja. Okay. Simon, einen Schritt nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Du hast noch Platz. Hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Meine Hand ist Stopp. Okay. Du schaffst das Ding. Hier noch ein bisschen. Okay. Oh! Alle leben noch. Alle leben noch. Ja, aber das könnte klappen. Sorry. Das Problem ist, was ... Also, Simon geht nach hinten. Wie ... Ich weiß nicht, wie's gehen soll, Alter. Ja, kannst du auch. Nach innen musst du das machen. Aber das ist doch egal, oder? Nee. Wenn ich so mache ... Und dann gehen wir ... Wie sollen wir alle zu viert auf diesem schmalen Streifen kassen? Dreieinhalb Minuten noch. Ihr könnt noch die Bestzeit schlagen. Das kann ich euch schon mal verraten. Na ja, okay. Wir können das noch schaffen. Sollen wir mal ... Wollen wir mal einen Versuch machen? Okay. Wir müssen ... Kreis. Ja. Wollen wir es versuchen, oder nicht? Ja, okay. Kreis. Jeder auf eine Ecke. Genau. Jeder auf eine Ecke. Bitte. Aber ey ... Schafft ihr das, auf einem Bein zu stehen? Aber was bringt das? So. Wir machen das. Und einer ... Eddy, du kannst nicht nur auf einem Bein stehen. Hä? Sucht euch einen Punkt, Eddy. Such dir einen Punkt auf dem Boden. Mach so wie ich. Du hast dir einen Punkt auf dem Boden, den du fixierst, dann ist es leichter. Eddy, du machst das Umschlagen jetzt. Aber wo? Deine Ecke. Deine Ecke schlägst du oben und stellst dich dann da drauf. Genau. Genau. Vorsichtig hier mit dem Ballen, bitte. Vorsichtig, Eddy, ganz langsam. Kannst du das dunkle Lauf stellen? Meinst du so umschlagen? Und jetzt stellst du dich da drauf. Auch vorsichtig mit dem Ballen. Jetzt ... Genau, ich komm ganz nah zu dir. Ich komm ganz nah zu dir. Simon, ich hab dich noch. Okay. Okay. Ja. Ja. Und jetzt ... Ich kann, ich kann, ich kann arbeiten. Ich kann arbeiten. Ja? Okay. Halt den Bein hoch, Bein hoch. Nils muss umsetzen. Nils hier aufs Lila. Macht einen Fuß hoch. Haltet euch fest. Nils kann da drauf. Ich ... Den Fuß hoch. Den Fuß hoch. Ja. Das ist ja geil. Okay. Du weißt, das hilft nicht mehr, wohin, oder? Ich ... So. Und jetzt ... Simon, machen wir hier auf was mit dem Ballen, sonst ... Ich weiß nicht. Wir müssen alle ... Zehn schwitzen. Nils, du musst hier ... Ich mach dir Platz hier. Und ab links. Ja. Runter. Und jetzt ... Ich check's nicht, Leute. Ja, sorry. Ihr müsst es doch mal machen. Das ist mit zu viel Ballen hier auf dem Ding. Ihr müsst da auch rein. Ja. Aber das hat doch nichts gefällt. Kommt, Leute. Ist okay. Nils klappt. So. Auf die Ecken. Auf die Ecken. Wenn wir alle nacheinander uns bewegen, quasi. Und dann umdrehen währenddessen. Wir bewegen uns ein bisschen ... Kreisrund. Und drehen ... Weißt du welchen Moment? Erfüllten Art. Du kommst hierher. Ja. Und dann ... Ich mach das immer. Komm du mal neben mich. Lass die anderen probieren. So, wir gehen jetzt alle ein bisschen ... So. Geh du mal weiter. Einfach versuch, dich links zu halten. So langsam, wie du halt brauchst. Wir gehen immer mit. Schauen wir uns natürlich noch an. Geh du mal mit. Weiter, weiter, weiter. Nichts egal. Und jetzt musst du, Ede, das ein bisschen umdrehen. Oder? Ja. Ist wahrscheinlich gar nicht so dumm, ne? Ist nicht die perfekte Idee. Geh zu. Aber es könnte funktionieren. Von einer Sekunde zum anderen. Von einer Sekunde zum anderen. Okay, nee, es klappt nicht. Ich kann euch sagen, es ist sowieso vorbei. Echt? Einen letzt, einen allerletzt. Machen wir noch. Hast du mal eine Idee? Gerne. Wir müssen uns nach innen drehen, sonst kommen wir das ... Alle drauf. Schieß ja nicht rum. Schieß du? Alle hier drauf. Alle hier drauf. Aber es ist die falsche Seite. Alle auf die Seite. Also ihr könnt es natürlich schon noch verbessern. Ah, nee, komm. Das wollte ich nicht sagen. Ihr könnt euch schon noch verbessern. Ich wollte gleichzeitig springen und umdrehen zwischen. Machen! 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 So. Machen! Und dann könntest du dann ... Und jetzt müssten wir auf eurem Rücken. Ihr könnt es noch schaffen. Ihr müsst noch richtig geil und richtig schnell sein jetzt. Ich denke, es ist egal. Ja, aber was wollt ihr machen? Okay, jetzt geht's. Okay, wir machen noch einen Versuch. Ihr könnt es schaffen. Ihr könnt es schaffen. Schnell, ihr habt noch 25 Sekunden. Dann habt ihr einen Weltrekord. Los, halt euch fest! Ja, los, komm! Haltet euch fest! Alles gut. So, jetzt hier ein Fuß rauf! Ein Fuß aufreden! Ein Fuß rauf! Wir halten uns gegenseitig mit einem Fuß fest. Einer kippt um. Einer klappt um. Ich kann nicht entklappen. Ja, ja, ja! Das sieht gut aus. Das war gut. Super! Und jetzt dein Fuß da rauf, Eddy. Dein Fuß da rauf. Ich hab recht. Okay, das reicht, oder? Ja, das reicht. Geil, ey! Das war geil! Das war geil! Das war geil! Ihr sollt euch nicht noch verletzen! Abzumal far mit euch! Kommt erstmal zurück, alle wieder! Guckt ihr das VOD an, Simon! Entspannt euch! Habt ihr es gepackt, oder was? Ja! Dreimal! Dreimal? Naja! Dreimal! Wir haben die PW einmal verbessert, ja. Wir sind sehr schlau. Ja, ich glaub auch. Ich glaub, wenn wir mal einmal in den Wasser... Wir hätten das schaffen können. Wenn wir noch einmal, wenn wir eine der Sachen mehrfach probiert hätten... Ich... Wir hatten ein paar gute Antworten. Wir sind schon sehr schlau. Ich glaub auch. Ich glaub, das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Die Jungs werden sich hier nach feiern nochmal zusammen finden und das nochmal versuchen. Da bin ich mir ganz sicher. Äh, denn das hat ja offensichtlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann schon mal sagen, für die Leute da draußen war das sicherlich eine Riesenfreude, gerade euch so zu sehen. Also euch mal wieder Arm in Arm, das ist... Wie hat sich's denn angefühlt, Eddy, für dich? Zu kurz. Ja, es war sehr schön. Eddy würd ich gerne mal Sommerurlaub machen, so. Nee, das war ne ganz tolle Sache. Und viel Spaß gemacht. Schade, dass schon vorbei ist. Nils, hat sich das wie Teambuilding angefühlt oder genau das Gegenteil? Doch, absolut. Wenn man solche Sachen häufiger mal machen würde, würde man als Gruppe total zusammengeschweißt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war jetzt ein bisschen Pech. Das Problem ist, dass wir natürlich alle ein bisschen mehr Muskeln haben und mehr Masse. Und wenn wir so Schlang und Rang und jung werden wie die, dann wär das auch einfacher. Simon, du hast grade zum Schluss gesagt, du hattest eigentlich schon noch die Idee, wie du's hättest richtig angehen sollen. Glaubst du da wirklich dran oder wär das nur wieder in die nächste Verzweiflung gemündet? Ich bin ja wirklich, ich vertrau den Leuten ja auch, dass sie dann die besseren Ideen hatten. Wir haben ja auch oben diskutiert, viel ausprobiert, aber keins hat so richtig gefruchtet. Und ich dachte am Ende, ich hätte den Geniestreich, weil ich glaube, dass man, wenn man im Kreis irgendwie läuft, nimmst du ja am wenigsten Fläche und hast immer was zum Überdecken. Aber hast ja gesehen, es hat nicht geklappt. Die Decke wollte nicht. Kriegen wir eine Auflösung? Ich würde gerne sehen, wie es funktioniert. Selbstverständlich, wir werden jetzt nochmal die besten Szenen in einem Slow-Mo-Video sehen. Also an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch an unser Team aus der Redaktion. Kogi, du hattest dann irgendwann die Idee mit dem Huckepack. Glaubst du, das war letztendlich Spielentscheidend? Ja, ich habe mit Walle gesehen und dachte, Walle ist eigentlich MVP oder prädestiniert dafür, dass er hoch in die Luft getragen wird. Und Walle hat auch wirklich die Balance gehalten, was wichtig war. Und dann habt ihr nämlich die Drecksarbeit gemacht, sag ich mal. Wir haben unten schön gegraben. Und das war wirklich als Team ganz geil, weil ihr habt gesagt, ey, mach mal den linken Fuß hoch, rechten Fuß hoch. Und dann haben wir so Step-by-Step immer das ein bisschen runter herweggezogen. Aber ihr hattet ja beide getragen. Und ich glaube, das war das Problem. Aber das ist eigentlich gut. Glaube ich nicht, weil du brauchst ja irgendwie auch freie Hände, um was zu machen. Und du musst ja dann einen tragen und dann, das ist nicht so leicht, jemanden zehn Minuten zu tragen. Der Oberer hätte sich nur so drauflegen müssen, sodass der andere unten wühlen kann. Weil am Ende, wenn zu viele Füße machen, dieses Spiel unmöglich. Deswegen, man muss die Anzahl der Füße reduzieren. Ja, das war unser großes Ziel. Also ich fand das ganz gut, was ihr gemacht habt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ihr hattet dann keinen mehr, der das richtig koordinieren konnte. Aber das kann doch nicht die Musterlösung sein. Nein, auf keinen Fall. Weil da musst du ja einen Lappen im Team haben. Und damit kann man doch nicht rechnen. Nee. Du bist ja keinen Lappen. Aber ich glaube, die Musterlösung ist genauso wie Simon sagt. Schätze ich mal, dass man irgendwie ganz minimal immer so im Kreis geht, auch rückwärts geht oder so. Ja, ihr habt's doch geschafft, ihr habt das denn gemacht. Nee, ich hab halt Walle getragen und die anderen beiden haben halt ganz vorsichtig was genommen. Kroge hat immer Füße hoch und runter und wir haben gedreht. Um ehrlich zu sein, es sah bei euch auf jeden Fall irgendwie nach was aus und ihr habt euch was dabei gedacht. Bei denen war ja Huckepack, das ist es. Und dann kriegen wir es schon hin und es hat funktioniert. Ihr habt das in einer Minute und 52 geschafft, einmal umzudrehen. Nicht ganz der Rekord hier bei Rocket Beans, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. So, wir haben jetzt zwei Disziplinen hinter uns. Das heißt, wir können jetzt schon mal einen Blick auf den Punktestand werfen. Da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Achso. Das wusste ich dir. Ah, ja. 1 zu 1 steht es momentan. Spannender hätten wir das nicht skripten können. Bin mir nicht sicher, ob ich zu hören war. Es stand 1 zu 1 auf jeden Fall. Und an dieser Stelle, falls es vorhin untergegangen sein sollte, natürlich sind wir alle hier geimpft oder genesen und auch noch PCR-getestet. Alle, die hier vor der Kamera tätig sind, sind PCR-getestet, um auch wirklich ganz sicher zu gehen. So, das war auf jeden Fall schon mal spannend. Wir wollen gleich weitermachen. Haben auf jeden Fall auch schon mal, ich kann auch schon mal sagen, es werden packende Disziplinen natürlich noch folgen. Und dann gehen wir jetzt aber in eine ganz, ganz kurze Pause. Ihr da draußen könnt auf jeden Fall schon mal das nächste Kaltgetrick aufmachen und auf den Geburtstag anstoßen. Gerne mal auf Twitter auch raushauen. Hashtag Geburtstag, schätze ich mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Siegenkampf. Herzlich willkommen zurück zum großen RBTV 7, Kampf präsentiert von RBTV. Wir sind wieder zurück. Wir haben zwei Disziplinen bereits gespielt. Es steht 1 zu 1. Aber ich habe gehört, Valentin, du hast noch letzte Worte zum letzten Spiel. Da hatte ich irgendwas noch nicht ganz losgelassen. Ja, ich will noch einen gesundheitlichen Hinweis an die Zuschauer da draußen herausgeben. Und zwar Magnesium müsst ihr regelmäßig nehmen. Weil das klingt jetzt so, als wäre das für mich ein einfacher Job da oben gewesen. Aber ich hatte durchgehend Krämpfe in beiden Oberschenken. Oh, hattest du eben? Ja, hatte ich durchgehend. Walter, was? Ich konnte ja nichts machen. Ich bin froh, dass du keinen Durchfall hattest. Das war klar. Das war klar. Ich wollte nur sagen, also Magnesium ist meine Sache. Ich habe jetzt regelmäßiger. Dann kann unseren Partner Magnesium nehmen. Einfach Magnesium. Was ist denn das Medikament, Walle? Magnesium. Ich hatte schon ein bisschen Angst, was jetzt kommt, wenn du einen gesundheitlichen Tipp gerade in der Pandemie hast. Viel Chlor trinken, das mag helfen. So, also wir haben zwei Disziplinen gespielt. Sind wieder da, sind wieder guter Dinger. Oder Simon, was glaubst du? Ähm, habt ihr euch jetzt so zusammengerafft oder seid ihr zerstritten? Nein, im Gegenteil. Wir haben eben noch, der Budi hat gerade noch versucht, hier zu demonstrieren, wie wir das Spiel noch hätten machen können. Also, wir hadern noch, wir leben noch in der Vergangenheit. Aber gleich holen wir auf und sind in der Gegenwart. Und ich, ich werd das nachgoogeln. Ich sag euch, ich werd jetzt so ein Kindergartenspiel, wo Kindern beigebracht wird, wie man zusammen Probleme löst. Und ihr habt's wahrscheinlich auch scheiße gemacht. Die haben Playstakes gemacht. Das ist das Einzige, wo man mehr Platz hat als ein Dreieck. Lass los, Budi. Nein! Es ist vorbei. Es ist vorbei. Schreibt in den Chat, wenn ihr bessere Lösungen habt. Was aber längst nicht vorbei ist, ist der Kapitalismus. Und deswegen wollen wir natürlich auch Sachen an den Mann oder an die Frau bringen. Schaut mal diese geilen T-Shirts an. Die gibt's ab sofort im Shot mit sieben Prozent. Alter, hast du ja so geil. Gegen sieben kommst du durch. Wegen sieben Jahre. Wahnsinn. Okay, wir kommen zum nächsten Spiel und das heißt... Dann wird ich bei ihr nächstes Jahr zuschlagen. Das ging's nicht ja. Ja, geil! Aber mit Inflation dann wiederum schwierig. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Und wenn ich euch sage, wie es heißt, dann könnt ihr euch schon so langsam denken, auch um was es geht. Wir kommen jetzt zum Darts Around the Clock. Ah! Achso, na gut. Hallo Lars, was geht aus? Hallo Lars, was geht aus? Was? Geh mal rüber, oder was? Ja, genau. Na klar. Okay. Nach dir, Lars. Wir gehen mal hier hin. Alter. Oder war das die Nummer, wo nur zwei von dem Team sind? Nee, ne? Nein. Okay, alles klar. Dann haben wir alles richtig gemacht. Schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das ist lange her. Bei mir auch. Wahrscheinlich ein bisschen Idee aneinander. Genau. Äh, ähnlich. Eigentlich sehr ähnlich. So, und mit alle meine ich natürlich alle, die dran sind. Das heißt, unser Team Redaktion kann sich wieder verpissen. Vielen Dank. Sorry, ich hab natürlich nicht alle gemeint, sondern nur die. Das ist bitte wieder. Das ist der Walk of Shame, den ich veranlasst habe. Ganz genau. Schämt euch ein wenig. So, denn jetzt geht es erst mal um euch. Ihr werdet nämlich anfangen. Around the Clock. Wer von euch ist ein guter Darts-Spieler? Hm. Da kommt keiner. Vor der ersten Disziplin hätte ich gesagt, ich, aber fuck off. Aber obwohl, das sah schon gar nicht schlecht aus. Ja. Ich hab früher, ganz früher, vor 20 Jahren mal viel Darts gespielt, aber auch nur besoffen und auch nur in Bars. Okay. Naja. Ich kenn die Regeln. Ich kenn die Regeln. Du hast den Darts in der Hand, also die erste Bedingung. Sehr gut. Da muss man auch ein wenig für getrunken haben, um hier ein bisschen Zielwasser zu haben. Es geht um Around the Clock. Wer das schon mal gespielt hat, der weiß Bescheid. Wer nicht, der soll jetzt mal lauschen. Wir haben hier einmal ringsum Punkte verteilt. Hier ist die Eins. Da ist die Zwei und so weiter. Und letztendlich kommen wir auf 20. Komische Uhr. Wie durch ein Wunder. Nicht auf 12. Wie bei der Uhr, sondern auf 20. Und wir haben hier das Bullseye. Ihr werdet nacheinander werfen, beziehungsweise wenn jetzt Simon, der da gerade steht, starten möchte, hat drei Würfe. Die ersten drei Würfe müssen auf die Eins, Zwei und die Drei gehen und so weiter. Ihr müsst immer hochgehen bis zur 20. Bis er getroffen hat oder nicht? Nee, du wirfst so lange, bis du ... Bis wir die Eins haben. Dann musst du die Eins kriegen. Sonst geht's nicht weiter. Aber du musst jetzt nicht mit dem Ersten die Eins, mit dem Zweiten die Zwei und mit dem Dritten die Eins. Nein, das ist ja unmöglich. Nee, das nicht. Und dann hast du zum Schluss 20. Und wenn ihr dann soweit seid, ihr habt nämlich insgesamt zehn Minuten waren's, glaube ich, Zeit. Und wenn ihr es schafft, tatsächlich dann noch das Bullseye zu treffen, dann ist die maximale Punktzahl erreicht. Und dann schauen wir, ob das gegnerische Team das ähnlich schafft. Wenn die zehn Minuten um sind, schauen wir einfach, wo ihr stehen geblieben seid. Bei 14, 15. Also, es geht auch um Geschwindigkeit. Der muss jetzt schnell werden. Wir müssen schnell werden. Ja, also, ihr habt zehn Minuten Zeit, ne? Naja. Trotzdem. Ja, da geht um Geschwindigkeit. Wenn einer geworfen hat, musst du sofort die drei wegholen. Du. Und ich muss schon stehen und warten. Du. Ich bin der Letzte, der euch eine Strategie vorschreibt. Also, ihr könnt natürlich entweder schnell machen oder nicht. Der, der geworfen hat, rennt sofort Hunden halt so und holt ihr. Ich werde hier nicht im Weg stehen groß um die Dinger. Also, ich bin ja nicht wahnsinnig. Der Werfer holt auch. Ah, nee, wir machen das anders. Also, ich werfe und dann, Rudi, du wirfst alle drei. Dann kommt der Nächste und holt die. Das könnt ihr ausmachen. Ist mir scheiße. Ja, das sind die kleinen Details, die dann am Ende für den Streit sorgen. Rudi holt die Pfeile weg. Ja? Okay. Dann sparen wir uns den Weg. Also, der hinter ist immer meins. Ein Meter. Genau. Auf zehn Minuten sind das viele Meter. Machen wir einfach. Genau. Nehmt mal am besten die roten. Weil ihr habt ja dieses Bordeaux-rote Shirt, das es ab sofort im Shop mit 7 Prozent Rabatt zu erwerben gibt. Ähm, du stellst dich dorthin, da ist deine Markierung. Ja. Hier. Du kannst auch von der Seite... Simon, willst du die Bier... Nein, nein, das gehört so. Okay. Seid ihr soweit, dann beginnen wir mit euren zehn Minuten. Bitteschön. Stark. Stark. Scheiße. Nils. Stark. Das hat nicht gereicht. Die Eins ist immer noch gesackt. Ne, 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 ne. Stark. Vorsichtig. Mach erst nach den Würfeln, bitte. Alter, was hast du denn da gemacht, Nils? Erst nach allen drei, ja. Eddy? Genau. Nächster. Zieh's mal raus. Zu stark. Zu stark. Ah. Oh shit. Weiter zählt noch nicht. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ein bisschen mehr Zunder wegen den scheiß Plastikspitzen. Er muss stecken. Ja, das ist euer Budget, das ihr freigegeben habt. Sonst hätten wir... Ey, Leute, Tempo, 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 Tempo. Hilling. Schau auf die Spitzen, dass die gerade sind. Ja, mach ich das mal. Alter! Ah! Doppel 18er. Leider völlig irrelevant. Mach doch das Ziel was weg, das ist doch die Zeit. Das gehört dazu. Das... Das war mittig. Nils? Stark, aber leider völlig unnötig. Ach, scheiße, ey. Ist ja buggen. Gut, dass der Pfeilehersteller nicht unser Sponsor ist. Ey, das geht's doch nicht. Ja, okay. Du musst doch nicht gehen, Nils, alles gut. Achso. Achso, warte mal, ich bin doch... Alter, was ist denn das? Ja. Da ist sie, da ist sie, die Eins. Und einen noch, ne? Jetzt auf die Zwei, einen noch auf die Zwei, genau. Wo ist die Zwei? Ach, es ging mal die Eins. Schade. Alter, jetzt sind die schon gebogen. Es sieht dadurch natürlich recht ulkig aus, muss man sagen. Shit. Erzählt nicht. Der wär eigentlich auch, ne? Aber ich muss die Eins und dann die Zwei? Jetzt nur noch die Zwei. Noch die Zwei, okay. Scheiße. Alter. Bitte erst nach den drei Würfen, das ist mir sonst so gefährlich. Oh ja. Diese Plastikspitzen können euch sonst ein kleines Aua zufügen. Okay. Mehr auch nicht. Doch ein Auge könnte natürlich dadurch. Ja, ein Aua. Ja. Einfach süßig. Okay, die bleiben einfach alle weg. Das liegt an den verdammten Pfeilen. Ja, jetzt sind die besten Pfeilen. Nee, nee. Nicht so doll werfen. Ja, die sind halt schon krumm. Mit Liebe werfen. Also die blauen Pfeile sind natürlich deutlich besser, muss man dazu sagen. Schade. Das ist auch schon ein Wutwurf. Das ist eure Hardware hier. Jetzt nicht so wütend, nicht so. Ja, das war mit Gefühl, Eddie. Ja, ich hab's mit Gefühl gemacht. Ich hab's festgemacht. Es liegt vielleicht einfach nicht an meinem Wurf, sondern an den Pfeilen. Das ist gut möglich. Alter, das war aber schon zweimal. Kann ich's auch bleiben schicken, ja? Das sieht nicht gut aus. Doch, da hängen sie doch! Da hängen sie doch! Ja, wir haben uns da einen kleinen Spaß erlaubt. Oh! Da ist sie doch, die zwei! So, und drei, noch drei, weiter, weiter, weiter! Der sind ja 90-90-90-90. Da ist die drei! Ich zählt! Come on, Baby, light my fire! Ohohohohohoooo! Auf die Pfeile! Ja, sie rächtet euch! Nein, nein, nein. Es ist dran, du. Du sollst die Pfeile holen. Ja, mit den Spitzen, kein Problem, weißt du? Ja, endlich gescheite Pfeile hier. also so langsam habt ihr die technik raus wie sie zumindest hängen bleiben acht minuten die vergessen am start zu drücken aber ich bin recht dann ok 6 6 viel zeit jetzt doch wir sind drin jetzt nicht übertrieben super simon was bist du denn für eine maschine junge einfach nicht so doll werfen wenn das das ist ja einfach liebevoller wurf zumindest verhängen bleiben ja nein scheiße egal weiter immer noch die neuen vorsichtig und los das war so gut okay komm mach mal schnell oh nein das ist nicht die neuen das ist richtig krass das talent was wir mal gesucht haben seit er das glas aus der hand gemacht ja wahrscheinlich stellt euch mal einer hier hin damit ich da nicht was sind wir 10 10 10 10 kurz noch um vier jetzt geht leider nicht ja gerade sehr knapp kann man nix sagen gar nix sogar ja nein leider nicht ja das ist die elf nein aber jetzt die elf das ist die elf das ist die elf das geht mit dem siebenhundert ah 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 13 wir haben immer jahre lang das falsche pferd gesetzt ah ah das sieht wie eine rocke da hat zwar die lösung aber fast getroffen shit ok 12 sind wir 13 schon 12 oh yes easy gekriegt 14 hast du gerade easy kiff träger easy gekriegt ja oh gott egal wir haben eine warte 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 14 14 4 minuten ah komm zählt das nicht yes das zählt 14 ah egal jetzt müssen wir langsam gucken dass simon sich nicht vordrängelt und hier jede zweite runde macht der war noch nicht nein shit schade der hätte 16 15 oh nicht zu fassen also wann hat er das letzte mal nicht getroffen ist die frage erste runde nur glaube ich dann müsste man sehen wenn er richtig was getrunken hat alter schwede bam mir froh dass ich da nicht stehe ja lydia hinten zugegen oh ich dachte aber der war gut nicht hasst das richtig ordentlich ja verabscheut das ist meine nachschlotte come on die 16 ist jetzt gefragt wie viele zahlen haben wir noch ah das wäre es gewesen come on come on come on gebe ich euch gleich durch gerne hätte gepasst ey drei minuten noch stark 16 yes simon wo die yes ja oh das war verdammt daily ja ja das war eindeutig nein scheiße man so komm nils geil das rapper Der Pfeil ist kaputt! Ich hab nur einen! Nee, wir haben insgesamt ein Budget für zwei gehabt. Los, was brauchen wir noch? 19 und 20 noch. Komm mal, falls es gebrochen. Die 19. Da! Achtung, ne, nicht hingehen, bitte. 19. Oh Mann, der war drin! Ersatz. Komm, einer! Da müsst ihr noch mal werfen. Mit dem Gleichen. Ja, sonst wechseln wir gleich noch mal durch. Die 19 ist nach wie vor gefragt. Zwei Minuten habt ihr noch zu alt. 120 Sekunden sind das umgerechnet in Sekunden. Achtung! Achtung! Das ist die 29! 20! Oben noch! Komm, mach sie, das ist es! Ja! Und jetzt noch Bullseye! 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 Was geht? Komm oben! Bullseye! Wie lange haben wir noch? Oh! Was geht? Ah! Nein, Mann! Scheiße! Nach circa eine Minute, würde ich sagen, für das Bullseye. Geil! Okay, lass dir Zeit. Noch 1,30 sogar. Nils, ich suche oben, Mann! Liebe! Vorsicht! Wenn ich nicht doll mache, bleiben sie nicht drin. Die Pfeile sind schon ganz krumm auf jeden Fall. Nein, kein Bullseye! Grün! Das ist der Grüne! Ist nicht! Ist nicht! Ist nicht! Scheiße! Mann, Bullseye ist superschwer! Ja, das stimmt. 20 ist auch schon mega. Oh Mann, das war doch schon Bullseye. Ihr habt schon sehr gute Punkte vorgespielt. End? Wollen wir überhaupt noch? Ne, lassen wir es. Das musst du... Eine Minute, noch 60 Sekunden für das Bullseye. Fester! Oh, shit! Komm, komm, komm! Sieh mal jetzt! Komm, komm, komm! Jetzt Nils wieder mal ruhig! Ruhig, 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 ruhig! Ja, ja, ja. Nils, ruhig! Ihr seid heftig, ey! Fluchkurve, Ball ist weg! Und den Bogenschützen raus! Boah, das ist faktisch! Das ist heftig! 30 Sekunden noch! Das reicht vielleicht noch für jeden einmal, außer... Ey, die Waren sind dran! Ich hab auch tiefsten Respekt! Schnell, schnell! Zack! Oh Mann! Schade, dass das Grüne natürlich nicht gezählt hat! Oh, komm, komm, komm! So, jetzt vielleicht noch ein Wurf hier! Komm ans, Bulli, komm ans! Bulli, jetzt nimm dir die Zeit und mach's einfach! Zehn Sekunden! Neun, acht, sieben, sechs, fünf! Vier, zwei! Nein! Das war's, das war's, das war's! Nein, nein, der noch! Hätte ich natürlich noch gezählt! Also, beeindruckend! Wahnsinnig beeindruckend! Schiene, Alter! Respekt! Ohne Scheiß! Ist natürlich beeindruckend gewesen! Danke, danke! Okay, dann wollen wir einmal die Teams tauschen! Die müssen die ersten Zehn Wüffer mit den Schwarzen fallen! Ist natürlich unfair, dass die Redaktion jetzt schon sehen konnte, wie man wirft anhand von Simons Technik! Ja! Wer ist Simon? Wer hat eine ganz neue Technik vielleicht? Das Ding ist... Ja, das Ding ist was? Ja, das Ding ist, wir sind so jung, wir kennen das ja gar nicht mehr, dass man auch in Bars gehen kann! Wir sind immer so besoffen! Alle Corona-Kinder hier versammelt! Immer nur zu! Okay, ich kann euch nochmal ganz kurz erklären, was es geht! Nein, ihr wisst es schon! Ich kann euch nur sagen, was es zu schlagen gilt! Die 20! Ja! Das ist eigentlich schon fast die höchste Punktzahl! Es geht nur noch besser, wenn wir letztendlich auch das Bullseye trifft! Ganz kurz sagen, wenn ihr einen Unentschieden erreichen solltet, also auch 20 habt, dann gibt's ein Stechen, dann sucht ihr euch euren Besten raus! Jesus! Und ihr sucht euch euren Besten raus und dann geht's um die Triple 20, aber so lange, so weit sind wir noch lange nicht! Bitteschön, Team Redaktion, go for it! Ja, beziehungsweise, ne, die sind auch immer selber vorgelaufen, dann weitergegeben! Spannende Kurve auf jeden Fall! Gute Kurve! Gute Kurve! Schöne Kurven-Diskussion, die wir hier führen! Zack! Oh Gott! Also, ich kann euch, ne, ihr habt's ja gesehen, aber die Eins hat ja sehr lange gedauert, auch bei den Beans! Ich hab meine Brille nicht auf, Leute! Oh Gott! Erstmal hier, Simon Kretschmann durchlöchert hier fast! Scheiße! Simon, Alter! Danke dir! Walle ist wütend! Walle ist wirklich stinksauer! Mann! Hol den schon, wir müssen uns ein bisschen beeilen! Komm, und der Walle nicht so doll, die sind schon alle ganz krumm! Ist der kaputt, wo ist der Dritte? Hier, Mann, Alter, hol den doch! Wach bleiben als Team jetzt! Ja, ja, ja! Scheiße! Ja, Mann! Nein! Eins! Eins! Sorry! Eins! Endert gar nix! Eins! Fuck! Kogi, willst du Walle nicht Hugepack nehmen? Wenn es hilft, gerne! Die Taktik zieht hier nicht bei dem Spiel! Okay, das ist crazy! Boah, das ist schwer! Genau, die Eins müsst ihr treffen! Die Eins wäre das... Da ist die Eins! Da ist die Eins! Okay, los, los, los! Wo sind die zwei? Siehst du sie? Unten rechts! Ja, unten rechts! Oh! Oh! Das war aber knapp! Schneller holen, das schaffen wir es! Danke, Johanne! Lass uns bis zu 20 kommen und dann noch Bullseye! Dann haben wir gewonnen! Ich war grad nur ein Schnipsi davon entfernt! Ja, das war ein ganz kleiner Schnipsi! Fair play, man! Also ihr habt jede Menge Zeit, wir haben es gerade gesehen! Richtet die Stöpsel gerade da, die Dornen! Äh... Achtet da gleich drauf, dass die nicht krumm sind! Achso, die nochmal kurz umbiegen! Komm mal! Gott! Der ist arschkrumm, Alter! Der ist auch arschkrumm! Andreas, die müssen da drin stecken bleiben, ne? Johnny, die ist so krumm... Der ist sogar abgebrochen! Nächste! Abgebrochen? Ja, ich brauche einen neun, bitte! Gibt's nicht! Danke! Dann nehmen die roten! Ja! Zwei! Zwei! Da noch? Genau, der nächste kommt schon! Der Druck ist aber hoch jetzt! Na, das kann ich gar nicht! Zwei! Zwei, aber mit dem roten Pfeil, das zählt für die Gegner! Okay! Okay, drei! Ja! Ähm, die ist unten! Die da? Nein! Nicht um die Zahl! Prinzipiell schon in die richtige Richtung! Okay! So, jetzt ist die drei gefragt! Der ist gefixt! Na, weiß ich nicht! Doch, doch! Der ist gefixt! Seh ich doch! Oh! 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 Drei! Drei! Oh, der war close! Das ist nicht die drei, leider! Ist das? Ah! Ne, Andreas, das ist nicht die drei! Du musst einen Millimeter noch drüber! Aber du bist unser Simon! Aber tendenziell! Das war's für close! Ne! Das war's für close! Doch, glaube nicht! Ich glaube an dich! Oh! Stark! Ist das die 17 schon wieder? Ja! Ach, Kock! Das ist die scheiß 17! Kacko! Kacko! Hast du grad Kock gesagt? Ja, ich hab Kock gesagt! Mano! Das ist die zwei! Du bist zu schwimmen! Wie wirfst du denn? Diese Maschine! Stark! Das ist ein neuer Rekord! Bringt euch aber nix! Ich sag's dir, ey! Bam! Noch ein bisschen weiter rechts! Ah! Spinnen-Spitzgebiege, Mann! Oh! Mann, Alter, die sind schon wieder am Arsch! Der ist schon wieder am Arsch! Der ist am Arsch! Ich fix den! Ja, ich fix den! Der ist auch rum! Das hätt ich auch machen können! Dreh erst mal schon die drei! So! Fast! Oh Mann! Nee, nicht die 13! So, jetzt konzentrierst du dich mal wieder! Ich hab schon was! Immer noch die drei gefragt! Also, es hat sich ja im anderen Team ein MVP herausgestellt! Den braucht ihr halt auch! Scheiße! Wir mussten schon die Farben tauschen! Danke! Oh! Ist es? Nein! Close! Leider nicht, nee! Ah, Jesus! Das gefällt mir! Ihr nähert euch ja langsam an! Wir haben alle Punkte da drum schon rum! Ja! Drei! Nee, ich muss ja gar nicht davor! Vier da oben! Ja! Zeh! 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 Ah! Fast! So schnell kann's gehen! Man kann auch immer treffen und dann ganz schnell zu Ende! Ja, hoffentlich machen wir das jetzt so weiter! Ja! Vor allem Valentin, du hast doch so lange Arme, du kannst den auch einfach ran finden! Ja, das mach ich beim nächsten Mal! Willst du gar nicht werfen! Welche Zahl war es jetzt? Äh, fünf! Auch mehr! Fünf ist wo? Oben links! Fünf vor zwölf! Okay! Stark! Ah! Nein! Stell dir vor, du wirst ganz nix, Alter! Okay, okay! Oh, fast! Oh, das ist knapp! Danke! Hast du noch einen? Ah ja! Zwanzig gilt es zu schlagen! Ihr habt noch fünfeinhalb Minuten Zeit! Jesus! Okay! Ah! Stark! Also ihr müsst jetzt wirklich einen Zahn zulegen! Ja, so geht das nicht weiter! Ja, und die fünf als nächstes, oder? So, jetzt drängen wir uns an, okay? Oder vier! Fünf! Fünf! Okay! Ja, ein bisschen weiter rechts! Ja! Sehr gut! Das ist die fünf! Das ist nur noch stark! Das ist die fünf! Ja! Jetzt die sechs! Ganz rechts! Ich hab sie noch nicht! Ach, scheiße! Scheiße! Shit, ey! Mach weiter! Gut angegeben von mir! Perfekt! Perfekt! Perfekt gelöst! Das war super! Große Hilfe! Heilig da noch! Jetzt die sechs! Die sechs ist gefragt! Hol die nächsten! Hol die nächsten! Sechs ist gefragt! Glaubst du wirklich, dass du mit großer Nase stärker bist? Das ist die sechs! Sieben unten links! Ah! Acht! Wie viel Restzeit noch? Ihr habt noch viereinhalb Minuten Zeit! Eieiei! Mado! Komm, für den Sieben kampf die Sieben! Leg dich schon mal hin! Halle! Sieben Walle! Sieben Walle! Sechs und... Vier Minuten noch! Ihr seid bei der Sieben! Scheiße! 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 Das ist gleich eine andere Taktik! Gut! Was für eine Taktik! Ja, man sieht auf jeden Fall bei euch schon mal, dass ihr euch viel mehr Zeit auch beim Wechseln lasst! Was?! Ja! Also ihr seid ja richtig entspannt, würd ich sagen! Und das solltet ihr nicht sein, denn dann steht im Moment 20 zu 6! Du musst hier immer diese Spitzen wieder festdrehen! Ja! Ja, ich weiß! Da ist die Sieben! Ja, schön! Acht kurz drüber! Ja! Jetzt geht's weiter! Neun! Wird nochmal spannend! Drei Minuten, 40 Sekunden noch! Wo ist die neun? Da oben! Neun! Wo ist die neun? Die ist doch da! Neun! Zehn! Zehn! Die haben dich beleidigt, Mado! Zehn! Ach, Mann! Passt! Wo ist die Zehn? Ja, du treffst es immer! Du treffst es immer! Du treffst es immer! Ja, du treffst es immer! Weil du mütternd bist! Weil du mütternd bist! Hier nimm dich schon mal! Die Hälfte habt ihr! Aber das geht! Danke! Yes! Da ist die! Elf! Zwölf! Elf! Steckt! Schade! Ah, knapp! Zwölf! Der Baron trifft nicht! Zwölf habt ihr gesagt! Aber einmal immerhin! Die Zwölf! Da ist die Zwölf! Jetzt! Es wird still gerade in der Lounge! Es wird still! Ah, come on! Der Sieg doch nicht so sicher! Die Lounge kriegt Angst! 13! Richtig guten Flow, Johanna! Ja! Flipp, flipp, flipp! Ja! Was ist das? 13! Wie so eine AK-47 wirft sie die Pfeile! Wow! Kommt wieder zurück, legt sich da auf den Tisch! Mann! Kaputt! 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 Neuer Pfeil, danke! Neuer Pfeil! Und die 13 ist noch gefragt! Come on! Hit! Oh fuck! Hit it! Ja, klar! Womit! Schiri! Er war ja! Scheiße! Das schaffen wir nicht! Die 13 ist gefragt! Ihr habt noch 2 Minuten 15 Sekunden! Ach! Ach! Close! Jojo, go! Ah! 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 Maschine! Ah! Ah! Wieso bleiben die nicht mehr stecken? Ja! Das ist die! Links um! Wo? Links! Auf 10 Uhr! Es scheitert daran! Das war der letzte, ne? Ich hab einen wieder aufgehoben. Ja, dann mach du jetzt! Du anderer Mann! Mängel, Mängel! 14! Naja! Bissle höher! Oh! 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 Mann! Jetzt hast du dir aber keine Mühe mehr gemacht! Aber die Eumel bleiben weg! Nee! Es ist noch machbar! Oh! Okay, okay! Gute Darts-Spieler wissen ja genau, wo sie hinwerfen müssen! Ja! Ja! Also es ist möglich! Ah! Jetzt in die Mitte! Ja! Ah! Ja, aber dazwischen! Aber zu weit links! Rechts! Links! Keine Ahnung! Brauch nicht deine Ansage! Ja! 15! Und rechts! Ja! Ja! 16! 15! Vier noch! Johanna! 16 jetzt! Ja, ja! Ich hab sie! Das wird nochmal ganz spannend! Noch eine Minute Zeit! Wir brauchen noch! Nein! Bis zur 20 müsst ihr noch kommen! Wo sind wir? 16? 16! Bleibt entspannt, wie es bisher war! Das war eine gute Taktik! Du holst gleich! Ja, nicht so doll! Oh! Du holst jetzt! Geh weg! Geh weg! Oh, schade! Oh, das war close! Nimm den Hut! 16! Ja, ja, ja! 13! 17! 35 Sekunden! Das schaffen wir! Oh! Jetzt rennen die sich hier die Köpfe noch ein! Oh Gott! Jetzt werfen die sich die Pfeile! Jetzt wirf! Ja! 30 Sekunden für den 17! Die Spitze noch! So! Ja! 2! Bleibt ruhig, bleibt ruhig! Mann! Leider nicht! Warum geht das nicht? Drei Perfekte! Drei Perfekte! Drei Perfekte! Zwei Perfekte! Zwei Perfekte! Ja, die sind schon komplett verbogen einfach! Ein Perfekter! Trotzdem! Wie lange hab ich noch? Ihr habt noch 12 Sekunden Zeit! Ja, ja, ja! Machen Ruhe! Machen Ruhe! Das sind die letzten... Scheiße! Hier! Die letzten zwei Sekunden! Johanna kann noch einmal werfen! Ah! Scheiße! Aber Respekt! 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 Kann man hier auf jeden Fall sagen! Respekt! Lasst uns zusammen! Lasst uns versammeln! In der Lounge! Respekt! Ja! Egal! Abschütteln! 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 Lasst uns nicht aus der Uhr sein! Hier ist der Kühlschrank offen gewesen! Das ist also energietechnisch schwierig, was hier passiert ist! Das war super! Ähm... Ihr habt gewonnen, liebe Beans! Und zwar mit 20 zu 16 Punkten! Das war eine Wahnsinnsleistung! Natürlich muss ich Simon fragen, was war das denn für eine Leistung? Ja, ich hab am Anfang nicht gerafft, dass wir es von 1 bis 20 machen sollen! Deswegen hab ich einfach wahllos und deswegen hab ich nichts getroffen! Aber was hast du am Anfang gedacht? Als das Bierglas weg war, dann ging's noch besser! Ach so! Das heißt, du hast am Anfang gedacht, du musst einfach hoch treffen! Ich hab nicht wirklich zugehört und dachte, es wird schon! Aber dann hab ich auch irgendwann gemerkt, worum's geht! Nach sieben Jahren, erbitte, hast du zum ersten Mal nicht zugehört! Ich weiß, ne? What are the chances? Eddie, du warst am Anfang ziemlich sauer, hast dann aber doch irgendwie den Flow reingekriegt, oder? Ja, am Anfang sind also die ersten Pfeile, die sind einfach alle abgeprallt! Und ich behaupte mal, wir hätten das tatsächlich auch geschafft mit dem Bullseye, wenn wir von Anfang an mit den besseren Pfeilen gespielt haben! Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, das war natürlich nicht sehr suggerät! Ähm, aber ja, ich weiß nicht ganz, ob die Regelauslegung richtig ist! Weil meiner, meiner Kenntnis nach ist das Bullseye durchaus auch schon der erste Ring! Aber das... Bei Regelauslegung fragen wir natürlich Nils, was sagst du dazu? Nun, 25 gibt der äußere Ring, 50 gibt der innere Ring! Ähm, und wenn ihr natürlich den inneren Ring verlangt habt, äh, dann ist das sicherlich richtig! Aber wir haben ja trotzdem gewonnen! Wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre ich natürlich jetzt anders drauf! Dann wären die Anwälte jetzt! Völlig zurecht! Völlig zurecht! Ja, Augi schaut mit, ja! Ich hätte gerne natürlich zum Schluss noch mal ein Stechen gesehen zwischen Simon und wahrscheinlich hättet ihr Johanna gewählt, oder? Ja, du warst so gut! Du hast auch ganz schön, ähm, äh, abgeliefert, oder nicht? Wenn du dir mehr Zeit gelassen hättest! Ja, ich glaube auch, ihr habt manchmal ein bisschen einfach zu doll! Man muss ein bisschen mehr mit Gefühl... Das stimmt! Die müssen ja irgendwie stecken bleiben! Was hattest du raus? Die gute Linie! Das muss eine gerade Linie sein! Und es sah gut aus! Es war sehr maschinell! Ja, wirklich! Ich hab da gerne... Bist du jetzt sauer auf, ähm, Lynch und Walle? Weil die so schlecht waren? Weil die so halt nicht gut... Nee, diese Gefühle lassen wir nicht zu, denn wir sind ja immer noch ein Team, aber... Wir sind ja ein wohnliches Team, das kennt ihr wahrscheinlich nicht! Ja, aber die waren ja schon besonders schlecht! Das ist ja lebenswert, würde ich sagen! Man hat's ja gesehen! Die haben, äh, Baseball oder was... Das wollten sie gar nicht, ja! Ich werf einfach mal! Mit Augen zu! Aber macht euch nichts draus, Leute! Wir können doch auch nicht in einem alten Herrensport plötzlich gewinnen! Das ist ein sehr guter Punkt! Sehr guter Punkt! Wir gewinnen quasi in den... Ach, wo schnell gehen muss! Ja, das stimmt! Sowas wie Decken, was noch nicht so lange geht! So! Decken! Wir haben, ähm, in der Regie natürlich aktuelle Deutsche und Weltmeister, ähm, im Darts sitzen und, äh, die haben gerade noch den Tipp weitergegeben! Das stimmt! Sind nicht in der Sendung, aber geben uns auf jeden Fall ein paar Tipps! Ähm, dass man den, ähm, Pfeil so halten soll wie einen Bleistift! Ja! Ja! Da hab ich das Problem, ich weiß nicht mal wie man Bleistift... Warum hab ich das nicht? Vorher gesagt! Ja! Und ihr sollt die Füße, den Fuß, äh, quer parallel, also quer zur Scheibe halten, damit ihr möglichst naht! Okay, dann nochmal mit den Tipps jetzt! Ja! Machen wir nochmal, oder? Okay! Fände ich gut! Nein, also, ihr habt diese Runde für euch gewonnen! Es war, glaub ich, das, äh, dritte Duell, das wir gesehen haben! Und das heißt, wir haben einen neun-Punktestand! Uh! Der lautet 2 zu 1 für das Team Beams! Beams! Andreas, wie wichtig ist es dir heute tatsächlich, deine Chefs hier zu schlagen? Du hast dich ja hochgekämpft hier in diesem Laden, bist ja eigentlich, du, du, du kratzt ja schon an der absoluten Spitze, bist ja kurz davor auch schon zu den Beams zu zählen! Wie wichtig ist es dir heute wirklich zu gewinnen? Das stimmt! Ich glaube, es gibt in der Firma nur noch drei andere Creative Director, dann nochmal eine Redaktionsleitung, dann die Gesellschafter und die eigentliche Geschäftsführung, also es sind, glaub ich, bloß noch 20 Leute oder so! Ja! Und ich kann zumindest in meiner Position verkünden, das ist kein monothematischen DART-Event in den nächsten Jahren! Oh! Nein, also bitte! Das ist ja bocklangweilig! Ganz ehrlich! Das war auch nicht langweilig, Alter! Sorry! Nimm Katanas und... 134! Katanas! 134! Leute! Lisa, wenn du Bock auf DART hat, was willst du dann machen? Ja, dann... Was willst du tun? Ja, man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich ein großes DART-Event! Keine Ahnung, was die Frage war eigentlich! Vielleicht hätten wir uns da Pfeile besorgt, die mehr als 20 Cent wären! Aber bei den Darten hätten wir... Da verkleiden die sich ja auch noch so lustig! Ja, absolut! Das haben wir nicht gemacht! Naja, ihr seid schon relativ lustig verkleidet! Muss man an der Stelle schon sagen! So, also, es steht 2 zu 1! Wir machen einfach weiter, wir wollen ja hier nicht überziehen, sondern pünktlich uns verabschieden, damit wir uns nicht mehr sehen müssen! Und... Deswegen würde ich vorschlagen, wir kommen zum nächsten Spiel! Und das heißt, ich würde fast sagen, es ist... Ja, es ist mein Lieblingsspiel des heutigen Abends! Und es heißt... Mit Katis! Hallo Lydia! Boni! Ich heißt dieses Spiel! Lydia! Also, bei diesem Spiel geht es... Sehr gut! Erstmal ist es ein ganz besonderes Spiel, weil wir nicht nur eine Disziplin haben, sondern gleich drei verschiedene Runden, die wir spielen. In der allerersten Runde bekommen die Teams ihre Augen verbunden. Das habt ihr anhand dieser Augenbinden ja bereits gesehen. Und dann... Ihr müsst sie jetzt noch nicht aufziehen! Doch! Ich geb euch gleich nochmal das Signal! Ihr wollt euch gerade ein bisschen entspannen, dann gerne! Dann kommt hier ins Studio live eine Person rein! Ihr seht die natürlich nicht! Und habt dann die Möglichkeiten, Ja-Nein-Fragen zu stellen! Es ist das Klassische! Wer bin ich? Man kennt es! Die Person darf natürlich nicht antworten, denn ihr würdet die Stimme ja sicherlich all eurer Untergebenen, würde ich fast sagen, erkennen. Deswegen werde ich euch sagen, ob sie den Kopf geschüttelt oder genickt hat. Wir haben eine Zwischenfrage von Etienne. Ich würde gerne wissen, müssen... Also, spielen wir alle zusammen? Also, nacheinander zu acht? Oder wie läuft das? Ihr dürft abwechselnd die Fragen stellen. Teams abwechselnd. Ja, die Teamredaktion fängt an. Zum Beispiel fängt Valentin an mit einer Ja-Nein-Frage. Und dann kommt Eddy mit einer Ja-Nein-Frage. Und so weiter. Und wenn wir glauben, es zu wissen? Beziehungsweise, wenn ein Ja kommt, dann ist das Team weiterhin dran. Und wenn ein Nein kommt, kommt natürlich das andere Team. Und wenn wir es wissen wollen, können wir einfach reinrufen? Ihr könnt es reinrufen, aber dafür habt ihr nur ein Leben. Beziehungsweise, ihr habt ein Leben, zwei Leben besser gesagt. Das heißt, einmal dürft ihr dann verkehrt auflösen. Und beim zweiten Mal muss es dann sitzen. Und wenn wir es nicht haben, dann ist was? Dann ist alles vorbei. Alles? Dann haben die anderen gewonnen, oder was? Das ist ja mega. Aber man darf nicht, weil Eddy gerade sagte, reinrufen. Also, um das klarzustellen, man darf nicht während die anderen dran sind. Nee, genau. Nicht reinrufen, ja. Ich kann ja nicht alle Fragen hören, aber Simon, du hast auch noch eine Frage gehabt. Naja, wenn derjenige nicht reden darf, warum ist da Mikro? Weil wir hinterher natürlich sicherlich noch ein 5-Minuten-Interview mit der Person finden. Okay. Oder singen die was? Ähm, nein. Das war Johanna, das hab ich gehört. Gut. Also, dann würde ich doch einfach mal sagen, ihr habt das ja soweit verstanden, ne? Das ist ja geil. Team Redaktion wird anfangen. Ich würde da sagen, der Einfachheit halber wird dann auch Valentin anfangen mit seiner allerersten Frage. Also, Maske auf hier. Alle Masken werden jetzt hier aufgesetzt. Wir müssen, eigentlich müsste man jetzt hier diesen klassischen, genau, Andreas macht's schon vor, den Wetten-Das-Trick machen. Aber wir wissen, hier sind faire Leute, bei RBTV arbeiten nur faire Leute. Außer Valentin, der hier offensichtlich betrügen wird. Ich hab noch eine Frage. Ja, die Frage lautet? Also, es geht auf jeden Fall reihum. Wenn ich jetzt gleich fertig bin, dann ist Andreas jetzt nächstes dran. Ganz genau. Okay. Wenn du ein Ja bekommen hast, dann ist Andreas dran. Wenn du ein Nein bekommen hast, dann ist Eddie dran. Und dann wäre erst in der nächsten Runde Andreas dran. Wir sprechen uns nicht zusammen. So, nun sind aber wirklich alle blind. Also sag du doch einfach immer, wer dran ist. Ja, das wär ganz geil. Ich kann's euch sagen. Es geht ja nicht um Geschwindigkeit, sondern ihr müsst einfach erraten, wer da ist. So, jetzt bitte wirklich alle die Masken aufziehen und nicht betrügen. Weil ihr wollt ja fair bleiben. Habt ihr alles so lange nicht gesehen. So, dann können wir jetzt die erste Person reinlassen. Wuhu! Wir klatschen. Die erste Person, die hier das Studio betritt. Insgesamt gibt es übrigens drei zu erratende Personen. Okay. Und für jede erratende Person gibt es einen Punkt. Wolfgang M. Schmidt, Florian Harten. Sehr gut, ja. Ja, hätte dir Flo mal gewusst gestern, ne? Waren das schon deine Lösungsversuche? Nein. Gut. Also, dann beginnt jetzt Valentin mit seiner ersten Frage. Jetzt muss man eine schlaue Frage stellen. Bist du schon länger als ein Jahr da? Ja. Jetzt muss ich mir noch eine Frage stellen. Bist du gerade im Homeoffice? Also nicht jetzt gerade, sondern wenn wir normal arbeiten. Gute Frage. Gute Frage. Sehr gut. Okay, ähm ... Aber es war kein deutliches Jahr, aber es war schon ein Jahr. Okay, überwiegend. Hinweis. Ähm ... Ich weiß es. Arbeitest du über 90 Prozent am Computer? Hä? 90 Prozent. Ja, ist gut. Gute Frage. Ähm ... Stark. Stark. Das ist für mich der Meinung. Ja. War eine gute Frage. Ähm ... Arbeitest du mit Videomaterial am Computer? Ja. Oh. Sehr gut. Sales ist raus. Ähm ... Nächste Frage entscheidet. Ja, ja, ich muss schnell ... Ja, echt schon? Mhm. Das stimmt nicht. Das ist eine Quatschansage. Okay. Nee, äh ... Hast recht. Ha, ha, ha ... Ähm ... Hast du ein ... Hast du normalerweise im Büro ... ein Curved Megawidescreen? Nein. Sehr gute Frage. Das war das erste Nein. Das heißt, Eddie ist dran mit seiner ersten. Also, die Person hat keinen. Ja. Bist du männlich? Ja, das ist ein Ja. Bist du aus der Grafikabteilung? Nein, das ist das Nein. Das heißt Andreas. Ah, fuck. Shit. Kann ich die Frage noch mal stellen? Ja, das ... Ähm ... Du bist nicht aus der Grafik. Das ist ein klares Ja. Ähm ... Keine weiteren Fragen. Bist du ... Über 30? Nein, das ist ein Nein. Das heißt, Nils kann jetzt fragen. Oh ... Habe ich das richtig verstanden? Du arbeitest mit Videomaterial. Das heißt, cuttest du dieses Videomaterial? Das ist ein Nein wieder. Dann haben wir Johanna. Ähm ... Arbeitest du in der 15? Ja, das ist ein Ja. Ähm ... Arbeitest du ... Ich weiß, wer es ist. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Arbeitest du ... Ich weiß auch, wer es ist. Arbeitest du ganz, ganz viel? Ich auch. Das ist ein Ja. Ja, ja, ja. Kann ich auch lösen? Nein. Du hast einmal die Möglichkeit, das Leben zu beenden. Mach es. Was? Du hast einen Luftballon, beziehungsweise zwei Luftballons. Soll ich es lieber nicht lösen? Doch. Ich weiß nicht ganz genau. All in. Please. Ich sag's, es ist Anton. Ja. Und das ist die richtige Antwort. Mega. Mega. Mega gut. Mega gut. Mega gut. Stark. Hey Jungs. Alles gut zum Geburtstag. Ja, Mann. Mega. Die Grafikabteilung. Wieso ist das nicht die Grafikabteilung? Ich bin das Channelmanagement. Ich bin das Channelmanagement. Anton, magst du vielleicht mal für Eddy und alle, die es nicht wissen, da draußen erklären, was du hier eigentlich machst? Guten Tag. Mein Name ist Anton Klasen. Ich bin der YouTube-Channel-Manager bei Rocket Beans TV. Ich lade den Großteil unserer Videos hoch, baue Thumbnails, mache reißerische Titel und nebenbei habe ich sehr viel Kaffee in meinem Büro festgestellt. Kurze Community-Frage. Wann kommt der Geburtstag? Gut. Kommt darauf an, ob heute Abend noch irgendwelche Phrasenfallen dich rausschneiden muss, ansonsten morgen 10 Uhr. Du schneidest mich raus. 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 Du machst doch Grafiken. Du machst doch Grafiken. Du machst doch Grafiken. Du bist doch Grafiker. Nein. Ich bin Channelmanagement. Oh. Channelmanagement. Ja. Sind die Channel? Grafiker alle so scheiße. Also das... Nein. Die braucht die Grafik. Ich find's gut, wie ihr die immer noch drauf beharrt, dass der in der Grafikabteilung bleibt. Obwohl er die nächste Woche sitzt. Ein Anruffreundchen. Das wäre die Höchststrafe. Die Höchststrafe. Die Höchststrafe auf jeden Fall. Die Grafikabteilungswechsel. Vielen, vielen Dank an dir, Anton. Ohne dich wäre das ja alles... Ohne Anton würde dieses Video niemals hochgeladen werden. Safe. Also... Ich dachte, er macht noch ein Stand-up, weil das so schön war. Das war so ein geiles Bild, oder? Die Augen binden bitte wieder auf die Augen, sodass ihr nichts sehen könnt. Und... Moment, eine Frage noch. Ja, eine. Ich hätte mich gerade während zwei Fragen schon reinbrüllen können. Ich wäre nie drauf gekommen. Darf ich da? Das darfst du nicht. Erst wenn du dran bist. Das darf ich also gar nicht. Ich darf nur lösen. Also wenn wir dran sind, darfst du natürlich nicht sagen. Du darfst dann Nils sagen, ey... Ach so, bei Nils hätte ich schon sagen können. Ja, klar, Anton. Genau, ihr seid ein Team. Stimmt. Okay. Nächstes Mal. Aber es wird nie wieder so eng geraten. Gut, jetzt bitte alle wieder die blinden Dinger auf die Augen. Und wir sind bereit für die nächste Person, die jetzt schon zum Mikrofon schreitet, sich verbeugt und winkt stark. So, wir sind stehen geblieben bei Johanna, die hat aufgelöst. Deswegen können wir jetzt natürlich sagen, bei Simon starten wir mit der ersten Frage. Ähm, bist du männlich? Das war ein Nein. Das heißt, wir kommen zu Krogi. Ja, hallo. Ich will doch ein Jahr kriegen. Ich will doch ein Jahr kriegen. Ich will doch ein Jahr kriegen. Hallo, ich will eine Frage stellen. Wenn du nicht im Homeoffice arbeiten würdest, ganz komische Frage. Ja, holst du die nach Hause? Wäre dann dein primärer Arbeitsplatz in der Hausnummer 15? Das war ein Nein. Okay, danke. Wir sind bei Boogie. 15 arbeiten noch keine Frauen. Arbeitest du länger als drei Jahre? Was? Ruhe bitte, die Frage war länger als drei Jahre. Die Antwort lautet Nein. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei Walle. Ähm, arbeitest du überwiegend im Homeoffice zurzeit? Das war wieder ein Nein, wir sind bei Eddy. Bist du angestellt bei Rocket Beans? Nein. Das ist ein Ja. Das ist irgendjemand von der Straße. Äh, das hätte ja auch irgendein Gast von Hause sein können. War eine gute Frage. Wenn das jemand in den Arschlöcher ... Ja, das ist zurecht. Die Härte ist zurecht. Wenn's kein Homeoffice ist, dann muss das ja überzogen werden. Wissen wir, dass das kein Homeoffice ist? Das war grad Nein, oder? Bei Homeoffice? Soll ich dir zuflüstern? Wer es ist? Lars? Ja. Nein, für's doch nicht. Ach so. War das grad ein Nein bei Homeoffice? Das war ein Nein bei Homeoffice, deswegen ist jetzt Eddy dran. Sie ist eine Frau unter drei Jahren. Ich war relativ häufig ... Bist du ... Bist du über 30? Rufst du? Das ist ein Nein. Jetzt noch mal die kurze Rückfrage an die Regie. Was meint ihr? Jetzt dürfen ... Okay, das war natürlich ... Ihr habt jetzt noch mal die Möglichkeit, weil wir hier einmal einen, beziehungsweise ich einen Fehler gemacht habt. Nils. Wir haben nach Krogi sofort Valentin. Hast du. Ah, okay. Ähm, hast du auch schon mal vor der Kamera gearbeitet? Hier bei Rocket Beans? Ja. Ja? Das war nicht wahnsinnig überzeugend, aber das waren ja. Das waren alle. Eigentlich. Ähm, hast du schon mal bei Du bist mitgemacht? Das ist ein Nein, jetzt kommt aber Andreas. Oh. Sag's ihm. Ja, du kannst ihm helfen. Johanna, sag's ihm. Darf ich lösen? Bist du hier heute an der Produktion beteiligt? Na. Äh ... Ja. Ja. Ich weiß es. Johanna sagt von ... Bei mir. Das muss ... Ja. Und dieses zögerliche Ja. Ich weiß auch, wer die vom ... Nee, warte mal. Nee. Ach so. Doch. Wir haben das noch gar nicht eingrenzt. Ähm ... Bist du ... Hä? Hä? Was? Warte mal. Nee, 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 Moment. Arbeitst du am Haus 9? Am ... Am Haus ... Also, im Haus 9. Ist da dein Platz quasi. Das ist ... Nein ... Bin ich dran? Das heißt ... Ja, ich weiß es auch tatsächlich. Äh, hast du neulich das ... Hier ist jetzt nicht ... Warte mal, warte ... Booty ist dran. Booty ist dran. Booty ist dran. Ist okay, ich war eben auch nicht dran. Lass mich Booty machen. Booty? Ja? Hast du neulich einen Dosenbeats live geschnitten? Das war noch mal ein Nein, Johanna. Das ist aber gut ... Arbeitest du in der Social-Media-Abteilung? Was? Das ist ein Ja bei Social-Media. Das ist nämlich meine Sam. Das ist ... Ihre Sam! Ja! Johanna! Mega! Da hat sie den Punkt ... Sehr gut. Sam! Sam, magst du ganz kurz erklären, wer du bist, was du hier machst? Äh, ja, ich bin Sam und arbeite in der Social-Media-Abteilung. Wuh! Yes! Glückwunsch! Viel besser als Anton! Nein. Random. Entschuldigung. Entschuldigung. Und wie lange arbeitest du schon da? Das war so ein bisschen zögerlich. Genau, wie lange du schon hier arbeitest bei Rocket Beans TV? Nee, eigentlich nicht. Eineinhalb Jahre jetzt ungefähr? Nein, war gar nicht zögerlich. Ganz klares anderthalb Jahre. Ganz klar. Ach nee, zögerlich war nur das mit dem Haus 9, aber das ist natürlich schwierig. Und auch für die Zuschauer da draußen völlig uninteressant. Aber für uns ist es wahnsinnig spannend, wer in welcher Hausnummer arbeitet. Okay, Sam, wenn du nicht noch ein Lied singen möchtest? Nee, ganz ruhig gern sogar. Deswegen würde ich mich wieder verkrümeln. Vielen Dank, Sam! Eine wahre Unterstützung für die Social Media-Abteilung. Ich habe jetzt doch nochmal eine Rückfrage, die glaube ich schon mehrmals gestellt wurde. Ich habe es immer noch nicht drauf. Wenn ich es weiß, darf ich dann mein Team auch einfach unterbrechen und das reinrufen? Nein, du darfst dich unterbrechen, aber du kannst ihm sagen, ich kann lösen. Okay. Also echt? Wenn Andreas dann wie gerade sagt, nö, er will nicht, dann so. Okay. Weil du bist halt nicht dran, aber du kannst ihn versuchen zu überzeugen. Okay. Das hatte ich auch so verstanden. Nee, aber dann ist das ja richtig. Dann war dein Nö auch trotzdem entschieden. Das ist so lange das Gefühl. Aber ich muss dann ja eine Frage stellen. Nein, nein, du hast gefragt, bist du Mendeley? Nein, nein, das lösen wir. Genau. Wenn einer auf dem Team sagt, ich weiß schon Bescheid, dann kannst du dir einen Tipp holen und ich muss es selber sagen. Ach so, nee. Nur die Gefahr ist natürlich. Egal, ja. Die Augen binden wieder drauf. Wir haben noch eine allerletzte Person. Die wollen wir natürlich trotzdem noch sehen im Studio. So alle sind wieder nicht sehend. Und wir können die nächste Person reinlassen. und da galoppiert sie auch bereits. Das stimmt. Also eine galoppierende Person. Alles klar. Du entfährst. Die Person steht nun am Mikrofon. Wir haben die Beans anfangen lassen. Könnt ihr wieder anfangen? Wer hat gerade gelöst? Johanna, das heißt, Krogi wäre jetzt dran. Hallo. Wieso ist denn Krogi jetzt dran? Das stimmt allerdings. Haben wir gerade erklärt. Ich habe gerade gelöst. Okay. Ja muss geantwortet werden, richtig? Gut. Bist du männlich? Das ist ein Ja? Oh. Können es nur noch ein paar sein. Ist es ein Ja? Ja. Okay, danke. Arbeitest du vorwiegend im Homeoffice gerade? Das ist ein Ja. Okay. Kann jeder sein. Mhm. Bist du Simon? Bist du Simon? Nein. Ich frag mal. Ähm ... Hast du mit ... Hast du auch primär mit ... Video ... Bearbeitung zu tun? Das ist ein Nein. Ihr dürft selbst entscheiden, wer jetzt startet bei euch. Ich denke rein vorgelegt. Simon glaub ich, der hat noch gar nicht, oder? Okay, ja. Gut, Simon. Ähm ... Sitzt du bei der Arbeit viel vor Bildschirmen? Ja. Wer wäre denn nicht ... Wie sieht das aus? Du kannst dir mal fragen. Also, um reinzukommen, um warm zu werden. Ähm ... Ja. Bist du an der Produktion von Sendungen direkt beteiligt? Direkt? Es ist ... Also, Sales wäre zum Beispiel nicht direkt beteiligt. Es ist schwierig zu deuten, deswegen fragt eine andere Frage. Okay, okay. Vor allem nach deinem Zusatz darf ich jetzt natürlich nichts mehr sagen. Warst du ... äh ... Warst du schon mal auch on air tätig? Also, als irgendwas? Ja. Hä? Ich glaub ja. Was geht denn mit dir, ey? Ich glaub ... Boah ... Hat jemand ne Frage? Kann ich weitergeben? Ja. Okay, ich geb weiter. Ich fand die Idee, die du hattest, nicht schlecht. Bist du ... Sitzt du in der Elf? Ja. Bist du Anu? Bist du Anu? Anu! Das ist das erste Leben. Ähm ... Das ist leider tot. Ihr seid ... Scheiße, ich bin noch nicht tot, aber das ist das erste Leben. Warum denn die Anu nicht kommen? Ist die Anu nicht nur das Glück, oder was? Anu hatte kein Interesse. Also, als letztes hat Krogi ... Wir haben ihn mehrfach gebeten. Ja. Nein, also, die letzte war, glaub ich, Krogi. Das heißt, Valentin, wenn ich das richtig noch überblickere. Willst du ... Ja. Willst du dir was sagen, Johanna? Weiß nicht. Nee, mach erst mal. Ich stell erst mal noch mal ne Frage. Aber gut, die könnte natürlich dann noch wieder zurückgehen. Ähm ... Also, bist du dir schon sehr sicher, Johanna? Ihm ... Hm ... Hm ... Okay, ich versuch's noch zu konkretisieren mit vielleicht der Frage ... 11, ja. Ähm ... Also, ihr schreibt nicht, wo die 11 ist bei uns immer. Ähm ... Wisst ihr, was ich meine? Da läuft man oben irgendwo durch und ich weiß, dass die Antlik- in der Redaktion halt. Redaktion ... Ist das nicht 13? Nein, die gibt's nicht. Hä? Die haben extra gecancelt, die 13. Ähm ... 13 ist ... Nee, 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 ich warte drauf, dass nicht mehr sich über Hausnummern unterhalten wird. Ähm ... Ach ja, ist das Hausnummer zu hoch. Machst du eher einen organisatorischen Job? Ja. Hm. Ähm ... Was auch immer das bedeutet. Ja, ich meine damit, wenn's nicht Video ist, dann ... Das waren ja. Ähm ... Ähm ... Kannst du dir doch helfen von Johanna? Ja, okay ... Ja, ich geb an Johanna weiter. Ähm ... Spielst du Gitarre? Nein. Was? Scheiße. Hä, was ist das denn? Verrannt, komplett verrannt, sehr spezielle Frage. Es gibt einen Kollegen, der hat im Homeoffice ganz viele Gitarren immer. Ja, der ist es aber nicht. Ja, der ist es aber nicht. Der ist es. Okay. Nils. Ich lube es. Ähm ... Okay, ich weiß nicht, ob ihr das schon gefragt habt. Bist du schon länger ... Also, beziehungsweise ... Hm, aber wie frag ich das? Hast du ... Gab es mal eine Phase, in der du nicht bei Rocket Beans gearbeitet hast und bist dann zurückgekommen? Nein. Das ist ein Nein. Andreas? Andreas? Gab's mal eine Phase, in der du dich hinterfragt hast? Ähm ... Tja, gut. Ähm ... Ich glaub ... Warte mal. Ach so, er war auch schon on air.ua. Okay, das irritiert mich jetzt gerade. Ähm ... Das sind 95 Prozent aller ... Ja, aber es irritiert ihn. Ja, es irritiert mich dann. Es ist in Ordnung. Ich darf irritiert sein. Na, Johanna hat ja jetzt auch ... Jemand von euch? Weiß jemand von euch weiter? Ich hätte eine Frage. Okay. Dann hau raus, Johanna. Ich hab's auch eine Frage. Ähm ... Beschäftigst du dich mit Klamotten? Ah ... Das ist ein Nein. Was? Mit Klamotten? Er steht komplett nackt da. Ich dachte, das wäre nackt für Alex. Budi oder Simon? Nee, du bist raus, Simon. Ich bin oben in der Elf. Bist du länger als drei Jahre schon da? Gute Frage. Das ist ein Ja. Gute Frage. Bist du länger als fünf Jahre da? Das ist ein Ja. Wow. What? Das grenzt es ein. Ähm ... Prakti sieben. Prakti sieben. Ja, nee, das ist so eine magische Grenze. Ja, okay. Bist du schon länger als zehn Jahre dabei? Nee, nee, nee. Nein, das ist nicht so. Ich glaub nämlich ... Ja, gut, okay. Ich hab eine Vermutung. Ihr seid wieder dran. Sucht's euch aus. Offiziell ist, glaub ich ... Du arbeitest ... Achtung, du arbeitest nicht in der Regie. Ja, er arbeitet nicht in der Regie. Kein direkter Kollege. Dann sind wir ... Erinnert euch dran, dass der immer noch viel im Homeoffice ist, ne? Ja, ja, ist schon klar. Aber damit hab ich jetzt eine Etage aus ... Ja, ja, das stimmt. Wirst du fragen, ob seine Abteilung eh beginnt? Oder? Nee, frag selber. Kannst mir das wiedergeben. Beginnt deine Abteilung mit P. Das ist ein Nein. Was? Ja, aber wir haben doch auch gar keine Abteilung. Aber das wär halt auch dumm gewesen, die Frage. Die Frage war in sofern dumm, weil an Produktion ist halt nicht direkt ... Producing, okay. So ist es gemein. Bin ich dran oder sind wir dran? Ja, ja, ihr seid dran. Streamst du ab und zu auf Twitch? Das ist ein Ja. Oh. Hast du vielleicht schon mal so ein bisschen Interesse an Pen & Paper gehabt? Das ist ein Ja. Ein ganzes Ja. Hast du vielleicht sogar schon mal ein Spiel geleitet? Ja, das ist ein Ja. Okay. Stefan Jiva. Das ist Stefan Jiva. Das ist Stefan Jiva. Geil, Alter. Sehr gut, sehr gut. Stefan. Stefan. Bist du enttäuscht, dass die nicht schneller auf dich gekommen sind? Ja, ich bin sehr enttäuscht. Also ich dachte eigentlich, dass man mich relativ schnell erregt. Aber naja. Nein, das ist natürlich sehr speziell. Und eure Fragen waren auch sehr speziell. Auch, dass man den Gitarren ... Vielleicht hätte ich ja Gitarre gespielt, aber ich glaube, es hätte dich noch weiter verwirrt, Johanna. Aber ich spiele keine Gitarre. Du hast ja auch viel die Abteilung gewechselt. Ja, erst mal das. Ich saß quasi schon überall. Genau, ich saß schon überall. Aktuell eine Elf oben. Das vergessen halt viele, glaube ich auch, dass da halt noch irgendwie Leute sitzen. Ich war da oben die ganze Zeit. Du bist doch überall. Du bist doch überall. Du bist doch seit 2015. Und bei 2015? Ja, ich bin seit Mai 2015. Ja, jetzt sind da sieben Jahre. Nein, Mai. Hey, hey, hey. Es sind sechs Jahre. Wenige Monate. Wenige Monate. Du kannst uns alle erpressen jetzt hier. Es ist hart. Geil. Hammer. Stefan. Stefan. Vielen Dank. Sehr gut. Viel Spaß noch. Ich drücke euch die Daumen und dann ... Danke. Ich bin wirklich traurig jetzt, ey. Wieso denn das, bitte? Ach. Also, das war Steffen Giva hier noch zum Schluss. Vielen Dank nochmal an euch drei, dass ihr da wart und dafür gesorgt habt, dass es nun 2 zu 1 in dieser ersten Runde steht. Sprich, der erste Punkt geht quasi schon bei Verboni an unsere Redaktion. Yes. Kleinen Applaus. Johanna. 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 Grodi, der einzige faire Sportsmann hier. Ach schon. Nun kommen wir aber weiter. Ich hab am Anfang gesagt, es gibt drei Runden und das heißt, wir haben noch zwei. Und die nächste Runde gefällt mir auch besonders gut. Ich erklär euch kurz, was nun ansteht. Steht's nicht 2-2? Ja, 2-2. Nein, also das ist quasi jetzt hier aus diesem Wer-Bin-Ich-Ding. Das heißt, hier ist der erste Punkt schon mal eingesackt worden. Insgesamt gibt's ja drei bei Wer-Bohn-Ich. Ist alles ein bisschen kompliziert, aber wir haben das im Griff. Jetzt kommt nämlich Wer-Bohn-Ich? Nach Wer-Bohn-Ich kommt jetzt Wer-Bohn-Ich? Es geht darum, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Haus gut einzuschätzen. Also, wem ist was zuzutrauen? Es geht um Geschichten, die Personen erlebt haben oder auch nicht. Das gilt es quasi herauszufinden. Ich werd euch gleich eine Anekdote vorlesen und ihr müsst erraten, wer diese Anekdote erzählt hat. Einfach reinrufen oder was? Nein, die Teams antworten, indem sie den Namen auf eine Karte schreiben. Ja, hier. Genau, ihr habt die Karte. Und dann dürfen sie jeweils erläutern, warum sie diese Person vermuten und danach kommt die Auflösung per Video. Nur ein Name. Ein Team, ein Name, ein Name. Genau, und wir machen's euch richtig einfach. Wir machen's euch richtig einfach, denn es ist quasi eine Ein-Drittel-Chance, weil ihr drei Gesichter angezeigt bekommt, vorne auf dem Screen und ihr müsst dann nur noch sagen, wer von den drei Personen es gewesen sein könnte. Das habt ihr verstanden, oder? Also bitte nicht reinrufen, sondern aufschreiben und danach lösen wir auf. So, die allererste Anekdote. Übrigens gibt's pro richtigen Tipp einen Punkt und zum Schluss schauen wir mal nach diesen drei Durchgängen. Wer die meisten Punkte geholt hat, ähnlich wie gerade. Die Sachen sind wirklich passiert. Das ist wirklich ulkig. Das ist ja hammergeil. Das ist wirklich toll. Und ihr müsst einfach einschätzen, wer das wohl erlebt hat. Also, die erste Anekdote lautet, wer von diesen hat mal für den Crush eine Fototorte mit Patrick Nuh darauf bestellt? Das ist ja eine saugeile Frage. Maximilian aka Max, Tim oder Fabian. Hatte ich nur ein toller Mach's da. Ne, macht ihr das. Ich halte mich. Ich halte mich. Das hältst du. Das stimmt schon. Ironisch. Dass die das regeln. Wir können ein bisschen Stimmen reinbringen, dass sie nichts hören, aber Walle müssen wir uns unterhalten. Die Punkte werden übrigens alle zusammengerechnet. Also momentan steht's 2-1. Wir haben jetzt nicht wieder auf 0 und gucken, wer die nächste Runde gewinnt, sondern jetzt werden die Punkte addiert. Das nochmal zum Verständnis. Also, die zwei Punkte sind auf jeden Fall schon mal gesetzt. Ey, ich glaub, die gleiche Person, die auch auf Jason Rolos fliegt. Echt? Und das ist klar. Tim, 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 Tim ist 100%ig weißig. Alles klar. Ja, aber der findet das... Also, das Ding ist schickend sich auch häufig. Das ist Tim Rolos. Sexuell aber. Ich würd jetzt... Ja. Tim war nicht. Fabian Krane, Tim oder Max. Wer von diesen hat mal für den Crush eine Fototorte mit Patrick Nuh darauf bestellt? Schreibt mal in die Kommentare, wer gerade nochmal Patrick Nuh googeln musste. Kann schon lustiger Gag sein. Das stimmt. Kann schon lustiger Gag sein. Oder haut's direkt auf Twitter. Hashtag Geburtstag. Stimmt, stimmt. Hashtag Geburtstag. Also, das könnten alle sein. Das könnte auch immer. Aber ich mein... Wir haben eine Entscheidung. Ist doch gut. Steht ja schon. Also, der ist zu jung. Steht ja schon. Nee. Nuh ist rex. Er kann ja. Ja, das Ding geht nicht. Dreh mal um. Hä? Okay. Valentin, wie du gekluckt hast. Nee, ich hab nur... Wir haben einen Fehler gemacht. Also, habt ihr's auch aufgeschrieben? Sehr gut. Ihr habt's alle aufgeschrieben. Wollen wir erst mal gucken, was ihr getippt habt? Bitte erst mal Johanna umdrehen. Wir haben Tim. Ja, auch. Warum? Ähm, weil Patrick Nuho ein bisschen in die Trash-Richtung abgerutscht ist. Ich glaub, der war im Dschungelcamp, der war so ein bisschen spielig unterwegs. Vielleicht hielt er es für einen guten Gag, da einfach die kleine Schmalzlocke, die Patrick Nuho ja auch isst, da auf den Kuchen zu machen, um das zu verschenken. Wer ist genau Patrick Nuho? Das ist so ein Sänger. Das ist so ein Sänger. Alles klar, für alle, die das nicht wussten. Und ihr habt folgendes getippt. Ja, wir kennen ihn. Wir haben auch Tim, ähm, ja, auch wegen dieser Trash-Commune, weil ich hab überlegt, wer kann überhaupt, wer kennt den überhaupt? Ich glaub, für Fabian ist das schon zu lange her. Ich glaub, der war erste, zweite, dritte Staffel DSDS oder so. Ich glaub, das war vor Fabians Zeit. Bei Max sind wir uns nicht sicher, da wissen wir aber auch zu wenig über Max. Jetzt so eine dunkle Seite ist das stimmt. Ja, das will man auch nicht wirklich wissen, was er dann tatsächlich... Also, da trauen wir uns nicht ran und deshalb gehen wir safe mit Tim. Das Einzige ist halt der Non-Cringe-Faktor. Also, wenn man wirklich gesagt hat, damit tue ich jetzt meiner Freundin was Gutes, oder? Ja, von den drei glaube ich nicht. Naja, doch, das trifft auf alle drei, würde ich schon sagen. Das auf jeden Fall. Ich glaub, noch nicht so richtig an diese ironische Komponente. Doch, bei Tim, das muss ich sagen. Doch, bei Tim schon. Nee, aber das wäre nicht so ein Revelation. Wisst ihr, was ich meine? Oh, gut, egal. Ja, aber... Wir haben es ja geschrieben, also jetzt ist gut. Wir kommen jetzt ohne weiteres Gelaber zur Auflösung. Wer hat... Oh Gott, 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 Gott. Das ist Tim! Ja, das ist unser Timmy-Bord. Tim ist also richtig. Ihr habt beide... Alle, beide Teams haben einen Punkt bekommen und wir schauen jetzt mal rein, was Tim dazu zu sagen hat. Geil. Tja, jetzt denkt ihr euch, hä, warum hat Tim denn eine Fototorte mit Patrick Nuho drauf bestellt beim Bäcker? Tja, das kann ich euch sagen. Die Fototorte war natürlich nicht für mich. Also, ich meine, klar, Patrick Nuho natürlich krasser Typ, aber ja, ich habe die tatsächlich als Geschenk bestellt für meine damalige große Liebe. Eigentlich mega dumm, also ich weiß überhaupt nicht, was ist das für ein Move? Aber keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt dachte ich anscheinend, okay, ich mache ihr mal eine Freude. Sie war der mega Patrick Nuho-Fan und ich habe dann gedacht, so okay, zum Geburtstag schenke ihr was richtig krasses. Ich bestelle ihr beim Bäcker so eine richtige fette Torte und da machen die obendrauf das Foto von Patrick Nuho. Und dann bin ich morgens vor der Schule zu ihr, die hat so voll außerhalb gewohnt, auf irgendeinem, also irgendwie voll aus so einem kleinen Scheißdorf, irgendwie da um Magdeburg drumherum, irgendwo im Umland. Und dann bin ich halt, habe ich mich wirklich losgemacht vor der Schule, dass ich dann sozusagen rechtzeitig bei ihr bin, um dann mit ihr zur Schule zu gehen, habe dann morgens da irgendwie, habe mir ein Hemd angezogen und sonst was mit dieser Fototorte da hin und habe mir dann morgens irgendwie alles Gute zum Geburtstag gewünscht, die Torte übergeben. Eine mega dumme Aktion hat mir auch überhaupt gar nichts gebracht. Natürlich waren wir niemals zusammen und es war einfach absoluter Fail. Also absolut Fail und ja, sehr dumm. Das ist ja die schönste Geschichte. Vielen Dank an Tim für diese tolle Geschichte. Man muss sagen, Budi hatte den richtigen Riecher, du hast einfach Menschenkenntnis 100. Wir müssen dazu sagen, wir haben gedacht, dass Tim das ironisch gemeint hat. Ja klar, hätte ich auch gedacht. Und dass es vielleicht noch nicht so lange her ist. Aber wir haben, ey, recht ist recht. Ich hätte das auch bis vor einer Minute dachte ich auch, es war ironisch. Ja, die drei waren sehr traurig. Er sollte sich auch erzählen. Vor allem hat Tim auch gesagt, hä, natürlich weiß jeder, wer Patrick Nuo ist. Okay, also wir kommen zur nächsten Anekdote. Ihr habt beide einen Punkt geholt, im Moment steht es 3 zu 2. Bei Wer bohne ich? Die nächste Anekdote lautet, wer von diesen ist in Loret de Mar, oder ich glaube man sagt Joret de Mar, bei einer Mr. Beach-Wahl auf der Bühne gelandet? Und jetzt ist es einer Mr. Beach-Wahl. Das könnt ihr euch einfach überlegen. Könnt ihr euch überlegen, laut, genau, schaut euch einfach an, wie es heißt, Mr. Beach-Wahl, was ist das wohl? Dennis, Arno oder Eduard? Entweder der besoffenste, oder der kann dir die Geschichte aber erzählen. Er hätte sie erzählt. Aber will jemand noch was trinken? Ein schlechter Barkeeper heute. Nein. Willst du noch was trinken? Ein Bier, oder was? Ja. Ein Bier, bitte schön. Einmal den PCR-Test, bitte. Als freundmäßig. Das ist ein paar Jahre alt. Never, ever. Ja, aber als Kind ist es ein Party-Event. Ich habe eine Anhaltskette, ja. Das kann doch auch. Das hilft, das hilft. Das könnt ihr euch vorstellen. Doch, sind wir sehr sicher. Doch, doch. Ich bin mir 100%. Versteht, was ich gerade? Genau das. Also wer auch immer dachte, ein Kasten Bier reicht beim siebten Gewohnstag. Ich weiß nicht, was ich meine. Nachsitzen. Okay, ja. Deswegen ganz weit vorne. Mit Eierlieb. Da zeigt er doch auch. Eierlieb. Aber er würde es nicht machen, wenn es um ihn herum passiert, wäre er dabei. Aber Arno wäre aber auch irgendwie gerne, glaube ich, Teil des Abends. Arno hätte uns die Geschichte schon mehrfach erzählt. Also ich würde sagen, so langsam solltet ihr ein Ergebnis aufschreiben. Soll ich das jetzt machen? Ja. Wir sind uns am nächsten einig. Das ist für mich als Außenstehender sonst recht langweilig hier. Das darfst du aber nicht sagen gleich. Ich sage noch mal Prost an euch da draußen. Vielen Dank nochmal für eure Treue. Prost. Auf euch. Ohne euch. Werden wir nicht. Ohne am Ende. Lars, hast du noch eine für mich? Ja, aber es ist warm. Echt? Ja, dann ist es so. Okay, während ich hier noch Bier austeile, habt ihr hoffentlich schon eure Namen aufgeschrieben. Also nicht eure Namen aufschreiben, sondern die der Person, von der ihr denkt, dass ihr bei der MrBeach-Wahl auf der Bühne landet. Ja, es ist das letzte Bier. Ne, vorletzte Bier. Dann würde ich das nehmen. Danke. Danke. Will noch jemand ein Bier? Ja, gerne. Wir haben einmal Pfand zurück. Verständlich. Alles klar. Habt ihr die Pfandmarke noch? Ja. Okay, alles klar. Einmal zurück, bitte. Wir drehen jetzt einfach, weil die Beans nicht so versoffene Schweine seid wie ihr. Können die schon mal umdrehen. Was habt ihr gesagt? Wer ist auf der Bühne gelandet bei der MrBeach-Wahl? Wir denken, es ist Eduard. Ach, Eduard. Die stille Wasser sind tief. Und Eduard ist ein Party-Mensch. Ja. Party-Animal. Und alle anderen haben wir ausschließen können durch die Kunst der Deduktion. Deswegen kann es nur Eduard sein. Also, Arno ist zu sehr Hippie unterwegs. Der ist nicht der Typ für Lorette. Bei Dennis, dem würde ich zutrauen, dass der mal so eine Phase hatte, wo der mal irgendwie im Bus nach Lorette mag. Das wäre aber Tourette mag. Ja. Und Eduard passt irgendwie auch, dass der jetzt, weil der ist ja eher ein stiller Typ, so ein bisschen introvertiert, aber dass der jetzt hier die krassste Story erzählt, so, die wir je gehört haben, da haben wir jetzt auch alle Bock drauf. Ich kann mir das sehr gut vorstellen bei Eduard. Wirklich. Das ist die Frage, ob wir uns das vorstellen wollen und wir sagen ja. Wenn man Eierlikör getrunken hat, dann geht der ja auch. Na, ey, was habt ihr denn gesagt? Ja, wir wissen es natürlich ganz genau, denn diese Person ist natürlich auch mal Hip-Hop-Deutscher Meister gewesen. Und in Lorette Ma ist ja bekannt unter dem Namen, das wisst ihr natürlich nicht, Eduardo. Und damit ist er nicht. Tatsächlich. Und damit hat er natürlich die Punkte geholt. Ganz klar. Als Mr. Beat. Wir wissen es wirklich? Natürlich, selbstverständlich. Ja, aber da haben wir noch beide Punkte. Wir vermuten, wenn er dann so Abi-Fahrt vielleicht, sowas hätte das sein können. Nein, wir wissen nicht, aber Arno kann es, also, das kann nur Eduard sein. Ich glaube auch nicht, dass Dennis das gemacht hat, so aus meiner Einschätzung und Arno. Und wenn Arno, dann hätte die Geschichte schon mehrfach. Bei Arno wäre es vielleicht in New York gewesen oder so. Also, ich würde fast sagen, selbst wenn es Eduard nicht sein sollte, sollte er 2022 mal nach Joab fahren. Willkommen zu einer Auflösung, bitteschön. Oh, was ist das? Nein! Nein! Wirklich, Mr. Beat? Das ist Dennis. Mr. Beat? Mr. Beat? Wie geil ist das der Dennis? Einige Leute hier fragen sich, wieso sie das noch nicht gehört haben. Und Dennis hat, Respekt. Warum ist die Videos nicht? Das habe ich mich auch gefragt, wieso das hier gerade enge Freunde auch, die hier versammelt sind. Das ist offensichtlich eine Sache. Die hat er sich aufgewacht. Aufgespannt. Ausziehen. Ich gerade ausziehen. Ich leug, ich leug. Okay, Dennis. Erzähl. Ich bin mit Freunden nach Lorette Mar gefahren, Partyhochburg. Und da haben wir auch ordentlich Party am Strand gemacht. Da war so eine Strandbühne aufgebaut, da soll die Mr. Beach-Wall stattfinden. Und der Reiseleiter kommt zu mir und fragt, hast du nicht Lust in der Jury zu sitzen zur Mr. Beach-Wall? Und ich habe natürlich gesagt, ja klar, bin ich sofort dabei. Und bin da mitgegangen, habe mich da hingestellt. Und dann hieß es plötzlich, ja, und los geht's, willkommen zur Mr. Beach-Wall. Und dann fiel mir auf, ich stehe ja gar nicht, ich sitze ja gar nicht in der Jury, sondern ich stehe mitten auf der Bühne. Und dann ging's aber auch schon los. Und ich war oben ohne Badehose, habe angefangen zu tanzen. Und so wurde ich, ja, getrickt, bei der Mr. Beach-Wall mitzumachen. Ich hab nicht gewonnen. Er ist der Partyboy von Rocket Beats. Dennis Wichert hat eine dunkle Seite. Absolut. Ab jetzt ist sein Spitzname, auf jeden Fall. Aber so kann ich's mir vorstellen. Ich dachte, er war Jury und dann war Schatz. So macht Sinn. Da kommen wieder ganz viele eigentlich in Frage. Siehe uns alle hier auch. Hätte uns allen passieren können. Uns hätte es passieren können bei Eduard, finden wir aber nach wie vor, dass er es hätte tun sollen. Ja, aber das passt so, der Junge. Hier ist durch Eduard. Große Karriere jetzt. Wir kommen zur nächsten Anekdote. Wir haben drei insgesamt. Hier gab's leider keine Punkte. Es steht nach wie vor 3 zu 2. Die nächste Anekdote lautet. Wer von diesen hat 2017 beim Northeastern Ohio International Film Festival den Preis für den besten Sci-Fi-Film bekommen? Was? Den was? Beim was? Ist es Laura, Peter oder Katha? Wer von diesen hat 2017 beim Northeastern Ohio International Film Festival den Preis für den besten Sci-Fi-Film bekommen? Kannst du es konkretisieren, welche Art von Sci-Fi, also ich meine, war es für die Regie oder für die Schauspielerei oder für die Probs, für die Requisiten? Kann ich nicht vertiefen, weil ich es nicht weiß und weil es dann vielleicht auch leichter werden würde. Ich weiß nicht, aber ich habe einen guten Guess, weil ich... Jetzt wollen wir noch mal. Ne, wir sagen es nur noch. Ja, das war mein Guess. Achso, das war mein Guess. Bester Sci-Fi-Film. Ja, Ohio International Film Festival. Laura, Peter oder Katha? Laura, das ist schon so viel. Aber das ist eine gute Auswahl. Ist ja eindeutig, Peter. Also es geht um den besten Science-Fiction-Film, so wie es da steht. Gar nicht... Ja, aber die Bedingung ist ja... Worum ging es? Geht es um den Look oder das Feel? Du kennst nicht das Northeastern Ohio International Film Festival? Wobei das natürlich auch schon... Wir geben da auch schon sehr viel Credit rein, ne? Also kannst du ja auch andere Positionen haben. Das stimmt. Habt ihr was aufgeschrieben? Ja, das stimmt. Habt ihr was aufgeschrieben? Ja. Redaktion, habt ihr was aufgeschrieben? Ja, wir haben was aufgeschrieben. Gut, alles klar. Ich breche das jetzt hier mit ab. Und wir wollen erst mal wissen, die Redaktion, beziehungsweise... Ja doch, was habt ihr denn getippt? Redaktion? Also, ey, wir wissen es nicht. Wir haben auf Katha gesetzt, aber wir wissen, sie ist Actress, wie man sagt. Und ist da auch schon ein bisschen rumgekommen. Peter, da haben wir einfach vermutet, er hätte es uns schon ungefragt gesagt. Wenn er das gewonnen hätte. Auf die Urkunde gezeigt. Genau. Weil Laura, die ist halt auch super, es geht, muss man einfach mal sagen, eine der Besten hier in der Firma. Deswegen würde ich ihr jeden Preis der Welt geben. Aber ich glaube, sie war einfach nicht da. Sie war nicht in Ohio. Nee, Katha war ja Schauspielerin. Ist sie immer noch. Ja, genau. Wobei es ist ja hier nur eine Zwischenstation. Deswegen, wir hoffen, dass Katha das war. Ich weiß gar nicht, ob man da sein musste, dann letztendlich um den Preis zu gewinnen, aber das ist was für die Details im Anschluss. Die Bienz, was habt ihr gesagt? Ja, unsere Wahl ist eigentlich nicht schlecht. Wir haben gesagt Laura. Und zwar haben wir uns gedacht, Laura ist kulissentechnisch so gut, dass wir uns sehr gut vorstellen können, dass sie für irgendeinen Sci-Fi-Film entweder Kostüme oder Kulisse gemacht hat. Ja. Und deswegen haben wir mal gesagt Laura. Ja. Sie hätte es verdient. Aber alle hätten es verdient. Liebe Leute, wir haben einmal die Laura und einmal die Katha und lösen nur aus. Ich bin sauer, wenn mir Laura das nicht erzählt hat. Und? Ja! Das ist der Punkt für die Bienz. Es war tatsächlich... Ich kenne die Leute hier. Ich kenne die Leute. Laura. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal die Geschichte dahinter hören. Stark. Stark. Respekt. Hallo, it's me, Winner of the Northeastern Ohio International Film Festival Category Best Science Fiction Film. Ja, damals konnte ich leider dem Festival nicht persönlich beiwohnen, um den Preis entgegenzunehmen. Bei vielen europäischen Festivals, auf denen der Film lief, konnte ich anreisen und es war immer sehr schön. Ja, und nachdem ich das Projekt dann abgeschlossen hatte und mir dafür diverse After Effects Skills, 3D-Animations Skills, Partikelsimulationen und so weiter angeeignet habe, dachte ich mir, es reicht jetzt erstmal. Ich habe meinen Stapel Festplatten, den dieses Projekt verschlungen hat, sicher in der Schublade verstaut. Ja, und seitdem stelle ich dekorativ Kunstpflanzen ins Bild. Das ist tatsächlich ein Stummfilm-Festival, deswegen haben wir jetzt gerade nichts gehört. Ah, geil. War ein Gag, den wahrscheinlich nur die Live-Leute verstehen werden, weil wir natürlich fürs VOD das Video zurechtschreiten werden. Sorry, hier für die technischen Probleme, ihr habt das leider nicht gehört. Müsst ihr also, obwohl oder übel, aufs VOD klicken. Okay, wir haben da andere Informationen aus dem Chat bekommen, aber... Ja, aber ich weiß auch völlig egal. Teils wird's gewesen sein. Wunderbar. Also, herzlichen Glückwunsch an die Beans und an Laura für diesen fantastischen Preis. Laura, Respekt. Spannender könnten wir nicht in die allerletzte Runde bei Werbohneich springen, denn es steht jetzt 3 zu 3. Ihr habt tatsächlich den Ausgleich geschafft. Der Vorsprung ist hinüber. Jetzt geht es um... Wer postet sowas? Ein Spiel, das wir auch schon mal gemacht haben in der neuen deutschen Abendunterhaltung. Rest in Peace. Es geht darum, dass wir uns die Tweets... Wer war noch ein recht beliebtes Late-Night-Show? Ich tu mit so... Andreas und mir. Tweets und... Wie gut, kennt ihr euch wirklich mit euren Social-Media-Freaks hier in der Firma aus? Was haben die getwittert? Was haben die auf Instagram gepostet? Und so weiter. Dein Moment jetzt. Ich werde euch... Wir werden also einen Tweet oder was auch immer ein Medium einblenden. Und ihr ganz kurz noch mal zuhören. Ihr müsst dann erraten... Nee, jetzt noch mal zuhören, bitte. Entschuldigung. Und genau ab jetzt dann zuhören. Entschuldigung. Und jetzt... Dann müsst ihr aufschreiben wieder, wer das gewesen sein könnte. Ihr bekommt natürlich wieder eine Auswahlmöglichkeit. Und dann machen wir das so wie vorhin. Also... Wir schauen in das allererste Ding rein. Und zwar steht hier... Zum einen, ich hab tatsächlich die olle Xbox angeschlossen und spiel jetzt Silent Hill 2. Mit dem fetten Controller. Schauen wir. So, genug Silent Hill. Kannst ja nicht mehr zocken, sowas. Steuerung geht gar nicht. Ich geh lieber pennen. Wir haben zur Auswahl Colin, Trant und Fabian. Nein. Hundertprozentig? Ja. Diskutier gar nicht, ich weiß es. Nein. Jetzt fällt mir sehr schwer. Ja, ich kann's dir aber gleich erklären. Ja, okay. Okay. Ja, find ich auch. Was hier natürlich auch pfiffig ist, ist, dass wir nicht das genaue Datum sehen. Wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, in welchem Jahr... Beide nehmen das Wort oft in den Mund. Und das dann letztendlich gepostet wurde. Wir wissen, dass es im Sommerloch gepostet wurde. 14. und 15. Juli. Das kann doch schon... Okay. Das ist so... Das stimmt. Warte, warte. Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Guter Punkt. Ist das Twitter? War das Twitter? Ja, ist eine gute Frage. Das ist einfach nur irgendwo gepostet worden. Das ist Twitter. Ja, ja. Also, Twitter. Das ist Twitter. Egal, wie hast du das jetzt? Das ist Twitter. Können wir es noch einmal kurz sehen, bitte? Das können wir noch einmal kurz sehen. Ja, ja. 14.7., 15.7. Welches Jahr? Das ist eine Information, die wir euch nicht geben wollten, weil es ja umso spannender ist. Aber welches Silent Hill? Wir haben doch was jetzt. Silent Hill 2. Aber glaub's mir. Also, ich würde sagen, ihr habt ja relativ schnell schon was aufgeschrieben und ihr solltet das jetzt auch tun. Das muss nicht mehr in die Länge gezogen werden. Ich will es auch nicht entscheiden. Aber einer muss es jetzt entscheiden. Johanna, du. Ich gucke mal bei der Frage... Hör auf ihn! Hör auf ihn! So. Johanna kennt die doch gar nicht. Ne, wirklich. Was sind das für Männer? Ich bin noch nicht bei Twitter. Wenn es um Insta geht, bin ich bereit. Da habe ich... Kann dir keiner was vormachen, ne? Okay, dann, liebe Johanna, was hast du denn draufgeschrieben jetzt letztendlich? Ja, wir haben uns für Trant entschieden. Warum? Ich glaube, wir haben relativ schnell ausgeschlossen, dass der eloquente Fabian Kolfer so ein Wort wie Olle in den Mund nehmen würde. Da fehlt doch ein Punkt. Auf dem Silent Hill 2 hat er doch, glaube ich, auf dem Sender auch nachgeholt. Ich hoffe, Trant schüttert wenig, aber das ist so ein uralt Tweet von ihm war, den man vielleicht rausgegraben hat. Colin hat immer nur so TV-Tweets und guckt mal, was ich vergete. Das Busserfässchen ist weg. Ja. Das ist nicht mehr im Sortiment. Nur was. Ja, hier Versprecher in der Tagesschau, Leute. Okay, vielen Dank. Was habt ihr gesagt? Eddie, du warst dir ganz sicher. Na, also Eddie warst dir ganz sicher. Trant, ich war ein bisschen unsicher, weil ich weiß, der Trant twittert nicht. Deswegen wollte ich das Ja wissen. Silent Hill kann ja auch Teil 2 sein oder 3. Also, es kann sehr alt sein. Ja, Trant würde Olle schreiben, sehr hessisch. Ja. Kann man probieren. Ich bin mir 100% sicher, dass es Trant ist, weil ich bin ja in einem Forum, in einem Gaming-Forum mit ihm, wo er tatsächlich häufiger schreibt. Ja, ja. Und ich weiß, dass er immer nicht schreibt, wo er immer nicht schreibt, statt nicht. Aha. Das ist hier schon Profiler-Work. Deshalb weiß ich, dass es Trant ist. Starker Detektiv. Trant. Aber ich frag mich, wie ihr da drauf gekommen seid. Ey, Simon, Darts, bei dir? Obwohl, mal warten. Ich bin auch über die Redensart. Ja, ich auch. Also gut, war Trant der Täter? Wir lösen auf. Und? Ja! Trant war der Täter! Ich würde mich mal interessieren, von wann sein letzter Tweet ist. Das ist doch safe über zwei Jahre her. Ja, glaube ich auch. Ich bin jetzt bei Game 2 zurück. Wir wissen nicht, wann sein letzter Tweet war, aber dieser Tweet war von 2009. Nein, da gab's schon Twitter. Da gab's ja Twitter. Da hab ich mich angemeldet. Ey, aber ist nicht treu geblieben. Das ist gut. Ist nicht sehr treu geblieben. Da war noch die Phase bei Twitter, wo man einfach irgendwie wirklich was getwittert hat, was man grad bei Bock hat einkaufen, es gab noch Milch, cool. Ja, das ist ein Gedanke. Da war die Welt doch enorm nicht gehältig dafür. Ja, cool, der war grad Milch kaufen. Das war die schöne Zeit. Das war die gute Twitter. Das ist die Googling-Years of Twitter. Trant, erzähl mal, gibt's da was? Nö, gibt's nichts dazu erzählen. Was soll man dazu erzählen? Trant erzählt jetzt noch mal im Video, wie er sagt, ja, ich hab's geschrieben. Hätten wir machen sollen fürs nächste Mal. Gut, dann kommen wir zum nächsten Social-Media-Posting. Hier gab es zwei Punkte, aber jeweils einen. Das heißt, nicht spielentscheidend. Das nächste Ding. Ich ernähre mich jetzt nur noch von Kinder-Countries. Das wird schon irgendeine Diät sein, sagt Gregor, schreibt Colin. Und er behauptet Florentin. Wobei, nee, es ist auch ... Ja, ja. Ich hab die Kindersendung zusammen gemacht. Nö. Und Colin will den wecken. Mhm. Das ist nicht, was ich hab's mit zehn. Das ist nicht, was ich hab's mit zehn. Mhm. Das ist auch so. Das ist auch so. Das ist so. Das ist so. Ja, ja, ja. Das ist der Zeit. Und hat ein bisschen. Hat er gesagt, ja. Das ist so. Ja, das ist so. Das war kurz. Ja, das find ich auch gut. Also, momentan steht das vier zu vier. Wir haben jetzt noch ein Solchimia-Posting offen. Danach noch eins. Das war auch diese Ducky Bee. Ja, da ist noch alles drin. Ducky Bee-N-Kack. Den haben wir vor 15 Jahren, mit denen wir gesprochen haben. Er hat eine Phase, wo sowas geht. Aber das will ich übrigens, nee. Und er ist auch jemand, der total exzessiv Süßigkeiten stimmt. Nee, glaub ich nicht. Gut, ich würde sagen, ihr habt jetzt lange genug Zeit gehabt, euch zu beraten. Okay, es ist auch recht bescheuert. Ja, ich finde euren Gäste. Und schreibt jetzt bitte mal euren Namen auf. Ihr habt das schon aufgeschrieben? Ja. Sehr gut. Ja, das ist nur die Idee. Ich glaube. Auch ihr habt's aufgeschrieben. Ja. Ja. Sehr gut. Alles klar. Dann wollen wir erst mal auflösen. Vielleicht diesmal bei den Beans anfangen. Wen habt ihr vermutet hinter diesem Tweet? Also, wir haben Florentin. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen hat Florentin mal eine Phase gehabt vor vielen Jahren, in der er regelmäßig so kleine Gags getwittert hat. Das macht er jetzt nicht mehr, aber das hat er früher gemacht. Und Florentin ist jemand, der, wenn er eine bestimmte Süßigkeit hat, dann isst er die auch komplett auf. Also, wenn der irgendwas im Haus hat, der isst das komplett auf. Und er schmeißt es lieber weg, als es nicht komplett aufzuessen, sozusagen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es, oder wir können uns vorstellen, dass es auf Florentin passt. Wenn man es spricht mit seiner Stimme, dann passt es auch. Wird schon irgendeine Diät sein. Weißt du so, das kann schon was sein, was ihr sagen könnt. Zeig nochmal deine Impersonation von Florentin. Nein. Wird schon irgendeine Diät sein. Stark. Eins, eins. Ich bin komplett verwirrt. Was habt ihr gesagt? Imitation. Ihr sagt es. Oh, ja, wir haben uns für Gregor entschieden. Aber das ist kompliziert, weil... Weiß man nicht. Florentin, haben wir gesagt, würde das nicht twittern. Und wenn doch. Nicht lustig. Und dann würde es löschen. Und man könnte es nicht mehr auffinden, weil es nicht gut performt hat. Ja. Und Colin, da hast du gesagt, dass der Kinderkant sich das mag. Ist ja ein Butterfestchen. Ich hab gesagt, der mag das schon. Aber wir haben ja die große Kindersendung gemacht mit diesen ganzen Produkten. Und da war auf jeden Fall Schokofresh oder so ganz vorne. Und Gregor beschäftigt sich super viel mit Ernährung und so. Mit so... Mit guter Ernährung. Er ist aber kein Posterboy für Süßigkeiten. Ja, das stimmt. Aber er hat doch mal Mäuse zu machen. Um die Ecke, weißt du? Wir hoffen so ein bisschen, dass das ein sehr alter Tweet war. Weil in den letzten Jahren hat Gregor nur so Gaming-Relaxen. Exakt, Gregor weiß, dass er so einen Scheiß nicht essen darf und ziemlich lecker ist. Das klingt voll plausibel, ja. Dann lasst es uns doch einfach mal wissen. Ihr habt gesagt, die Beans haben gesagt, entscheidet alles, oder? Ihr habt gesagt, nein, es gibt danach noch eins. Gar kein Problem. Und die Redaktion hat gesagt, Gregor, wir lösen auf. Lass es Gregor sein. Lass es Gregor sein. Dieser Tweet hat momentan noch 28 Likes gehabt damals. Ich erinnere mich tatsächlich noch an den Tweet. Wann war das denn? Wissen wir das? 2000? Oktober 2015, genau. Du erinnerst dich doch mal. Ich erinnere mich an jeden Tweet von Florent. Ich hab auch die Hälfte seiner Tweets tätowiert bei mir. Also, es steht jetzt 5 zu 4. Ihr habt nicht nur eingeholt, sondern auch aufgeholt und seid jetzt vorne. Jetzt geht's um alles. Verhältst du noch mal? Ja, bei 2019 vielleicht mal, als das Netz an Bedeutung gewonnen hat. Vielleicht da mal reingehen. Wie wir alle wissen, hat der Tweet jetzt wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon über 1000 Likes. Ja. Denn ihr seid ja alle gerade auf Twitter sowieso unterwegs und schreibt Hashtag Geburtstag in den Chat. Also, wir gucken auf das letzte Posting. Schauen wir mal genau hin. Feierabend. Jetzt erst mal schön einen durchziehen. Mit Bild. Hashtag Buffalo Soldier. Was ist das? Hashtag Bananasbliff. Und wir sehen sogar ein Foto. Was ist das? Wir sehen Daneben. Das könnte ja wirklich jeder sein. Könnt ihr das erkennen? Ich kann nichts sehen. Das ist geblurrt. Ja, aber was ist da drunter? Hat jemand eine Banane in der Hand und will die anzünden? Aber auf der anderen Seite ist das nur ein Streichholz oder was? War das wohl von Lars, von Kuro oder von Dennis? Beratet euch. Fuck, Leute. Ihr könnt natürlich... Da hängen so komische Bilder im Hintergrund. Ist das vielleicht... Kann da jemand was? Ist das eine Tür, oder? Nee, also auf der linken Seite sind... Äh, ich hab ne Theorie. Komm her, komm her, komm her, Jungs. Bitte, komm mal her, bitte. Okay, also, kurz gucken. Nein, beherrscht Feuer. Besprecht euch. Aber wer kifft denn bei uns? Scheiße, Lars nicht. Und findet es lustig, ne Banane anzuzwingen? Das ist nicht klar. Ein Mensch, glaub ich. Ja, der Einzige, der... Das ist er. Und Lars war ich. Ja, ich wäre... Und dann ist... Lars, guck uns mal an. Wenn ich jetzt vor 20 sage. Und das ist... Dann auch, dann auch... Äh, Lars, ich wollte dir noch mal sagen, du hast bislang eine sehr gute Moderation. Äh, also... Können wir noch mal das... Können wir denn das Post noch mal sehen? Können wir es noch mal sehen? Nee, jetzt, äh... Ist das? Doch. Das ist kein Connect. Doch. Nein. Aber der ist tief auf jeden Fall. Es ist immer noch Twitter. Es ist schon... Es ist Instagram, kann ich an der Stelle sagen. Stopp. Nee, findest du nicht, aber so ein Ausschnitt? Nein, hast du gehört, was er gesagt hat? Nee. Es ist Instagram, dann okay. Ja. Es ist Instagram. Ach so, okay, das ändert natürlich einiges. Instagram. Das kann nicht. Tochter... Wir haben eine Sendung zusammen. ...firma der Facebook-Gruppe. Ja, er schon. Jetzt Metaverse genannt. So, bitte entscheidet euch. Wir haben keine Zeit mehr. Wir wollen in den Feierabend. Sich einen reinbuffen. Völliger Unsinn. Wir wollen natürlich anstoßen. So, bitteschön, los geht's. Und mit Anstoßen mag ich nach Hause gehen. So, komm. Aufschreiben. Ich sag er hier oder der andere da. Können wir noch mal den Feed sehen? Äh... Ich hab's auch nicht verantwortet. Mach dir. Ich hab's auch nicht verantwortet. Der war sehr kurz. Der war sehr kurz zu sehen. Aber ich geb euch jetzt wirklich nur noch 20 Sekunden. 20. 10. Waffel-less-Soldier oder was? Bananas-Bliff. Acht. Sieben. Sechsen. Ja, ja, ja. Das ist so. Ja, sehr schön. Easy. Ja, jetzt fühl ich mich sicher. Also, ihr habt euch entschieden, habe ich, ähm, vernommen. Und wir wollen erst mal sehen, was die Beans aufgeschrieben haben. Wir haben Lars genommen, weil das ist überragender Humor. Und, äh, ich mein, jetzt wird eine Banane und tut so, als ob das irgendwas zu kiffen ist. Das ist, das traut sich nicht jeder, das traut sich nur jemand, der wirklich, ähm, ja, show-emprobt ist, deshalb Lars. Das scheint ein Genie zu sein, äh, da gebe ich recht, äh, euch recht. Was habt ihr gesagt? Wir haben auch Lars gesagt. Ich glaube, das ist aus der Verflickse-Click-Skander-Lars-Nummer entstanden. Da wolltest du lustig drauf reagieren und sagen, oh, ich spiff mir schön einen rein im Feierabend. Und deswegen war's so. Ist auch sehr souverän, muss man sagen. Einfach super lustig. Ja, und die Hals-Partie war sehr ähnlich, muss man sagen. Ich will dazu aber auch sagen, dass Andreas dir diesen schlechten Humor nicht zugetragen hat. Wer weiß, ob ich das war. Das war übrigens, ähm, Dennis kein Insta und Kuro zu viel Haar im Gesicht, die man da hat. War gut geschäft damals. Stark, stark. Könnte auch mal sein, natürlich. Ja, ich weiß es natürlich selbst nicht. Wollen wir mal auflösen. Und. Ja! Er rauchte wirklich. Er rauchte wirklich. Alter, wie siehst du das? Aus Juli 2014. Ach du Scheiße. Was, wie viel? 29 Likes. Ich lasse das Wort ab. Über zwei Stellen, Jada. Viel, äh. Ich wär's gleich. Starker bin ich nicht gewachsen. Also du hast gerade ihr Dopter bei Insta quasi. Absolut. Das ist doch geil. 2014 schon Insta gerockt, kann man sagen. Macht NFP draus. Mit diesen Hammergags. Also, das heißt, ihr habt beide Lars getippt, beide kriegen einen Punkt. Das bringt euch leider nichts. Die Beans haben diese Runde für sich entscheiden können. Wie gut ihr alle kennt hier. Das ist ja unglaublich. Das war ein ganz schöner Ritt über drei Disziplinen. Das war spannend, war lustig, war einiges dabei. Ihr habt einen Punkt geholt und führt damit, wir schauen jetzt mal auf den aktuellen Zwitschern. Stand 3 zu 1 für die Beans. Das heißt aber, ihr müsst natürlich nach wie vor wissen, es geht ja darum, dass die Gewinner, das Gewinnerteam letztendlich einen Vorteil im Finale hat. Und je nachdem, wie hoch dieser Sieg auch ausfällt, passen wir auch diesen Vorteil an. An der Stelle sagen, wir machen eine ganz kurze Werbung, sind danach zurück. Lasst schon mal ein Like da. Bis gleich zum siebenjährigen Geburtstag von RBTV. Herzlich willkommen zurück zum siebten Geburtstag, zum großen Siebenkampf hier von RBTV. Diese Leute hier im Studio leisten sich eine erbitterte Schlacht um den großen Pokal, der wahrscheinlich erst noch gebaut wird. Obwohl, jetzt holen wir auf. Ja, Rückfragen? Nein? Wo ist der Pokal? Wir holen jetzt auf. Aha, okay. Ihr holt auf, das müsst ihr nämlich auch, denn wir schauen noch mal ganz kurz auf den Punktestand für Leute, die jetzt vielleicht gerade alles einschalten. Es steht nämlich momentan 3 zu 1 für die Beans. Und wir machen einfach sofort weiter mit dem nächsten Spiel, das heißt Car Curling. Oh oh. So, das ist ein Spiel, das haben wir hier auf dem Sender schon ein paar Mal gespielt. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Skills. Ich muss euch enttäuschen, ihr dürft euch gar nicht so frei aussuchen, wer rangeht. Denn jetzt kommen die zwei ran, die vorhin nicht dran waren. Und ihr schafft das, Jungs, ich laber das. Ihr geht schon mal nach vorne. Let's go, boys, let's go. Also, es ist selbsterklärend, wir haben hier verschiedene Autos aufgebaut. Ihr habt die roten Autos, das sind die blauen, die sind natürlich absolut baugleich und frisch aus der Verpackung. Darfst du es schon mal anschauen? Nein, wir testen noch nicht. Also, ihr dürft noch nicht die Ziellinie übertreten. Zumindest jetzt noch nicht. Ich erkläre euch erst mal genau, wie das abläuft. Ja, da habt ihr ihm geholfen. Vielen Dank euch dafür. So, jeder darf sich zwei Autos holen. Schau mal, in die Hand nehmen. Schau mal, in die Hand stecken. Zack, jeder zwei Autos. Dann nehm den. Nee, einen leichten, einen schweren. Ihr werdet jetzt nacheinander ... Ja, falls eins kaputt geht oder so. Ihr werdet nacheinander diese Autos aufziehen. Ja, Nils, das ist noch mal ein kleines Problem. Genau, alles klar. Ja, aber nehm die mal, die irritieren mich. Ich nehm die weg, damit die niemanden hier irritieren. Das soll so nicht sein. So, ihr zieht auf, versucht hier möglichst viele Punkte zu erreichen. Es zählt die Spitze des Autos. Im Zweifel, wenn es einen Unfall gibt von den Autos zum Beispiel, es überschlägt sich. Oder der Gegner spielt so auf das Auto, dass es sich überschlägt, dann zählt das Feld, das mehr Punkte gibt. Wenn das auch nur ansatzweise über dieser Linie ist, gäbe es die fünf Punkte, ja? Nur ansatzweise. Also jedes gezogene Auto bleibt stehen. Es bleibt stehen. Wir spielen aber drei Runden. Danach werden die Autos wieder weggenommen. Die Punkte werden aber alle zusammengezählt. Das heißt, in der ersten Runde wird jeder seine zwei Autos nacheinander aufziehen. Ihr könnt die Autos des Gegners wegschlagen. Und dann schauen wir nach dieser Runde erst mal, wie viele Punkte geholt wurden. Dann werden alle Autos wieder zurückgemacht. Die Punkte bleiben aber bestehen. Wer fängt an? Geht es wechselhaft zwischen beiden Türen her? Es wird immer gewechselt und die Spieler sollen Richtung Tür gehen. Hör ich und ich versteh nicht. Ach so, diese Tür. Moment, aber dann stelle ich nur aus Türen. Zwischen da hin. Ja, wer startet von euch? Sollen wir es noch mal umdrehen? Nein, es sollen nur die Spieler, die gerade nicht spielen, dahin. Und im Halbkreis und das Ding rum, das machen sie ja auch schon ganz vorbildlich. So, wer startet? Das können wir einfach bestimmen. Ich? Ja. Simon. Siehst du, hast du ja direkt mal ... Wie, da mit dem Bierglas, da ist doch unschlagbar. Nimm die das weg. Hier vielleicht noch zur Erklärung. Erklärung, das ist erlaubt, also du musst nur rechtzeitig hier irgendwann loslassen. Also hier ist ... Das ist noch erlaubt. Okay. Das wäre Übertritt. Das ist schon Übertritt. Mach es nicht zu knapp. Sie hat schon disqualifiziert. Der Millimeter ist zu groß. Geh weiter zurück. Du willst nicht disqualifizieren, ja. Ein Millimeter. Am Ende wirst du disqualifizieren. Ja, ja, ist okay. Aber achte du auch mal auf die Länge, die ich ziehe. Startet euch. Also ich mach jetzt mal ein Gelenk zum Test. Oh, krass. Scheiße. Oh, das zählt doch. Das sind vier Punkte. Vier Punkte. Jetzt kommt das andere Team. Du bist ja fast gar nicht bewegt. Oh Gott. Krass. Du hast nur ganz leicht. Ganz leicht. Krass. Super wenig. Zu viel. Oh, wirklich. Nee, das fährt anders. Stark, zwei Punkte. Zu wenig. Zwei Punkte. Jetzt Eddie. Sehr gut. Ey, vom Team. Wir haben es wohl erst. Komm, 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 komm. Das war schon scheiße. Scheiße. Wie der da hängt. Wie so an der Krippe in einem Actionfilm. Ah, ja, oh. Kommt noch mal ein bisschen mehr ran hier zu mir. Wir wollen eure Reaktion auf diesen einen Punkt versehen. Jetzt haben wir fast alle Punkte einmal. Das ist zu wenig. Ja, aber darum geht's ja. Du weißt nicht genau, was war. So, das ist dein erstes. Nein, dein zweites, dein erstes. Das ist dein erstes. Ja. Ja. Das ist aber nicht cool. Nee, geh ruhig in die Mitte, sonst hast du gar keine Chance, die fünf zu erreichen. Bei der Eins steht der. Egal. Okay. Proge hat recht. Das stört alle anderen. Das ist gut. Kein Punkt. Ich wusste nicht, weil ich weiß nicht. Das hat gar nichts passiert. Das hat so viel durchgedreht. Ja, genau. Zweite Auto. Der ist schwer einzuholen. Er kann natürlich auch sein eigenes Auto da hinten wieder runterstoßen. Man kann ja nicht, wenn er nicht, wenn er gerade vorbei ist. Ich will auf die fünf, genau. Also letztes Mal. Er zielt jetzt genau in die Richtung. Er zielt genau drauf, ich seh's. Hä, wieso hat sich Mensch nicht so weit bewegt? Bisschen mehr nicht, ja. Und er spielt natürlich. Nein, stark. Scheiße! Scheiße! Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Aber das ist voll gut. Ich baum es jetzt. Meinen volle Kanne nach vorne, der bouncet deinen. Oh, das, ja. Aber volle Kanne ist vielleicht zu viel, aber... Noch näher ran, wir wollen euch sehen, eure Reactions einfach einatmen. Oh, der geht rein! Nein! Aber ist auch der Vier. Vier Punkte, ja. Wenn das Heck die fünf berührt hätte, wären es fünf Punkte. Wir beide haben vier, ich kann dir sagen, das ist schon sehr schwer. Oh nein, nein, jedenfalls nicht! Bitte, nein! Bitte, nein! Halt, das ist nicht erlaubt. Du hast hier angefangen, aufzustehen, ich glaube, es ist nicht erlaubt. Aber es sah gut aus. Technischen Sache. Und der hat die Räder gestoppt. Hier, in meinen Mund! Oh! Oh! Das war unser. Das war unser. Das war rot. Das war gut stark. Ja, das ist unser. Fünf Punkte. Ja! Ja, Mann! Neun Punkte. Überragend. Neun, elf Punkte. Überragend. Der fährt richtig doll. Dass ich das noch erleben durfte. Ja, er hätte nicht runterfallen. Shit. Ja, aber das war sie. Ich mach jetzt. You're all in. Nein. Scheiße! Ich wollte so. Simon's Reaktion ist auch geil. Das hat jeder zweimal. Hat jeder zweimal. Das heißt, die Punkte werden zusammengerechnet. Ja, machen wir später natürlich. Das gibt keinen Punkt. Hier gibt es einmal zwei Punkte für blau und so weiter. Wir gucken das später, damit unsere Leute gerade das nicht, die Zuschauer, dass sie schon zusammenrechnen können. Jetzt alle Autos wieder weg. Warte ganz kurz, Regie, ihr habt das soweit, ne? Wir haben elf und ihr habt sechs. Ja, es ist wirklich sehr einfach. Dann nehmt eure Autos wieder. Okay, jetzt dräng ich mich an, okay? Aber jetzt würde ich richtig spielen. Ich hätte das im Leben nicht ausrechnen können. Komm, hier. Dann würde ich sagen, es hat gerade das Team Simon angefangen. Jetzt startet ihr. Simon, komm her. Moment, ich muss ganz kurz. Geil, hier wird immer noch angestoßen. Trotz der Rivalität. F zu sechs steht es in der Tat. Oh, nein. Fuck. Ihr müsst euch merken, wie viel wir aufgezogen haben. Ja, das habe ich. Dachte ich, das habe ich. Habe ich aber nicht. Ich habe mir gar nichts gemerkt. Oh, das ist voll viel. Oh. Ja, man. Ja. Naja. Das ist ein Punkt und mehr nicht. Das ist echt schwer. Also, ich habe eben mit dem, welchem habe ich angefangen? Mit dem grünen, der ist fast gar nicht gefahren. Das heißt, den ziehe ich etwas mehr auf. Das ist alles, was ich gelernt habe. Stark. Ui. Oh, okay. Oh, das wird schon. Das wird schon. Damit rechnen können wir nicht. Nicht überschließen. Jetzt. Scheiße. Du bist. Okay. Gutes Format. Ach, Mann. Jetzt wird es schon. Hm. Was ist denn anderes? Schön sieben. Ja. Er ist einfach nur stark. Ja. Nein. Nein. Doch. Das sind die fünf. Das sind die fünf. Ja. Fünf Punkte. Nur noch stark. Ein Millimeter. Fuck. Drei Runden werden insgesamt gespielt. Das ist die zweite Runde. Das ist die zweite Runde. Zwei. Ja. Das ist genauso der Millimeter. Das Nummernschild ist noch bei der Zwei. Ja, aber wenn ich es richtig mache, kriege ich den, kriege ich doch beide nach vorne. Also das ist der Gedanke. Das ist ein Curling-Experte hier. Ganz klar. Wir brauchen doch die Punkte. Wie kann das denn passieren? Unfall vermieden. Johanna, du musst nur in die fünf. Easy. Ist das jetzt der leichtere? Wahrscheinlich. Vielleicht durch. Ja. Das ist zu schnell. Ja, das ist zu weit. Nicht zu doll aufziehen. Alles zu viel. Das ist viel zu doll. Das war nichts. Oh, trau mich nicht. Zu doll, ja. Ey. Ich sag gar nichts. Stark. Nicht zu doll. Der zweite nicht. Oh, nö. Drei und sechs. Ja, fuck. Schei. Ich hätte mehr verdient gehabt als mit eins. Oh, das war nochmal mit Gefühl. Ich glaube, das waren alle. Jawohl, das waren alle. Das ist die zweite Runde. Sieben zu drei. Nächste Runde. Bitte schön. Wir rechnen in der Serie einfach zusammen. Das ist wahnsinnig schwierig. Mann. Der ist langsam, der ist schnell. Ja, wirklich. Ich bin noch nicht verloren. Auch mental. Eben. Der ist langsam, der ist schnell. Ich bin noch so nehmlich. Ist so. Momentan. Ich gebe mal keinen Zwischenstand durch. Doch, weil es angezeigt wird. 18 zu 9 steht es. Momentan. Es ist noch fast alles drin. Außer der Sieg. Das war gut. Das war... Oh, 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 oh. Wahle. Ey, ihr macht alle zu viel. Einfach nur gucken. Einmal abchecken. Du hast selber gesagt, es war gut. Bei meiner wäre viel zu doll gewesen. Guck dir das an. Das ist sie mal mit fünf Punkten. Das ist der langsame. Zählt das jetzt als fünf? Als fünf. Das ist der langsame. Ich habe es mir gemerkt. Als fünf zählt das. Der ist langsam. Aber du kannst sogar... Stell dir mal direkt hinter den. Ja. Also, das wäre jetzt richtig gemeint. Oh, oh, oh. Sehr gut. Genau, ist das die fünf? Nein, das ist die drei. Wie hast du gesagt? Einfach nur ganz wenig. Es sind wahnsinnig viele Punkte möglich. Einfach nehmen. Zehn. Pro Person. Ja, der auch. Der auch. Sehr gut. Drei Punkte. Das ist der schnelle. Von der Stärke war es richtig? Ja. Falsche Richtung. Man hat sie auch gedreht. Warum hat der eine Kuh? Natürlich. Ja. Ja, Mann. Wir brauchen doch mehr. Abgewürgt. Schwach. Sind das wirklich alles dieselben Autos? Das sind dieselben baugleichen Autos. Klone, würde ich fast behaupten. Das ist der Schnelle. Ein Lowrider. Das ist jemand, der hat einfach gefühlt. Also, der Mann mit dem Bier in der Hand wirft die Pfeile, schiebt die Autos. Wie kann es weiter? Ey, du kannst machen, was du möchtest. Bei dem Punktestand. Das ist dir egal. Freie Hand. Stark, Johanna. Das ist stark. Ey, das war gut. Aber das wird. Liebe Leute, das wird nicht reichen. Wow. Das wird nicht reichen. So, ihr habt alle eure Autos aufgezogen. Boah, ich warte auf den Punktestand. Wir haben momentan für Blau. Eins plus drei sind vier. Plus drei sind sieben. Ja. Wir haben einmal fünf, zehn, 13. Das heißt, die Sieger dieser Runde sind ganz eindeutig die Bienen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch, gut gemacht. Sehr gut. Okay, dann lasst uns wieder zurückgehen in die Lounge. Schade. Autos. Wir haben nichts mit Autos am Hut. Ja, scheiße. Die war mies. Die Jungs waren besser. Die Autos waren immer verschieden. Das würde ich nicht sagen. Aber die Autos waren schwierig. Valentin, du sagst, es lag an den Autos. Natürlich. Ganz logisch. Haben euch die Autos gefallen? Schön waren die. Schön waren die. Gute Spiegel. Ganz kurz bevor wir hier ins Detail gehen, in die Besprechung, schauen wir natürlich auf den Punktestand von K. Der war zum Schluss, stand es nämlich 31 zu 16. Eindeutig, das ist fast das Doppelte, wenn ich das in der kurzen Zeit hier einfach mal ausgerechnet habe. Johanna, woran lag das denn? Ich weiß nicht, das wäre schon unser Spiel gewesen, weil auch so ein bisschen Gefühl. Hat man aber nicht gemerkt. Nee, hat man gar nicht gemerkt. Hat man wirklich nicht gemerkt. Ich bin selbst von mir überrascht, dass das so schlecht war, leider. Ich weiß nicht genau, warum. Dabei bin ich so ein leidenschaftlicher Autofahrer. Einparken. Viel mit Autos gespielt früher. Gar nichts gebracht. Simon, auch hier wieder hatte ich das Gefühl, du bist einfach ein Kneipengott. Oder was ist da los? Was ist passiert? Ich weiß das auch nicht. Ich komme ja vom Dorf. Das ist in meiner DNA und ich habe es bis heute einfach, ich bin wie so ein Archäologe, der sich selbst so ausgräbt und dann denke ich, wow. Sichtlich, ja. Aber hinterfragst du gerade dein Leben, ob du nicht eher was physisches hättest machen können, anstatt diese Games? Exakt. Verschnitzen. Holzzikuren. Schöne Holzzikuren schnitzen. Neuerungsschnitzen. Das Pad oder so, die Übertragung in den Computer, da ist das Problem. Das läuft. Das ist meine Hände. Deine Superhelden, dein Medaillon ist einfach dieses Bierglas. Du weißt, dieses Bierglas in der Hand. Du solltest mal einen Song über Bier machen, hast du darüber mal nachgedacht. Sehr gute Idee. Eddie, wie ist dein Plan aufgegangen? Du warst ja wieder sehr konzentriert und hast einen ganz genauen Plan gehabt. Ja, es geht so. Ich habe festgestellt, habe ich auch gerade Nils schon gesagt, Simon war richtig gut, war komplett unbekümmernd. Der ist einfach hingehört, einmal fertig. Und ich habe wieder versucht, da irgendwie auszurechnen und so ein völliger Quatsch. Der Kopfstand wieder nicht. Ja, der Kopfstand, du musst das einfach gefühls, ich darf dir gar keinen Kopf machen. Aber das werde ich jetzt bei der nächsten Disziplin, werde ich das nachholen und den Kopf komplett ausschalten. Kopfrechnen, nächste Disziplin. Ich wollte auch so was. Apropos rechnen, wir wollen natürlich wissen, wie nun der Zwischenstand des Abends lautet. Oh, das war eine richtig schöne Überleitung. Danke, Etienga, das habe ich von dir gelernt. Wow, ey. 4 zu 1 für das Team Beans. Die Redaktion ist chancenlos, sieht es zumindest momentan aus. Wir sind vernichtet. Wir sind noch da. Wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt. Wir fahren noch mit. Den Punkt kann man uns nicht nehmen. Wirklich. Und wir kommen zurück. Gott sei mir gut. Wir haben noch die sechste Runde vor uns und dann ja noch das Finale. Das heißt, jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Ja. Ihr könnt es jetzt natürlich schaffen, dass der Unterschied nicht so hoch ist und dadurch euer Handicap später im Finale auch nicht so schwer wiegt. Das ist jetzt quasi eure Strategie bei unserem nächsten Spiel, das da heißt Vier von Sinnen. Vier Leute, die komplett von Sinnen sind, werden wir jetzt hier jeweils in jedem Team sehen. Alle werden antreten hier und wir müssen nun schon mal die Rollen aufteilen. Es sind altbewährte Spiele, die wir hier schon gerne und häufig gespielt haben. Es geht darum, dass eine Person aber später nicht sprechen kann. Eine wird nicht hören können. Eine wird nicht sehen können und eine muss, sagen wir mal, ein Kunstliebhaber sein und ganz gut Gemälde interpretieren können. So viel sei jetzt schon mal gesagt. Wer ist der Kunstliebhaber? Okay, drei Leute müssen was malen. Es wird jemanden, der nichts sehen, er kann eines der nicht erklären. Also wir müssen das jetzt bestimmen, wer was macht oder was. Wir müssen diese Rollen aufteilen. Okay, also einer muss was? Wer kann malen von einem? Also ich schätze mal folgendes. Null. Ich auch nicht. Ich kann wirklich gar nicht. Nächsthänder, ich kann nicht malen. Okay, sonst würde ich es probieren. Ja, mach du es. Cool. Okay, legt euch bitte fest. Ich höre da nicht. Das ist ja hier noch nicht mal der Start. Das ist erst mal das Vorgeplänkel. Das möchte ich so kurz wie möglich halten. Ich darf nicht sprechen. In der Redaktion, ihr wisst, dass es wichtig ist, jetzt hier eine schnelle Antwort zu geben. Ihr wisst, wie langweilig es werden kann, diese Gesprächungen zuzuhören. Dafür seid ihr jeden Tag hier bei RBTV offen und sorgt für klasse Unterhaltung. Und ich muss da nicht diskutieren. Ja. So, also, wer wird derjenige sein, der gut mit Kunst umgehen kann? Wer wird derjenige sein, der nichts sehen, nichts hören? Andreas, sag mal. Ich bin halt taub halt. Weißen ja alle. Du wirst nichts hören? Du wirst nichts hören? Du wirst nichts sehen? Du wirst nichts sagen? Nicht sehen? Nee, Quatsch, du wirst nichts sagen. Ich werd nichts sagen. Und ich werd's am Ende interpretieren und meine Leidenschaft für Kunst beweisen. Ganz genau. Ihr habt die Rollen auch aufgeteilt, wenn nicht, müsst ihr das jetzt sagen? Ja, dann kannst du's doch mal bitte genauer konkretisieren. Ja, es wird jemanden geben, der kann nicht sprechen, einen, der kann nicht hören, einen, der kann nicht sehen. Und einer, ähm, der muss das Ganze interpretieren. Okay, ich hab nicht, ich glaub, ich weiß, was abläuft, okay? Ich mein, ich glaub, wir machen ... Verteil doch, ist doch gut. Nein, pass auf, find ich jetzt ... Also, ähm, es wird einen Begriff geben und der muss, ähm, reihum irgendwie dargestellt werden und wahrscheinlich muss der, der am, äh, als drittes ist der, der malen muss, wahrscheinlich mit Augen zu. Am ersten, ähm, 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 der, der nicht reden darf, muss es pantomimisch beschreiben. Oh ja. Und, äh, am Ende muss der, äh, der Letzte muss es interpretieren. Und das darf ... Also, Kodi ist der Kunstliebhaber, ich bin der darstellende Künste, du bist der Maler und du bist der Hörer. Sehr gut, dann haben wir das jetzt aufgeteilt. Dann möchte ich euch jetzt, ähm, verraten, wie das Ganze ablaufen wird. Darf ich nicht hören oder nur hören? Keiner weiß. Bitte ganz kurz noch mal hören. Also, derjenige, der die Kunst so sehr liebt, der wird jetzt gleich den Raum verlassen. Beide Spieler werden den Raum verlassen und könnt erst mal noch da bleiben und zuhören, denn jetzt möchte ich's gerne erklären. Also, es wird jemanden geben, der nicht sprechen kann und der muss gleich pantomimisch fünf Begriffe da bieten und hat pro Begriff dafür eine Minute Zeit. Also müsst ihr versuchen, möglichst viele Begriffe natürlich zu erraten, denn wenn ihr's dann tatsächlich schafft, fünf Begriffe pantomimisch zu erraten, dann wird der Nächste das Ganze ohne etwas sehen zu können zeichnen müssen. Und diese Zeichnungen, da werden wir auch kein Timelimit haben, da habt ihr in aller Ruhe Zeit, diese Zeichnungen auch zu vollenden. Könnt euch auch Mühe geben, wie auch immer. Und danach kommt die letzte Person, der Kunstliebhaber, hier rein und wird versuchen, die Begriffe alle zu erraten. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer die meisten Begriffe errägt. So, jetzt bitte alle Kunstliebhaber, bitte den Raum verlassen. Nochmal eine Seilstange in den Mund, genau, und raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und starten werden, sagt mir das noch mal ganz kurz, liebe Regie, starten wird die Redaktion. Also, wer ist noch mal derjenige, der nichts sagen darf? Ja. Du bist derjenige, der nichts sagen darf? Pantomime. Das ist mit ihm. Genau, dann erst mal die Redaktion, also Valentin. Aber dürfen wir dann beide, also dürfen in dem Fall jetzt Simon und ich oder die beiden anderen da den Begriff erraten? Ähm, nein. Aber nur einer dann, ne? Ja. Nicht wahr? Jetzt gehen wir erst mal vor. Also, du gehst nach vorne. Wir gehen alle mit? Ich bin auch verwirrt, muss ich sagen. Also, jetzt gehen wir erst mal nach vorne. Wo ist hier die Markierung dafür? Wahrscheinlich das hier irgendwie. Nicht wahr? Für die Pantomime. Hier sind mittlerweile auch 20 Markierungen. Ich bin hier bei dem Auge. Also, jetzt wird die Person, die nicht reden kann, nacheinander die Begriffe ziehen. Die sind hier drin. Es sind fünf an der Zahl. Und die Person, die nicht hören kann, wer war das nochmal? Das bin ich. Alles klar. Ja. Du wirst ... Danke, weiß ich. Hab ich direkt weitergegeben. Kruke, geh schon mal an dein Ding. Genau. Aber was ist da meine Aufgabe? Du wirst jetzt gleich versuchen, pantomimisch die Begriffe zu erraten. Er macht die Pantomime? Ganz genau. Ich kann's nicht hören? Ja. Ich werde aber reinrufen, was es sein könnte. Ja. Oder schreib ich das auf? Nein. Du rufst rein, ich höre das und male das dann blindster. Nein, du machst erst mal gar nichts. Du machst erst mal gar nichts. Alles klar? Mach es richtig übertrieben. Du machst erst mal gar nichts. Du chillst ... Wenn da Mumsen steht, chillst deine ... Deinen Geist. Du chillst deinen Geist jetzt erst mal. So. Also, du hörst nichts. Du wirst nie wieder reden können. Deine Begriffe stehen da. Oh, geh einen Schritt vor, bitte. In the limelight. Ach, er hört's natürlich nicht. Hier. Nach vorne, bitte. Ey, könnt ihr mal hören? Hört mal, macht mal das Mikrofon auf. Das ist nur geil. Nee, es geht mal um, wird sofort runtergelöscht. Das ist richtig Happy Island. Also, bitte hier hinstellen. Wir wollen nicht mehr so. Du machst drauf. Sehen wir ihn denn gut hier, Valentin? Oder soll der sich woanders hinstellen? Ich muss ja für Krogi erkennbar sein. Und für die Kamera in erster Linie. Ja. Der steht doch da komplett doof, oder? Ja, gut. Also, ich steh. Du musst dich ja angucken. Ja. Du musst doch in die Mitte, oder nicht? Ich steh halt im Dunkeln. Ich muss dir eher da stehen. Ja, glaub ich auch. Da hin. Das tauschen einfach. Und grab immer da so rüber. Okay. Ich kann dir auch die Begriffe machen. Okay, ich mach drauf, ja? Genau. Okay. Und wenn du einen Begriff richtig erraten hast in der Minute, dann gibst du mir den Begriff. Ja? Damit ich hinterher sehen kann, wie viele Begriffe du erinnst. Aber du hast ja immer eine Minute Zeit. Kann ich auch einen wegwerfen, wenn ich ... Das bringt dir ... Du hast eine Minute Zeit. Okay. Warum solltest du's tun? Okay. Weil du hast eine Minute Zeit pro Dings. Ja. Ja, das hab ich verstanden. Also brauchst du's nicht wegwerfen, ne? Verstehst du's? Jetzt raffee's. Alles klar, danke. Okay. Eine Frage hab ich noch. Ich hab nur eine Frage. Ja. Wenn ich's ... Ja. Hab ich einen Versuch, nur nein. Ich kann das reinrufen und du sagst dann, wie's so ist, halt. Ja, ist richtig oder Quatsch. Ich darf's nicht sagen. Genau, aber dann geht's weiter. Ja, ich sag so. Alles klar. Okay. Alles klar. Sobald du reingreifst. Okay. Sobald du den Begriff hast. Ja. Geht die Minute. Okay. Walken, Kärchern. Bezahlen, 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 bezahlen. Äh, gehen, einkaufen, einkaufen, einkaufen. Was rausnehmen? Einpflanzen. Samen, einpflanzen. Geht es ums Einkaufen? Du hast doch ... Du nimmst was aus der Tasche raus. Du hebst was, das ist sehr schwer. Du drückst das. Du gibst ein Paket ab, Post. Du gibst ein Paket bei der Post ab. Du gehst zur Post. Ja, Paket, Paket. Paket. 30 Sekunden noch. Ja, Paket wird ... Waage, Waage. Paket auf die Waage. Etikett. Adresseaufkleber. Adressekett. Du nimmst ... Muss ich dir auch? Das geht. Wo geht das Paket denn? Also, erste Buchstabe. Nein, erstes Wort ist Paket. Nein, okay. Ja, was Flaches. Du schiebst ... Zehn Sekunden. Darf ich kurz was sagen? Okay, Kreditkarte. EC-Karte. Bezahlen. Das Paket hat was damit zu tun? Nein. Ah! Es hat nichts mit der Post zu tun. Das war's, das war's. Doch, es hat mit der Post zu tun. Okay. Den gibt's nicht. Kassieren. Nee, aber jetzt darf's ... Starkieren darf nicht mehr. Stopp, stopp. Ganz gut. Der Begriff ist zerfallen. Wir machen jetzt den nächsten. Der Begriff ist gefallen. Ja, das war ... Nein, also gefallen im Sinne von Tod. Im Krieg gefallen. Ich hab den Punkt nicht geholt. Alles gut. Im Krieg gefallen. Können wir dir verraten, was es für ein Begriff war? Oder freuen wir den später? Darf ich das sagen? Machen wir später, Tobias. Machen wir später, okay. Sekunde, Sekunde. Warte, Robi muss nur ready sein. Wegen der neuen Minute. Oh Mann, Zoi! Du machst das schon super. Oh. Was suchen? Buddeln, Schaufeln. Unkraut jäten. Wurm. Ein Wurm, das ist ein Wurm. Gollum. Gollum, das ist Meergold. Bandwurm. Wurm. Regenwurm. So, okay, nächster Begriff. Sehr gut. Gibst du mir den Begriff schon mal? Ja, ich hab den jetzt mit nach Hause genommen. Kein Problem. Es ist hoffentlich der Richtige. Jawohl. Ich weiß nicht, was mit dem anderen passiert ist. So, der Timer kann wieder gelöscht werden, denn wir haben einen neuen Timer. Und ... Bitte schön. Kreisertafel. Aufschrauben. Ah, bohren. Bohren, schrauben. Akkuschrauber. Schraube. Akkuschrauber. Akkuschrauber. Nicht schlecht. Schlecht. Gut. Sehr gut. Danke. Das war sehr gut. Ja, das ist der zweite Begriff. Was? Wie soll das denn? Wie soll das denn? Was ist denn? Sonnencreme im ... Okay, was? Im Auge. Torte aufschneiden. Tortenstück. Tortenstück. Servieren. Essen. Burger. Geht's ums Essen? Geht's um eine Torte? Geht's ums Fitteln? Geht's um Bruchrechnen? Eine Schlange. Der Nil. Ja, wie soll man das machen? Du isst, du isst, du isst. Also, ja, warte. Du nimmst was. Das ist Essen. Ein ganz kleines Stück. Ein Ständer. Mausefalle. Maus. Mausestück. Kuchenstück. Mäuschen. Zehn Sekunden. Äh, Mäuse-Schmeck. Nee. Das ist zu schwer. Schmeck. Mäuse essen. Nein. Rattenkönig. Tod. Begriff ist Tod. Das hätt ich im Leben nicht geschafft. Okay, wir können's verraten, was wäre es gewesen? Das wär der Käsekuchen gewesen. Natürlich. Steht man fucking Käsekuchen. Natürlich. Wie mischt da. Stark. War gut, war gut. War wirklich gut. War lecker, hast du gesagt. Ja, die Maus, was ist die gern Käse? Wie, 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 wie steht zu Käse da? Ja, das war für mich zu... Man muss... Ich bin sehr einfach gestrickt. Nee, nee, das war nie null deine Schuld. Der Begriff ist wirklich schwer gewesen. Lasst uns einfach weitermachen. Du hast noch einen Begriff. Lass dich einmal. Hör auf damit. Hör auf damit. Ja, 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 das... Okay. Also die Worte, die wir hatten, muss ich mir nicht merken. Du musst dir gar nichts machen. Du musst einfach nur performen und geil sein. Super. Okay. Valentin, du bist bereit? Ja. Dann bitteschön. Spritze impfen. Schüttelfrost, äh, Impfreaktion. Geht's ums Impfen. Betäubung. Äh, Vampir. Fledermaus? Ja. Das ist ja einfach nur stark. Fledermaus ist der richtige Begriff. Das heißt, wir haben hier nach fünf gespielten Begriffen tatsächlich die drei, die ihr pantomimisch richtig dargestellt habt. Was war denn der andere Begriff noch oder dürfen wir das nicht auflösen? Hab ich den? Regenbomben. Doch, dürfen wir auflösen. Das erste war. Ich hab hier erstmal einen Käsekuchen für dich. Käsekuchen? Aber ich hab noch den Briefkasten als erstes. Oh, nah. Das war sehr nah und da fiel's mir aber, da hab ich den Fehler gemacht. Genau, genau. Das passt da nicht rein. Ja, 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 eben. Ich wollte nur erstmal, dass du zu Post kamst und dadurch kamst du zu Post. Aber ich wusste nicht, wie ich dann die, also Johanna hat mir später einen Tipp gegeben, Begriffe besser separieren. Das hab ich nicht gut genug geschafft. Weil das hier war der Brief, der so reingleidet, aber ich hab kurz an so einen Glory Hole gedacht, aber das war's dann nicht. Ja, du, das war nah dran. Ist ja auch ein Schlitz und so. Gut. Ja, aber ich war doch nicht scheiße. Ne, ey, drei von fünf ist ja eine gute Quote. So, nun geht es weiter. Ihr könnt euch entspannen, denn jetzt ist Johanna gefragt. Sie kann nichts sehen. Das ist tragisch, aber ein faires Handicap. Ich führ dich jetzt mal zum Flipchart. Der ist hier. Äh, genau. Hier hin. So, ihr dürft nicht helfen. Ach so. Haben wir gar keine Aufgabe mehr jetzt? Nein, doch. Ihr solltet moralisch auf jeden Fall für Johanna da sein. Das machen wir natürlich. Sagst du dann die Begriffe? Genau, du schaust dir das jetzt schon mal an. Du kannst es auch einfach du machen. Dann muss ich schon nichts mehr machen. Also, du hast auch beliebig lange Zeit. Wir werden nur vielleicht nach einer Stunde sagen. Jetzt mach mal den zweiten Begriff, bitte. Lass uns easy anfangen. Insofern, let's do this. Okay, Johanna, fangen wir mit dem leichtesten an, meiner Meinung nach. Es ist der Regenwurm. Kann gar nicht so gut malen übrigens, ne? Das kriegst du hin. Das muss jetzt so gut gezeichnet werden, dass letztendlich Andreas dieses Gemälde auch erkennt als Regenwurm. Dürfen wir Johanna Tipps geben? Nein, er hat gerade gesagt, leider. Okay, dann hab ich da nicht zugehört. Das ist traurig, aber kein Problem. Ich glaube, das ist mein Regenwurm. Okay, alles klar. Dann ein neues Blatt, oder? Du kannst dir ja beliebig lange Zeit, ne? Ich hab die Orientierung leider verloren. Okay. Du kannst natürlich noch weiterzeichnen und du kannst dich auch zweimal drehen und dann weiterzeichnen. Nee, ich würde dich jetzt nicht verunsichern. Aber Johanna, wenn du jetzt darauf noch was machst? Ja, lieber nicht. Ja, lieber nicht. Ist schon toll. Ist schon das beste Bild, was man braucht. Tipps geben, aber wenn da mehr drauf ist, wird's voll klar. Okay, dann kommt jetzt, ähm, ich würde sagen, Akkuschrauber. Oh, Leute. Das ist das, diese Bohrnadel, dann kommt da so ein großes Ding dran, dann hat der hinten so einen Griff und auf jeden Fall, wichtig ist ein Stecker. Ne, er hat keinen Stecker eigentlich. Ist ja mit Akkus. Aber Andreas weiß das nicht. Ja, das glaube ich auch. Jetzt mal ich jetzt hier noch Batterien hin, plus, minus, das sind die Batterien, und dann würde ich jetzt hier noch so eine Wand hinmalen. Haltet euch da raus! Wirklich, ey! Negative Hilfe geht auch nicht. Und der ist hier so ein Loch reingebohrt. Doch, das erkennt man. Ja, das kann man schon erkennen. Jetzt würde ich es so stehen lassen. Bist du zufrieden mit deinem Gemälde? Ja. Sehr gut. Sieht auch gut aus. Ja. Dann fixest du hier nochmal die Mitte des Bildes, würde ich sagen, dass du ein bisschen weißt, wo du bist. Also bisher haben wir sehr gute Bilder, du kannst einfach so weitermachen, wie du das gerade schon machst. Mein Tipp an dich jetzt, stell dir das Bild einmal vor, ganz rudimentär, Fledermaus. Halt es schön simpel. Ja, ganz, ganz simpel. Was muss ich mal hin? Fledermaus. Wie sieht noch meine Fledermaus aus? Ja, ist gut. Eher Schmetterling? Nein. Dann hat die kleine Ohren. Ja. Und eine süße Hufeisennase. Das ist charakteristisch. Das ist wirklich charakteristisch, ja. Und einen kleinen Mund. Und kleine Füße. Und dann, soll ich noch eine Höhle malen? Ne, ne? Nein. Ne, ist schwer, glaube ich. In die Flügel könnte ich ja noch solche Linien malen. Ah, weiß nicht. Oh, ich mal noch eine wichtige Sache. Ultraschall, warte mal. Ja, das. Bip, bip, bip. Oh, das. Wow. Genius. Genius. Okay, damit wäre ich, glaube ich, fertig. Alles klar. Vielen Dank, Johanna, für deine Performance. Das finde ich genius. Darf ich das abmachen? Äh, ja. Ich spreche gerade eigentlich wenig dagegen. Du kannst dir später nochmal deine Kunstwerke anschauen. Oh, ich danke, Andreas. Das ist ja mein Job. Jetzt bitte ich euch, wieder zu verschwinden in die Laune. Und nun ein... Sehr guter Job, Lars. ...einen fliegenden Wechsel. Genau. Kommt rein, liebe Beans. Kommt rein hier auf die große Bühne. Ei, ei, ei. Ja, das ist toll. Ihr habt einen guten Hüpfschwung. Äh. Da sind neun Begriffe. Wunderbar. Äh, äh, muss ich überhaupt die... Wer ist, genau, wer ist denn derjenige, der nichts sehen kann? Aber ist das eigentlich scheißegal? Es ist eigentlich völlig egal in diesem Moment. Also, ich höre den Begriff doch eh, oder? Ja, ja. Das haben wir auch später erst noch reingemacht. Aber mach doch für die Optik. Nee, das ist doch voll nervig. Ich will das ja sehen. Das macht mir ja Spaß. Okay. Dann, äh, wer ist denn von euch derjenige, der nichts hören kann? Nein, das will ich. Okay. Dann nimm das hier schon mal auf deine Öhrchen. Ja. Du stellst dich da in die Mitte. Ja. Da kommt erst mal noch das Portemonnaie aus der Tasche. Denn er hat hier einiges vor. Achtung, bitte nicht stürzen. Eddie, sobald du den Begriff... Ich hab doch eh alle fünf Begriffe, oder? Ja, sobald du den Begriff hast, ich will nur, dass man's nicht sieht, ähm... Beginnt deine Zeit ab. Sobald ich den hab. Ja. Ich komm da gar nicht. Also, sobald du's in der Hand hast, ja, dann... Warten wir noch mal eine halbe Stunde. Hab ich einen? Du Schweinchen, hast du schon gesagt. Ich hör den Begriff doch eh. Ich hab überhaupt nicht gehört. Nee, nee, du doch nicht. Hä? Okay, Begriffe. Ich hör nichts. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Das erste Wort ist Nase. Schwimmen. Schwimmen. Tauchen. Tauch. Tauchauge. Tauchbrille. Taucherbrille. Okay. Das ist, äh, wunderbar. Erster Punkt. Tauchbrille. Okay. 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 Ähm. Okay. Okay. Bin begeistert. Okay. Zwei Wörter. Erstes Wort. Äh, Knie, Beugen, Sitze, Stuhl. Stuhl? Stuhl? Weißes Wort. Stuhlkreis. Stuhlkreis. Das ist nur noch stark. So was hab ich noch nicht gesehen persönlich in meinem Leben. Ich hab schon viel gesehen. Okay. Jaja. Zwei Wörter. Oh, Surfboard. Surfen. Surfbrett. Ja. Wozu brauchen wir die Minute überhaupt? Machen wir 30 Sekunden. Okay. Okay. Zwei Wörter. Nee, Einwort. Kasten. Bühne. Äh, Tisch. Schrei. Tisch. Tisch. Tischdecke. Das sind sie. Alle fünf Begriffe erraten. Dankeschön. Sehr gut. 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 Danke. Natürlich kommen jetzt hier schon die ersten Unkenrufe, dass das leichtere Begriffe waren. Aber das war einfach nur eine starke Leistung. Das kann man schon mal sagen. Ich führ dich hin, weil das hab ich bei Johanna auch gemacht. Deswegen, wir wollen natürlich die Verwirrung, die du jetzt schon spürst. Achtung, steh auf, ja. Sehr gut. Sehr gut. So. Warte, genau. Wär's nicht schlauer gewesen, wenn ich in diese Richtung das gemacht hätte? Orientiere dich. Orientiere dich. Wir haben dich wunderbar gesehen. Okay. Äh, wir wollen natürlich eure Reaktionen sehen, deswegen bleibt bitte hier. Wenn's okay für euch ist. Also, wenn's okay für euch. Erster Begriff. Such ich einfach einen aus jetzt, oder was? Ja. Also, ihr habt natürlich jetzt vorgelegt mit fünf Begriffen. Aber er malt eh alle. Also, ist eh geil. Er malt alle, genau. Okay, dann ist ja wurscht. Okay, erster Begriff ist Tischdecke. Virtuose hier am Brett. Ja, man sieht erst mal das Material. Ja, das ist wirklich. Schau. Die Dimensionen. Das ist nicht sein gewohnter Pinsel. Das merkt man schon, ne? Das ist, wie breit ist dieser Tisch? Welches Material? Boah, das ist einfach stark. Einfach stark. Nimmt die Finger als Orientierungspunkte. Das ist clever. Jetzt aber keine Tipps geben, ne? Nicht, dass ihr sagt, wir haben das Shampoo vorher schon ausgetauscht. Dass die anderen versagt haben. Okay, exakt. Wir haben vorher überlegt. Muss ja keine Blaupause sein. Er weiß ja, dass man nur erkennen muss, was es geht. Ja, aber Tischdecke zu malen und zu erraten ist schwer, weil ... Jaja. Darf ich das jetzt sagen? Nee, 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 gar nichts dazu sagen. Nur Sachen, die lustig sind. Okay. Nicht informativ. Das ist Michael Jackson. Das ist Michael Jackson. Wer? Endlich. Oh, jetzt ist er verunsichert. Komplett verunsichert. Wir können auch nichts machen, Nils. Aber ich würde es vielleicht noch mal versuchen. Ja, 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 ist gut. Nee, das ist schon Info gewesen. War's doch auch lustig, aber ... Ja, gut. Nächster Begriff. Nächster Begriff, komm. Wir haben so viele. Nächster Begriff. Ich helfe dir. Brauch ich gar nicht. Macht Hastung. Nächster Begriff ist Surfbrett. Surfbrett. Ein Brett für Surfen. Wir wollen euch nämlich in die Augen schauen jetzt gleich. Das sieht schon sehr nach Wetten, dass aus, was wir hier erleben. Aber nach einer langweiligen Folge. Nein, nein, das ist schon hier. Höchst Spannung. Vielleicht kommt der Twist, wie ist es eigentlich links hin? Oh, das ist ... Darf man so was sagen? Ist das schon Hilfe? Darf man loben und kritisieren? Gar nichts. Ironisch dürftest du sagen, das ist gut. Oh ja. Okay, nächster Begriff. Nächster Begriff, glaub mir, vertrau uns. Das ist gut. Nächster Begriff ist ... Ja, das ist schwer, glaub ich. Nee, such einen anderen aus. Stuhlkreis. Ah, okay. Und schaut mal bitte, dass Nils die Zeichnung beendet. Nicht, dass ihr sagt, jetzt reicht's. Ach so, er muss aufhören. Genau, er muss sagen, ich fühl mich wohl. Sonst macht er ja vielleicht noch irgendwas. Ich will ihn fragen. Fühlst du dich wohl? Ich will halt einfach nicht verarscht werden. Super schwer, ne? Aber guter Moderator. Stark. Stark. Streng zu allen. Das gefällt mir. Ja. Ja, ja. Alles erlaubt. Ja, ja. Ist alles erlaubt. Top. Es wär auch erlaubt gewesen, den Begriff einfach zu schreiben. Lars, darf ich erregiert sein? Ja. Der kann ich ja nix gegen machen. Nee, der kann's nix gegen machen. Nächstes Wort ist ... Ohrwurm. Es wär sehr einfach, aber es ist schwer ohne Augen, würd ich behaupten. Oh, das wär schon lame. Das Wort jetzt. Wieso ist das denn lame? Das ist das ganz normales Montagsmaler. Was haltet ihr denn für Wörter? Nein, nein, ich mein mit eins und zwei. Das wird ja kein Gemälde, das wären ja zwei. Ja, aber dieselbe Logik hättet ihr ja auch angehen. Das stimmt. Und das regt mich auf, dass wir's nicht gemacht haben. Das ist erlaubt euch grade noch mal. In der Kunst ist alles erlaubt. Ja. Ich find das ja auch blöd, dass ihr jetzt einen Künstler hier irgendwie angreift für seine Kunst. Absolut. Das sind Methoden, die wir so auch nicht mehr sehen wollen in diesem Land. Die Wand scheint ihn sehr zu drücken übrigens. Wir sehen ja bald keinen Künstler mehr. Die Wand drückt sehr gegen seinen Körper. Ich drück gegen die Wand. Ja, das ist okay. Ich halt es. Das ist okay. Und letztes Wort ist Tauferbrille. Scheiße. Hm. Bitte mal Simon an. Bitte mal Simon aus Versehen ins Gesicht. Simon ist einer der mutigsten Menschen, die ich kenne. Ich auch nicht. Ich habe den kompletten Einblick. Ich seh ihn in sein Gehirn. Ich weiß, dass er das denkt. Er denkt, wir haben schon gewonnen. It's true. Das ist aber sehr clever, ne? Er hat erst das quasi Meer gemalt, dann hat er anhand der Fähre, ist er unter Wasser gegangen. Das ist unfassbar. Das, was dieser Mann einfach hat. Jetzt war der ein Taucher quasi. Das ist ja nur der erste Teil. Schreibt er in der 2, ne? Der zweite Teil, oder was das Wort ist? Der zweite Teil des Fähres. Das höre ich auch schon. Hätte die auch haben können. Er versucht nicht, den Stift abzusetzen, damit er den Einsatz nicht erfüllt. Wenn er ihn absetzt, benutzt er seine Finger, um sich zu merken, wo er ihn abgesetzt hat. Ja, okay. Und wenn man sieht, es funktioniert. Genau das wollten wir sehen. Sehr schön. Nils, das ist natürlich auch in gewisser Weise der Endlegner hier des Zeichnens am Brett gewesen. Wow. Ihr habt eure Dienste soweit erfüllt und könnt euch besetzen in die Lounge. Hammer. So, nun wollen wir wahrscheinlich anfangen. Ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, warte mal. Oh, das riecht hier so lecker. Geht das? Ich würde wahrscheinlich sowieso keine große Hilfe sein, deswegen steh ich mich einfach hier hin. Alles klar. So, nun gilt es ja, diese Zeichnung, die gerade gezeichnet wurden, auch zu erkennen. Und das müssen unsere großen Kunsthistoriker nun unter Beweis stellen, ob sie das schaffen oder auch nicht. Und deswegen möchte ich nun bitten, beide, oder? So, können nicht beide einfach rein? Ja, beide können rein. Beide können wieder ins Studio rein. Kleinen Applaus für Sie! Keiner ist da. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. Guten Job besser raus. Herzlich willkommen zu dieser Vernissage hier. Gleichzeitig auch eine Vernissage. Darstellt. Wir haben einige Gemälde für Sie vorbereitet, liebe Kritiker. Und es gilt nun, diese Gemälde zu erkennen. Wie schätzt ihr das ein? Also, ihr habt euch quasi als die Kunstfreaks bezeichnet. Seid ihr das denn, Andreas zum Beispiel? Ich habe schon das eine oder andere Bild gesehen. Und ich glaube schon, dass die drei in meinem Team sind Künstler. Das sind Künstler, das sind Wortakrobaten. Und wenn es ein Wort ist, was gezeichnet wurde, wovon ich ausgehe, dann werde ich es erkennen. Budi, wie sieht das bei dir aus? Bist du zuversichtlich, dass du hier die Gemälde auch erkennen kannst? Ich kann mich nur noch an das erinnern, was Eddy über Siebung gesagt hat. Go with the flow. Was? Yes, it's very important. It's very important to go with the flow. So, ich sehe hier natürlich, sieht man hier schon die Handschrift, ein frühes Werk des frühen, wer war's? Valentins, oder? Johanna hat's gezeichnet, stimmt. So, das heißt jetzt absolute Ruhe hier natürlich im Studio. Keinerlei Hinweise oder Tipps. Und Andreas hat nun die Möglichkeit, dieses Gemälde zu erraten. Darf ich noch mal fragen, er hat nur einen Versuch. Er kann sich Zeit nehmen, aber hat genau einen Versuch. Hä? Genau. Und sie hat's blind gemalt, ne? Genau. Du kannst dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest und musst dann im Anschluss den fertigen Begriff auf das Flipchart schreiben. Oder sagen. Okay, ich sag's einfach, ne? Ich hab, glaub ich, keinen Stift. Ähm, shit. Lass uns mal an deinem Gedankenprozess teilhaben. Ja, ich bin natürlich irgendwie maritim unterwegs gerade. Aber warte mal, was hat sie hier mit den ... Warum hat sie das gemalt? Sind das so Höcker oder was? Oder ich ... Und hier vorne das X. Ich dachte erst so Schwertfisch oder Walfisch oder sowas. Aber es ist doch hinten raus sehr, sehr klein. Und warum hier dieses X so krass? Was würde man so Xen? Es sei noch mal dazu gesagt, sie hat das blind gezeichnet, ne? Ja. Ach so, wahrscheinlich ist sie da ... Hä? Scheiße. Scheiße. Ist das ... Nee. Boah. Okay. Tja. Hast du eine Idee? Naja. Unterwasserwelt ist, glaub ich ... Wir sind, glaub ich, über dem Wasser. Aber ich weiß nicht, da gibt's ja sehr viel. Eigentlich gehen einige Sachen über Wasser. Oh Gott. Was würde man denn so ... Warum würde man diesen Buckel so akzentuieren? Wenn man zum Beispiel nichts sieht, dann zeichnen. Und dann würde ich das machen. Hä? Sind das Stachel? Ist das ein ... Stachelschwein? Warte, ganz kurz. Du sagst das so nebenbei. Ist das deine Lösung? Ja. Andreas sagt, Stachelschwein. Wir lösen auf, das ist ... Falsch! Ach, es wäre der Regenwurm gewesen. Das sind diese Glieder. Johanna, erklär dich. Ich hab mir die erste Welle nicht mehr gemerkt bei der zweiten. Deswegen hat das Ding Buckel. Da unten ist Rasen. Das hier ist Rasen. Die erste Welle nicht gemerkt, das ist ja auch gerade so ein bisschen das Problem der Menschheit. Und das war jetzt deine ... Blätter einmal um, bitte. Ach so, scheiße, ich mach weiter? Nee. Udi, ne? Nein. Jetzt kommt das Team Bohnen. Udi, du hast jetzt Zeit, dir dieses Gemälde von Nils Bohmhoff, dem virtuosen Künstler, anzuschauen und danach deine Antwort zu nennen. Na, Alter, Nils! Ist das eine Info, die ich ... Gar keine Tipps. Gar keine Tipps. Noch einmal und es gibt vier Punkte Abzug. Super random. Okay, was ist das für ein Pfeil? Ähm, Nils macht ein Pfeil. Ich kann nur ein bisschen laut denken, oder? Ja, ja. Du sollst sogar für die Unterhaltung. Du sollst sogar für die Unterhaltung. Ich soll sogar für die Unterhaltung, okay. Ähm, wie heißt denn das Ding bei Leichtläden? Nee, ein Rack ist das nicht. Wie heißt denn das? Wenn man fährt, wo man ... Aber da würde ja Ringe draufmalen. Warum hat der ein Pfeil da gemalt? Äh, was bedeuten diese Striche? Die Striche könnten auch ... Äh, nee. Alter, das ist ja richtig hardcore, ey. Unangenehm. Bei Daim hätt ich übrigens gesagt Golfkurs von oben, aber das wär falsch gewesen. Wow. Bei Daim hätt ich's auch. Äh, ja, meinst du, oder was? Äh, Rüsseltier ist es nicht. Ähm ... Du sagst mir bitte, wenn du deine finale Antwort geben magst. Ja, ich weiß, ich hab ne Minute Zeit ungefähr. Du hast zwei Stunden Zeit. Ach, war's echt? Ja, dann ist ja gut. Ich nicht, ja. Ich kann dir mal davor stellen, du musst nicht immer dieselbe ... Guck dir's mal aus allen Perspektiven. Nee, keine Tipps mehr. Da ist kein Strich umsonst. Nee, das ... Oh, 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 oh. Hab ich grade noch mal bestätigt gehabt. Ich hör nicht mehr hinten. Ich hör nicht mehr hinten. Ich hör nicht mehr. Es war ... Nee, man darf nichts sagen, das stimmt. Nee. Nicht davor stellen, weil wir würden als Zuschauer und Zuschauer das gerne nicht davor stellen. Genau. Was könnte das sein? Also ... Privat kannst du dich gerne davor stellen, oder? Ähm ... Was könnte das sein? Er hat einmal angesetzt ... Und dann hat er das so gemalt. Was könnte das sein? Ein Auto ist es nicht. Das wäre zu scheiße. Das würde er auch blind hinkriegen. Ähm ... Stelzen ... Alter. Ich ... Ich glaub, das ist ... Ich weiß es auch nicht, Alter. Das ist wirklich anstrengend. Ein Pfeil, und da geht's runter. Das überleg ich noch. Also ich kann dir schon mal sagen, ein bisschen ... Du hast wesentlich mehr Begriffe, als Andreas zu erraten. Das heißt, wenn das jetzt nichts wird, hast du immer noch gute Chancen zu geben. Okay, wow. Und zwar deutlich mehr Begriffe. Okay. Es ist ein ... Wir waren als erstes ... Ein Rack. Äh ... Budi sagt Rack, und das ist falsch. Ja, tut mir leid. Es wäre die Tischdecke gewesen. Ganz klar zu erkennen. Ja. Ja. Den runterhängenden ... Das ist ... Das ist ... Das ist ... Nicht ... Okay, das ist fucking Kunst, ey. Alles klar, Andreas. Das ist dein nächster Begriff. Das ist ja brillant. Wer auch immer das gemalt hat. Ey, das ... Das ist ... Das ist Banksy, ey. Das ist wirklich gut. Oder ... Ja. Das rafft man. Ein echter Miro. Andreas, das kannst du ... Es sind alles zusammengesetzte ... Substantive, ne? Hm? Weil Rack wäre ja zum Beispiel dann Quatsch gewesen. Okay, was ist das? Es sind schon Elemente ... Ich sag kein Wort. Wie heißt ... Ja, es ist immer das Ding, ne? Hä? Ja. Wieso so? Wieso so? Wieso so, ey? Krass. Er versucht ... Ich finde es gut, dass du auch immer dir das Motiv überlegst. Das Zeichen ist. Wieso hat er das gezeichnet? Ist es so? Oder ist es ... Ich verstehe nicht genau, was du ... Guck mal, hier hat er den Stift angesetzt. Wir sehen es nicht ... Wir sehen es nicht ... Wir sehen es aus unterhaltungstechnischen Gründen nicht, was du gerade zeigst. Ich frag mich halt, wo er den Stift angesetzt hat. Schade, dass du Linkshänder bist. Hallo. Ach so, Johanna hat's gemalt. Ja, alles Johanna. Das ist natürlich dann was ganz anderes. Ja, dann guck ich da ganz anders drauf. Ja. Hier mit dem Dings auch nach unten. Scheiße, Mann! Äh ... Das ist gut. Tja, sagst du. Ja. Ja. Äh ... Okay, gehört das auch dazu? Alles gehört dazu. Ja. What? Ha! Hä? Die Sonne? Hä? Gott. Okay, das ist krass. Okay, das ist krass. Ja, ich ... Wenn das der Begriff ist, dann Respekt, aber ... Nee, kann nicht sein. Hä? Du hast eine Ahnung, oder was? Nee, aber das wär krass. Das wär wirklich krass. Das wär wirklich krass. Ähm, oder? Problem ist so, dass du eine Antwort geben musst. Ja, also ... Ich bin natürlich irgendwo ... Ich denk so Büro, vielleicht Schreibtisch, Schraubstock. Windows 95. Irgendwie sowas. Ey, ich hoffe, Schreibtisch. Die Antwort lautet Schreibtisch. Das ist ... Falsch. Das dachte ich mir schon. Zweiter Tipp. Schraubstock. Was hättest du gedacht? Also, wenn es das James-Webb-Space-Taleskop wär, wer das richtig hatte, ist der Lagarde. Das wär cool. Das wär ... Das wär ... Das wäre eine Sonde gewesen. Aber das meine ich ja, das wäre es nicht. Und das andere wäre Bohrmaschine gewesen. Absolut richtig. Akkuschrauber wäre es gewesen. Akkuschrauber wäre es gewesen. Ähnlich technisch versiert. Ach so, wie reingeht. Scheiße. Könnt ihr eine Leistung nehmen? Nein, ich habe Bohrmaschine gewesen. Einmal umdrehen, bitte. Einmal umdrehen, bitte. Für die nächste Runde. Das ist jetzt wieder Budis Begriff. Alter, super gemalt, Alter. Richtig gut gemalt. Du weißt ja noch nicht, was es ist. Ein Toaster? Das war ein guter Tipp. Also, das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil nach oben oder ein Paddel. Aber wenn das ein Paddel wäre, dann müsste es unten sein und nicht oben. Also, das ist ein Surfer auf jeden Fall. Jemand surft. Jetzt ist die Frage, ist das ein Segel? Soll das ein Segel sein? Ist das Sternenhimmel? Also, irgendwas ist da wichtig für die Punkte, weil sonst hätten die das nicht gemacht. Hast du ja, okay, das machen wir mal. Surfer Dude, wenn das ein Pfeil ist, dann geht es um den. Ja. Wenn wir zu uns kommen, wir haben eine Regelfrage. Ja, wirklich. Sehr, sehr fair. Okay, dann überlege ich weiter. Okay, laut weiter. Also, die Punkte könnten Sterne sein. Ja, richtig. Also, es macht ja keinen Sinn, warum wurden da Punkte gemacht? Yes. Ich möchte dich kurz aufklären. Und es stimmt natürlich, dass das angemerkt wird. Diese Punkte, die wir hier sehen, das ist vom Durchdruck, da kann keiner was dafür. Ah, okay, danke schön. Das ist einfach nur minderwertiges Papier, was wir hier sehen. Ich hab da hier. Okay. Ich glaub, die Position des Surfers, die ist ziemlich gut getroffen, aber mich irritiert halt so ein bisschen dieser Pfeil und die Wellen sind so lame. Aber ich sag einfach Wellenreiter. Uli's Antwort lautet Wellenreiter. Das ist falsch. Na, das wäre, Alter. Hast du noch eine zweite Idee? Der Stand-Up-Paddler wäre das andere gewesen, aber der Pfeil, also... Fast das Surfbrett. Das ist es gewesen, der Pfeil. Ach was, echt? Ach, deswegen der Pfeil. Oh Mann. Surfbrett. Nächstes, bitte. Ja, aber hier ist es nicht dasselbe. So, das ist dein Begriff. Auch hier wieder diese... Kannst du schaffen. ...Punkte da sind. Ey, also ich hab direkt eine Assoziation, aber ich weiß nicht, ob die so jugendfrei ist. Nein, nein, der Andreas macht schon. Ich hätt' ich mal schön frontal davor, Andreas. Das kann ich immer mal sagen. Bist sehr immer... Also... Ey, nee, nobody really... Also ich hoff natürlich... We know, okay, alles klar. Lass doch mal jetzt den Andreas, bitte. Dass das hier Ultraschall ist und das müsst... Ey, ich hoffe, das ist eine Fledermaus. Einfach. Das ist die richtige Antwort. Ja, ja, Andreas. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Andreas. Das war... Ja, Mann, Andreas. Der Ultraschall war es am Ende. Das war der dritte und letzte Begriff von deinem Team. Ach du Scheiße. Das heißt, im Moment steht es 1 zu 0. Lese da mit den Nummern. Aber ihr gewinnt natürlich, wenn Budi keinen weiteren Begriff mehr erritt. Was ist das denn? Und deswegen lösen wir jetzt auf. Hä, was ist das denn? In aller Ruhe, was ist das? Schwulkreis? Ja, das ist die richtige Antwort. Das war legitim? Das finden wir ein bisschen... Das ist anheblich... Das ist doch nicht legitim, was? Was hast du für ein Problem? Das ist plötzlich 1 und 2 aufgeteilt, was wir jetzt nie gesehen haben. Das ist ganz normal bei Montagsmaler. Das kennen wir hier seit sieben Jahren ungefähr, wie alt wir bei Rock'n'Beats schon sind. Haben wir das schon ein paar Mal gespielt. Jeweils mit 1 und 2. Aber nie wurde gesagt, ein Gemälde soll gemalt werden. Na gut, es gibt halt intelligente Herangehensweisen und weniger intelligente. Die Ziffern sind raus. Die einmal umdrehen. Wir haben einen Unentschieden. Zum Schluss könnte es ein Stechen geben, das wollt ihr nicht sehen, denn dann muss ich zeichnen. Was war für dich? Hab ich gesagt. Nee, ich hab doch nichts mehr. Das ist für dich. Du musst jetzt zu. Ja, ja, ja. Obo. Ja, 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 ja. Das ist der Sieg. Und das ist der Sieg. Ja, wow. Was wär's gewesen? Kannst du noch einen extra Punkt holen? Taucherbrille. Hey, 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 hey. Ich freu mich voll für meine Gegner, dass sie die richtige Taktik angewandt haben. Juhu. Hallo, dafür hast du dieses Quadrat-Dings gelöst. So, also, wir können sagen, diese Runde geht an die Beans. Dankeschön. Das ist total nett. So. Ja, Mann, stark. Was ist denn, Leute? Was ist denn hier für eine Stimmung jetzt? Muss man aber auch sagen, wir sind natürlich hier seit Jahren und spielen ständig Montagsmaler. Ich hab das zum ersten Mal gespielt. Ich will nichts mehr hören. Komm, ihr seid nur traurig, dass ihr nicht auf die Idee gekommen seid. Und krankwüten. Krantig auch. Ja, krankig. Krantig. Kannst du noch ein bisschen zernieren? Kunst ist uns halt wichtig. Joana. Uns auch. Hättest du's, wenn du nicht blind gewesen wärst, anders gezeichnet? Steht zu meinem Gemälde und hätte das genauso abgeliefert. Aber diese 1-2-Nummer ist natürlich schon ... Also klar, bei Fledermaus nicht. Ich weiß nicht, was ein Fleder ist. Da nicht. Aber die hab ich ja auch super gemalt. Ist so. Aber bei den anderen Akkus ... Bei Regenwurm hätte mir das krass geholfen, wenn erst noch Regen ... Zum Beispiel. Wenn ich noch ein bisschen Regen gehabt hätte. Oder bei dem Akkuschrauber. Ach, Scheiße. Wenn man so einen kleinen Schrauber ... Der easy gewesen. Hätte man eine Schraube zum Beispiel ... Genau, aber ärgert ihr euch mehr über euch selbst oder über die Regelauslegung? Schon ganz klar über die Regeln. Ja. Okay. Hätten wir angefangen, hätten wir ja zum Beispiel ... Äh, hätten wir nicht angefangen. Hätten wir ja den Bonus gehabt, zuzugucken und uns Gedanken darüber zu machen, weil das Spiel war ja völlig abstrakt, das vorher zu raffen. Und ob der Eddy einen Käsekuchen gut darstellen kann. Dadurch dabei zuzugucken hat nicht geholfen. So viel kann ich sagen. Weiß man halt nicht. Gute Käsekuchen, das ist auch schwierig. Wie ich vorher ... Scheiße. Du meinst, weil ich vorher ganz klar gesagt hab, dass eins und zwei nicht erlaubt ist, oder was meinst du? Nö, das ist weiter. Aber guck mal, wenn ihr ... Nehmen wir an, ihr hättet alle Begriffe, die ihr in der Pantomime erraten hättet, hättet ihr auch in der Zeichnerdarstellung erraten, hättet ihr drei Punkte gehabt. Ja. Wir haben auch drei Punkte. Dann hätte wahrscheinlich das Regelwerk darüber entschieden, wer mehr bei der Pantomime erraten hat. Und dann hättet ihr eh verloren. Weiß man halt nicht. Nee. Also, man muss sagen ... Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Und Käsekuchen auch. Wie sehr ihr auch schimpfen wollt, das war einfach eine grandiose Teamleistung. Yeah! Woo! Grandios. Aber da zeigt sich auch die Erfahrung in diesen Spielen. Denn die machen das Ganze schon seit über sieben Jahren. Ich hab das Gefühl, die kennen sich. Die waren schon mal irgendwo zusammen. Und ich hab das Gefühl, ihr kennt euch nicht. Ey, also ... Wir waren nicht schlecht. Muss man sagen, wir waren nicht schlecht. Wirklich? Wirklich? Mal schauen, wie ihr euch bisher so schlagt in diesem Abend. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Punktestand. Ja, Mann! Werfen wir mal. Oh! 5 zu 1. Ärgerlich. Und das ist auch das letzte Spiel gewesen vor dem großen Finale. Das heißt, jetzt schauen wir, wer hat diesen Abend bisher gewonnen. Es waren ganz klar die Bienen mit 5 zu 1. Oh Gott. Ihr werdet also mit einem Vorteil in das Finale starten. Aber was ist denn das Finale? Was ist denn das Finale? Hoffentlich was tragen. Tja. Das erfahren wir erst nach einer kurzen Werbung. Bis gleich. Oh! Herzlich willkommen zurück zum Rocket Beans 7-Kampf. Ein toller Geburtstag ist das bisher. Wir haben alle großen Spaß. Ist es ein würdiger Geburtstag bisher, um euch nochmal zu fragen? Budi, was sagst du würdig? Mh. Und wer da trifft, dann ja, wenn nicht, dann nein. Ich würde sagen, ja, aber mir fehlen ungefähr 120 andere Leute. Mhm. Aber eines Tages vielleicht. Aber das, es macht sehr viel Spaß. An dieser Stelle vielleicht einfach mal einen kleinen Applaus für alle unsere Kollegen. Ja, machen wir mal. Die heute nicht da sein können. Keep the Motor running! Es war bisher sehr spannend, aber nun wird's prickelnd. Alter, fasst das Auge. Denn nun kommt das große Finale. Und jetzt erfahrt ihr, es ist ... Nein! Oh nein, Jenga! 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 Das sind die Reaktionen hier der Beans. Eddie war erschrocken. Eddie, was war deine erste Reaktion? Lass mich teilhaben. Ja, ich hab, ähm, schon häufig Jenga gespielt. Wir haben Speed-Jenga gespielt, noch bei ... Auf Speed? Äh, Oster-Olympiadekrieger E-Sport. Ähm, und auf Speed auch. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Challenge. Ich bin gespannt, wie das Regelwerk jetzt ist. Wer wann was darf, aber da freu ich mich schon richtig drauf. Simon, wirst du hier auch wieder der klassische, der klare MVP werden? Oder glaubst du, hast du viel Bier getrunken heute, oder was? Ich glaube, letzteres und ... Ich hab auch Jenga lange nicht mehr gespielt, aber ich mag die Idee dahinter, dass man so ganz filigran ... Und du riskierst alles. Mit einem Stups kann alles vorbei sein. Das sind die High-Stakes, für die ich lebe. Das stimmt wirklich. Krogi, was sagst du zu der Idee Jenga? Die Idee Jenga ist eine tolle, die mich begeistern kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sehr gut. Ich bin gespannt, was wir für einen Malus bekommen werden, tatsächlich. Wird ja wahrscheinlich irgendwie entweder auf Zeit gehen, oder wir kriegen irgendwas abgeklemmt oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß so. Ich kann es falsch verschauen, was das bedeutet. Aber ansonsten sind wir natürlich Feuer und Flamme für dieses Spiel. Dann lasst uns doch schon mal vorgehen zu diesem andächtigen Turm. Alle zusammen, oder was? Alle kommen mit nach vorne, denn das ist das große Finale. Und Valentin stößt den Turm um. Das war das Finale. Dann bin direkt verloren. Insinn. Ich bleib in der Mitte. Das eine Team geht nach rechts, das andere Team geht nach links. So. Das ist das gute Stück. Ich wurde übrigens vorher gefragt, ob wir den Spielern einen Helm aufsetzen sollen, aus Sicherheitsgründen. Das ist jetzt. Ich habe mich dagegen entschieden. Das finde ich sehr gut. Einfach, weil das ja sicherlich sehr unterhaltsam wäre, wenn er auf eure Köpfe fliegt. Bitte auf die Seite. Ihr habt bisher eine grandiose Leistung gezeigt, liebe Wiens. Und deswegen habt ihr euch folgende Vorteile erspielt. Erstens dürft ihr entscheiden, wer anfängt. Das heißt, ihr habt quasi schon diese erste Runde gewonnen, wenn wir Schnick-Schnack-Schnuck gespielt hätten. Danke. Ihr könnt entscheiden, fangt ihr an, fangen wir an. Und weil ihr so haushoch gewonnen habt, habt ihr euch sogar zwei Joker sozusagen erspielt. Das heißt, ihr dürft euch zweimal dagegen entscheiden zu ziehen. Also, wenn ihr irgendwann merkt, jetzt wird's wackelig, können die Gegner das machen. Das ist bei einem schon sehr mächtig. Einmal aussetzen ist schon sehr mächtig. Zweimal ist super hart. Aber ihr wart halt auch super schlecht. Das muss man sagen. Also, und? Aber unverdient. Nee. Ihr dürft untouchen, ja, untouchen, um zu gucken. Aber, ne, ihr dürft jetzt nicht den schon irgendwie einen Zentimeter bewegen. Eigentlich dürft ihr ihn gar nicht bewegen, aber untouchen ja. Das ist ein bisschen ... Es wird viel Streit geben später wahrscheinlich. Oh, das war noch bewegt. Aber untouchen ist erlaubt. Dann kommt noch dazu, ihr dürft es egal wo oben hinlegen. Wir haben einige Jenga-Freaks hier in der Firma, die haben gesagt, nee, es muss eigentlich immer hier nach dem Dreisatz irgendwie hingelegt werden. Nein, ihr könnt es einfach hinlegen, wo ihr wollt. Aber es muss natürlich in andere Richtungen. Das auf jeden Fall. Aber ob's jetzt in der Mitte oder außen ist, das könnt ihr selbst entscheiden. Dann, ja. Ab der dritten Ebene immer erst, oder? Also, ich darf jetzt nicht den hier rausziehen. Genau, die obersten zwei dürfen nicht ... Die obersten drei. Genau. Das ist absolut korrekt. So. Es wird ja später ein bisschen wackelig. Ihr könnt euch wirklich Zeit lassen, wir haben keinen Zeitlimit oder so. Es wird ja irgendwann wackelig. Nee. Ich werde nach eigenem Ermessen sagen, alles klar, jetzt warte ich erst mal noch, ob der vielleicht noch umfällt. Also, ihr werdet ja auch blöd, wenn ihr dann rangeht und sofort versucht, den nächsten Stein zu ziehen. Das heißt, wartet immer, ob er wirklich umfällt. Und wenn er nicht umfällt, kann das nächste Team ran. Ihr habt jetzt die Entscheidung, wollt ihr anfangen oder nicht? Das ist eigentlich ... Fangt ruhig an, ihr habt es euch verdient. Ich frag's. Und dann können wir nun starten mit dem großen Finale. Wer will anfangen? Abwechselnd, natürlich. Ich finde das ein sehr viel Film übrigens. Das ist eher ... Kogi ist auch ein gefährlicher Fall. Mein erster Gedanke war auch, ey, das wollte ich schon immer. Ja. Ich wollt wirklich mal eine große Variante. Also, dritte Reihe wär möglich, ja? Ja. Boah, Leute. Hast euch Zeit. Also, wenn wir verlieren, dann aber mindestens mit einer Platzwunde. Weil sonst ... Also, tippen ist erlaubt, ne? Tippen ist erlaubt. Erlaubt. Ja. Ertaubt. Kogi ist jetzt ertaubt. Hä, aber ... Das ist schwer. Das fühlt sich sehr massiv an. Sind die verkläsamen? Ja, genau. Ein riesiger Gag. Au, schön. Oh, okay, Vorsicht. Der Kogi. Vorsicht, der ist noch nicht drauf. Ja. Jetzt allerdings. Ja, wow, der erste. Wow, der erste. Wow. Stark. Spannend. Jetzt ihr. Druck ist bei euch. Mach. Du kannst ruhig in Ruhe touchen, ne? Du kannst mit der Zunge. Richtig verrammelt, ey. Soll ich lieber eine Lücke lassen? Muss ich was anfangen? Ja. Irgendwie so muss ich ziehen. Ja, 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 sauber. Auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Wir haben immer die beiden Joker. Nichts. Wow, shit. Auch nicht mit deinem Körper. Sauber, Alter. Nice. Sehr gut. Ach, scheiße, der wackelt schon. Oh, der wackelt schon. Der wackelt schon. Ist gleich vorbei. Nächster. Müssten wir alle? Ja, wir müssen alle. Oder? Hat keiner gesagt. Stimmt. Doch, ihr müsst abwechseln. Natürlich abwechseln. Selbstverständlich. Na gut. Ähm ... Und ihr dürft natürlich auch nicht den Turm aufhalten, wenn er gerade fällt. Ach so. Okay. Kurz abstützen. Muss man immer drei? Oder könnten wir jetzt ... Immer drei. Aber taktisch können die mich beraten, ne? Ja. Sie können sagen, jetzt noch nicht den seitlichen Beilen. Ihr könnt euch beraten, ihr könnt euch Witze erzählen. Ich würd nämlich erst noch im Mittleren. Ja, ich fühl jetzt viel. Tippen darf man unendlich, hab ich eben gehört. Ja, tippen, ja. Aber wenn du ihn großartig bewegst, dann werd ich dir sagen, dass du ihn auch ziehen musst. Ach du Scheiße. Oh Gott. Da musst du schnell sein. Wie die Pogelspinne. Ich hab hier jetzt einen alten Trauma aufgearbeitet von Andreas Link. Noch nie Jenga gespielt. Mhm. Nämlich. Auch für mich das Learning heute. Selber spielen ist so gar nicht mein Sinn. Nee, wir bleiben schön in der Reflexion. Nur schreiben die Spiele. Pff. Eieiei. Das ist aber jetzt schon gar nicht so leicht. Ja, die sind ziemlich rammelig, ey. Ja, es ist rammelig, wirklich. Rammelig, mittellöcherig. Ey, was ist denn mit dem hier? Siehst du irgendwo Luft? Ja. Hätt ich's genommen. Heißt aber gar nichts. Hab noch nie gespielt. Hoffentlich ist der Bombenfest. Fällt der da runter vielleicht? Wäre das unser ... Du meinst der direkt? Nee, einen höher. Der. Probier's mal. Oh ja, der ist es. Der ist es? Ja, den hätte ich auch genommen. Stark. Den hätte ich mir schon rausgeguckt gleich. Schade. Ja, wirklich. Vielleicht gleich mal ganz unten probieren. Einfach austreten. Aber auf der Seite gibt's jetzt noch ein paar andere. Gott. Soll ich? Ja. Sehr gut, sehr gut. Muss man auch mal appreciaten. Könnt ihr euch dann vielleicht so hinstellen, wie ihr auch jetzt die Reihenfolge entscheidet? Damit ... Schrei mich bitte nicht an. Nein! Ich ... Keine Ahnung. Du hast als Erstes gemacht, ne? Ja, dann ist jetzt ... Ja, dann soll Nils sich danach neben Simon stellen. Sofort. Ich will nicht, dass sie mich hier komplett verarschen. Ich will nicht, dass sie mich hier komplett verarschen. Das ist ein Garderobe. Ich bin auch wieder oben. Oh, ja ... Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, Mann. Vielleicht kann man ... Ich hab so Indiana Jones verhalten. Warte. Nee, ey. Stimmt. Das macht mal ein bisschen Spaß. Ich freu mich jetzt schon auf Andreas. Ich fühl so schon nix. Du kannst mit der Hand auch so ... Wird halt schwer, denn der Turm wird ja immer höher. Wie machen wir das dann mit Andreas? Ach, nein. Du kannst auf Krogis Schultern. Kein Problem. Fürs Team. Kein Thema. Das wär ne schöne Geschichte. Ja. Oder? Das wär einfach ... Die Klammer wär ... Ja, das wär toll. Nils. Stark. Du musst dich da hinstellen. Du musst ... Krogi, okay. Ja, das stimmt. Sonst hab ich den Überblick verloren. Der hat die Schnauze voll. Ich sag's dir. Klatschen wird auch immer gefährlicher, muss man dazu sagen. Aber du kannst dir trotzdem ... Oh! Ich kann dir schon mal sagen, Du hast ihn schon so weit bewegt, dass der raus muss. Stell dich ganz davor. Stell dich ganz davor. Der muss raus. Mann, kein Problem. Der ist es jetzt. Ja, stell dich einfach ganz davor. Schön ruhig und langsam. Der ist ganz locker. Ja, easy. Schaffst du. Ja, schön. Dann entspann ich mich jetzt. Du entspannst dich jetzt. Super. Das ist gar kein Problem. Sauber. Fibitoppig. Stark. Unnötig souverän. Ja. Sehr gut. Stellt ihr euch auch so hin, ne? Wie ihr zieht. Ja. Okay. Ach. Aber das ist natürlich sehr schwer. Ich weiß nicht. Ja, es ist wirklich ein richtig ... Oh! Oh! Man kann nicht diese Strategie, dass man so durchfährt wie beim normalen. Nee, nee, nee. Die sind schon sehr schwer. Auf der Seite. Zwischen den beiden. Zwischen den beiden. Die sind massive Klötze. Ja. Ja, egal. Boah, der ist ja wirklich ... Angstfrei geht der da ran. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. So, jetzt hast du den schon bewegt, der muss raus. Aber man muss mit mehr Klopfen. Acht auf oben. Ganz langsam raus. Guck, wer hat sich bewegt. Ja, aber guck auch erst mal. Also, nimm dir Zeit. Mach einfach. Du kannst an allen ein bisschen klopfen. Ey, wir haben die auch ein bisschen schiefgelegt. Stimmt. Ja. Produktionsgewicht. Dumm. Ja, bitte auf die Füße. Falls es zum Fall kommt, auf die Füße aufpassen. Die könnten schweren Schaden nehmen. Vielleicht brauchen wir Helme für die Füße. Das sind sehr schwere Blöcke. Oh, jeder braucht zwei Helme für die Füße. Das sind zehn Helme. Sauber, Eddie Menade. Warte, erst applaudieren, wenn die anderen ... Das ist ja Zeitdruck, da haben die das gemacht. Das ist ja Zeitdruck. Oh. Okay. Gut. Du schaffst das. Du schaffst das auf jeden Fall. Krass. Du hast so viel Gewicht drauf. Ja. Vorsichtig. Fühl mal so ein bisschen an alle drumherum. So. Bombenfest, die Dinger. Ja. Nee. Mhm. Mach mal hier so die Seiten. Du kannst dir diese auch nehmen. Check mal den da. Der ist schon Gras dran. Nee. Schwierig, der. Oh, der ist so schlecht. Nee. Du merkst, dass es in einer ein bisschen ... Ja, der könnte ... Dollar dagegen. Ja. So, jetzt hast du ihn spätestens bewegt. Jetzt muss der raus. Schöne Taktik auch. Einfach so. Gefällt mir sehr gut. Vorsicht. Der meißelt den raus da. Ja, jetzt lag's am Ziel. Gut machst du das. Jetzt richtig schnell raus. Ja, aber das ist eine gute Taktik gewesen. Ja. Die ist safe. Sei der Kuckuck. Sehr gut. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, schön. Einmal in deinem Leben. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ihr kommt zurück. Jetzt sieht's richtig schief aus. Alter. Geunis sterben nicht. Geunis sterben nicht. Nee, 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 nee. Geunis sterben nicht. Nee, 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 nee. Wir sind Geunis. Ach so. Ihr seid die nächste Generation. Weiß ich nicht. Oh. So, der ist bewegt, der muss raus. Power Rangers. Die Female Ghostbusters. Was ist das? Ah, da hat er sich ein save gemacht. Hey, wuh! Ihr hättest aber auch ein bisschen schöner hinlegen. Andreas hat den in der Mitte. Stimmt. Kann das so unordentlich zu machen. Scheiß. Das bricht uns noch das Genick. Wie der Turm. Bei uns am Ende dann auch. Welchen soll ich nehmen? Fuck. Alter. Mitte oben. Ja, ich würde... Mal gucken, welcher rum sind noch. Man sieht's bei den Lücken da oben. Okay. Den hast du schon, der war mit dem Gras. Mit dem Gras. Haltet euch fern vom Gras. Ein wichtiger Hinweis noch für euch, wenn ihr euch für den Joker entscheidet, passen wollt, dann könnt ihr das nur machen, wenn ihr vorher nicht schon berührt habt. Also da müsstet ihr vorher sagen... Also auch nicht tippen? Nee, genau, nicht tippen. Nicht berühren. Der Joker ist auch für die anderen. Nee, für uns. Wir sagen diesen und dann müssen diesen ran. Okay. Oh, da wackelt's schon. Mit der Faust geht er da ran. Vorsichtig, mit dem Base Cap da dran kommen. Geht's um den Turm. Ja. Scheiße. Es ist kaum auszuhalten. Ja, 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 ja. Den langsame Ruck. Oh, da geht's schon. Langsam rucken. Langsam rucken? Ja. Ganz in Ruhe. Smooth. Smooth meinte ich, genau. Ganz in Ruhe. Ja. Ja. Ganz langsam kommt das Ding in deine Hände. Was ist denn das für eine Scheiße am Ende? Du kannst ihn festhalten da oben. Kann ich? Du kannst es mit dem Finger festhalten. Ja, das darf man. Was? Das darf man? Danke für die Jenga-Hilfe. Eins, zwei, meckern so rum, ne? Ach ja. Das ist ein ganz anderes Thema. Festhalten? Nein, nein, nein. Nur wenn jetzt gleichzeitig einer rauskommt. Mir wurde übrigens gerade gesagt, das habt ihr auch schon gemacht. Hä? So. So. So, wir machen ein Recap. Wir gucken rein. Wir haben die Szene. Was die Regie erzählt hat. Die sitzen da seit, ich weiß nicht, wie viele Stunden die sind. Keiner mehr nüchtern von denen. Aber das ist ja ... Boah, das ist so schwer. Ich bin kein Selbstdenkst. Na, Mensch. Alter, die sind alle fest. Man kann auch einen seitlichen nehmen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber es ist seitlich. Wenn er locker ist, dann ist ja eh kein Gewicht. Ja, das heißt, dass er dann nicht ... Also, du kannst auch alles einfach mal testen. Wenn einer ganz leicht ist, dann ... Oh! Oh! Nein, nein, nein. Oh, nein, nein. Ab den dritten Lücken. Ab den dritten Lücken. Scheiße. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, hätte ich mir gewünscht, dass du dich vertanzt. Oh! Oh! Oh, bitte tanzt nicht mehr so gut. Scheiße. Bitte tanzt mehr. Alter, du weißt genau. Ich weiß, aber ich muss. Besser an Walle. Ich kann nicht. Lass Walle helfen. Lass Walle helfen. Sollen wir den, der gerade sich ... Dass der Trennungsgrund der Wienes wird? War das? Das kann ja nicht funktionieren. Gut, dass du dabei bist. Also, du kannst nur am Rand sich nehmen, wenn natürlich noch zwei da liegen als Basis. Sonst funktioniert es natürlich nicht. Also, ich würde es einlassen in der Show. Ja, besser ... Wenn du da was findest, was irgendwie ... Okay, ich versuche noch mal ein bisschen zu tippen. Den hatten wir schon mehr. Oder du machst dieses Trägheits- und Träge-Masse-Gesetz, ne? Einfach ... Ja, das wäre auch mein Tipp. Ach, das Träge ... Du holst jetzt ... Jetzt sofort ... Du holst jetzt deine Tafel weg. Ja, sei der ... Sei der ... Sei der ... Nimm den Zeigefinger, Ballast ... Gleich machst du das ... Das war ein Gesetz. So ist es. Ist doch schön, dass ich hier den Kollegen helfe. Ist doch voll super. Ja, das ist eine große Hilfe. Aber ... Sorry, Schall. Wow. Du machst alle irre. Wenn du zu sehr ballerst, dann wackelt das oben. Die Seiten sind auch wirklich erlaubt, ne? Das ... Ja, aber halt auch Risky. Die läuten direkt eine andere Phase, das ganze Mal. Ja, ja, ja. Guck mal da durch. Guck mal, guck mal hier. Guck mal hier, siehst du da irgendeine Auflagefläche? Nicht berühren, Krogi, sonst bist du sofort disqualifiziert. Ja, ja. Guck mal da durch. Ey, Krogi, sag mal. Ey ... Beratung ist erlaubt. Das macht ihr genauso. Berühren verboten. Da ist ein bisschen Zug mit dabei. Für seine Hand. Scheiße. Du hast die Coaching-Zone verlassen. Jetzt aufsetzen. Alter. Super. Jetzt wird's richtig hart. Uh. Wo hast du denn her? Sehr gut. Das war gut zusammengearbeitet. Ja, Mann. Ihr steht ja sicherlich alle noch an der richtigen Seite. Ja, komm. Ich will auch mal mich an der Heizung anlegen. Darauf guck ich nicht so mehr. Boah, die haben eine Heizung. Scheiße, jetzt wird's langsam echt schwer. Versuch einen seitlichen, ob einer locker ist. Weil wenn da kein Gewicht drauf ist, dann ist er keine Tragen. Naja, du hast völlig recht. Aber das ist natürlich jetzt hier schon ... Du musst ja nur ganz leicht gucken. Allein durch das Auflegen kann sich schon wieder, wenn ich den auflege, kann sich schon wieder was verändern in der Statik. Das ist echt schwer. Shoot. Sobald du berührst, darfst du nicht mehr passen, ne? Ja, wir haben zwei Joker. Die Frage ist, wann nehmen wir die? Dann, wenn sehr spät, kritisch. Jetzt. Wenn's wirklich gerade so noch zu leicht. Hört auch jetzt schon mal. 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 Naja, ich mein, das kann ja wirklich schon jetzt vorbei sein. Zweimal, wenn Andreas dran ist. Hey. So. Der Nächste geht wieder Richtung Walle. Alter Nieren. Scheiße, ey. Das macht nett. Rufst du jemanden an? Wollte grad sagen. Der Telefonjonger ist erlaubt. Das ist einfach Profiling. Tatsächlich erlaubt, ja. Ein Statiker. Das ist vielleicht auch so eine Wasseruhr, ja. Soll ich den Stein nehmen? Ja, mein Sohn, nimm den. Ich hab mein Röntgen dabei. Ich sitze zu Hause und hab mir das auch gemacht. Nimm den Stein. Das Ding ist, wenn ich ihn da rausziehe, ne? Dann muss ich ihn ja da raufsetzen. Nee, du darfst nicht. Stimmt. Dann ist die Statik natürlich wieder eine andere, ne? Nee, ey. Das ist krass. Ich mein, das sind zwei, die auf ... Einer drückt runter und zwei drücken. Eigentlich müsste es mathematisch, oder? Seid ihr nicht gut in sowas? Doch. Aber hier ist noch ein Dreier. Ja, und du musst ihn ja auch rein drüberlegen. Hier ist noch ein Dreier. Naja, aber die Frage ist, ob ich den rauskriege. Einer von denen muss doch nur locker sein. Der vielleicht. Tipp doch minimal mal so an. Schaut sich hier die Jahresringe noch mal ganz genau an. Oh Gott, Leute, das wird echt ... Ich kann für nichts garantieren, das ist ... Du kannst auch passen. Oh ja. Okay, ich könnte den ziehen, könnte ich probieren. Jetzt könnt ihr nicht mehr passen. Ich hab nichts angefasst. Noch hat er nichts angefasst. Das ist Terminbeforscher. Ja, probier's mal. Also wir machen noch mal, oder? Hier ist auch noch ein Dreier. Seidens. Sorgt der nach der sogenannten ... Der muss eigentlich auch ... Boomhoffschen Termin. Okay. Musst nur langsam fest drücken. Hm. Wackel. Wie wackelt's? Wackelt's? Oben ist noch alles okay? Ob du's bewegt hast oder nicht? Gibt den Wackelmedium. Nee, hat er nicht. Rückst du? Das geht noch, ne? Wackelt's minimal. Das war schön. Weil wir brauchen die Situation auch gleich. Deswegen müssen wir jetzt schon fair sein. Ich hoffe, die passen nicht. Jetzt geht das auch nicht mehr. Ja, der ist gut. Der ist gut, der ist gut. Der ... Ich würde sagen, grenzwertig. Doch, der hält. Ja, bewegt. Ja, der hält. 100 Prozent. Eigentlich, äh ... Willst du den so rausziehen? Nimm dir den so raus auch noch. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Jetzt musst du auf jeden Fall. Okay, du musst den nehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der muss den ja auch noch hochlegen. Ja, das ist das. Oh, Achtung, Achtung, bisschen weniger. Nee, mehr. Doch, das schafft er. Schnell raus. Oh, der ist gut. Du warst der stark. Ja! Oh! Aber es muss jetzt auf die gleiche Seite. Das Problem ist, dass jetzt das Gewicht erhöht wird. Ja, ja. Mach es nicht. Wenn du das noch schaffst, dann ist er ja. Dann können wir direkt ... Budi sollst du vielleicht mal einen weitergeben. Ist das schon das Ende? Joker. Wir erfahren es. Lass mal abwarten, was wir machen. Jetzt warten wir. Der Tor her steht. Gut gemacht. Kann man nix sagen. Johanna, go! Wenn wir jetzt beide Joker benutzen, müssen die drei hintereinander machen. Ich hoffe, wir gucken erst mal, wie's bei denen aussieht jetzt. Wir sind im Raum, Jungs, ja. Also entweder dieser oder der nächste muss der Joker sein. Das ist ja fast schon ein Profilier natürlich. Sämtliche Regelverstöße. Aber ich? Ich? Nein, nein. Alles gut. Geh noch nicht zu weit. Versuch auch erst mal die Statik dann zu bedenken. Hm? Klar bin ich sehr gut drin. Nee, ich mein, lass uns erst diskutieren, weil das war schon nicht schlecht, was die da eben gemacht haben. Hm? Das mit einzubeziehen. Boah, ab jetzt ist es echt schwer. Ja. Johanna ist besser. Wow! Das musst du jetzt auch nehmen. Ja, muss jetzt, okay. Da zieht die einfach mal so den Lappen. Alter! Man merkt, wenn die locker sind. Nö, Johanna? Überleg mal, überleg mal, überleg mal. Mach doch Mitte. Mach doch Mitte. Ja, das ist alles die Wahre. So, wir warten noch kurz, ob er stehen bleibt. Und er bleibt stehen. Leute, wenn wir jetzt ihn ... Haben wir den ... Habt ihr noch eine Idee? Habt ihr noch einen? Also wenn, dann müssen wir, glaube ich ... Und die Frage ist, glaube ich, ob wir hier noch einen rausholen. Die Frage ist, wenn sie jetzt noch zwei nehmen ... Dann wird's für uns ja schwieriger, wenn sie's schaffen. Wenn sie's schaffen, wird's für uns schwerer. Aber kann der nicht der hier raus? Nee, der ist noch nicht. Warum? Ach so, weil der noch eine ... Erst in voll ist, sicher? Erst in voll ist, ja. Du brauchst immer zwei volle Reihen. Aber schau mal, da unten ist immer noch ... Guck mal, da unten sind noch zwei Steine, die man nehmen kann. Mindestens. Erst mal in Ruhe gucken. Wir haben keine Eile. Aber ganz unten. Schaut immer ganz unten. Ja, aber da haben wir ja alle schon mal drangebricht. Aber ich will irgendwie nicht aufhören. Bevor du was machst, ne? Ja, du musst ein bisschen drücken. Wir können nur abgeben, bevor du kloppt. Aber je höher der ... Ja, das ist schon vorbei, er kann nicht mehr abgeben. Scheiße. Das schaffst du, das ist super. Alter, ein Seidenstein. Ja, je später wir die Joker einsetzen ... Ganz ruhig. Ruhig, jede Menge Zeit. Ich sag's euch, letzte Chance jetzt. Super, Ed. Oh, mein Gott. Ruhig, ruhig, ruhig. Ist das spannend. Ja. Nice! Ganz ruhig. Jetzt ... Welche Seite? Ich überleg genau, welche Seite. Ja, wo können wir sie am meisten ärgern? Boah, das ist auf beiden Seiten sauschwer. Das ist erst mal eine ganz schlechte, eine ganz schlechte Nachricht für euch. Wenn das jetzt halten sollte. So. Bis dann. Ja, dann wird wahrscheinlich früher oder später ein Joker gegen euch eingesetzt. Oh. Oh. So, das sieht jetzt richtig ... Ja. Schwierig aus für euch. Wer ist denn als nächstes dran wohl? Das war ... Mach ... Also, die obere Hälfte ist Dangerous Territory. Aber unten halt auch, weil da brauchst du ... Ja. Ich wollte grad den hier nehmen, ne? War's das? Also, ne, ich mein, da musst du lieber zweimal überlegen. Bevor du da zu weit tippst ... Mach mal was, was Werner meint. Versuch alle bis an zu. Tippig. Ja. Also, da zu berühren. Wenn die Leute halt immer wieder ... Ja, was. Mach da ein bisschen ruhig, wenn du Licht siehst, am anderen Ende des Blockes ... Genau. Das, was Brogy mir eben gezeigt hat. Man kann teilweise durchgucken durch so Linien. Das gibt hier schon einen Hinweis. Aber der Witz ist ja, dass sie ... Sie müssen's dann ja riskieren. Und das ist halt ... Wir reden ja von Seifenstein. Ganz unten. Aber die zwei vollen Reihen noch mal, Georgie. Die müssen volle Reihen sein. Liegt halt viel Gewicht. Und da kannst du den ... Die werden ja immer ... Nur noch leichter. Und dann könnte man überlegen, ob man dann zum Beispiel als Nächstes einen von denen dreien nimmt. Oh. Die dürfen den nicht. Aber wir dürfen. Also, noch mal, ne? Die obersten zwei vollen Reihen dürfen nicht berütteln. Sterben mit Joker. Ja, hier ... Ich kann nicht so weit oben gehen, ne? Guck mal, was ist denn mit diesem Stein hier? Mit dem rechten? Ja, wo mein Schatten jetzt drauf ist. Super, wer sich wegdrehen lässt zur Seite. Genau, wegdrehen. Aber noch nicht zu viel committen. Aber wenn ... Aber wenn ... Aber wenn er sich bewegen lässt, dann ist der ... Das ist mein Leben, Alter. Scheiße. Oh, schwer. Das ist wirklich ... Kaum trautig. Ultraspannend hier fürs Finale. Allerdings zweimal ... Ups. Eigentlich muss ich einen ... Ein Dreier. Echten nehmen. Ne, oder? Okay. Stell dir vor, du bist beschlagt in Raab und grad sind die eine Million in den Koffern. Das macht's dir bestimmt einfacher. Ey, ich mach's wirklich nicht für das Geld, das wissen wir. Ja, das ist ... Nochmal als Warnung. Wenn der Turm fällt, bitte sofort aus dem Gefahrengebiet. Das könnte wirklich ... Ich würde ... Ich würde auf den 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 ... Nee, nee. Nee, 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 nee. Es ist Zeit, doch. Das sind Psychotricks hier. Lass du jetzt, ich bin immer noch ... Sicherheit. Ich bin immer noch für den. Sorry. Ich bin immer noch für den. Du guckst gut. Oder den hier. Wir müssen jetzt ran. Wir müssen jetzt ran. Ansonsten ... Ansonsten sei einfach superschnell. Also, energetisch. Lauf. Boah, ich zieh den schneller raus als ... Drake bei Insta-Models. Oh, shit. Nee, nee, nee. Hier, wir haben Zeit. Hier muss mit Geschwindigkeit. Lass dir so lange Zeit, wie du glaubst, dass es noch unterhaltsam für den Zuschauer ist. Nee, das spielt für Andreas grad keine Rolle lieber. Aus dieser Sendung. Nein, natürlich. Den oder den, was sagt ihr? Den oder den. Musst du selber entscheiden. Wie tippbar ist. Du musst das wirklich irgendwie erfüllen. Die sind beide, glaub ich, sehr fest. Fühl es, fühl es. Sonst schieb einfach mal. Schieb mal vorsichtig. Schieb mal ein bisschen. Nee, wenn er sich nicht bewegen lässt ... Schrengt nicht. Der bewegt sich ja auch nicht. Oh Gott, man möchte eingreifen. Und gleichzeitig auch nicht. Ich bin froh, nicht mit Schwer. Nee, nee, nee. Boah, ich bin froh, nicht mit Schwer. Nee, nee, nee. So fucking fest. Die sind alle ... Die sind da jetzt durch. Wahrscheinlich ist es der auch einfach nicht. Wir überlegen. Den kann ich auch noch nicht nehmen, ne? Doch, den könnt ich nehmen, ne? Boah, oder meint ihr ... Versuch! Versuch's einfach. Versuch's immer. Wenn's kippt, dann kipp's. Probier's einfach. Der Joke heißt, überleg dir, in welcher Richtung du drückst. Es wird nur einmal verschoben. Ja, ja, aber ... Scheiße, ich komm da nicht mehr dran. Ich könnte den zweimal ziehen. Theoretisch. Ja, danach bist du immer noch. Los, ran jetzt. Tja, ich weiß nicht welchen. Was war denn an dem da oben? Nee, der geht nicht. Der wackelt alles. Der ist zu statisch hier. Den vielleicht, komm. Na, da steht super viel drauf. Oh, der ist bewegt, der muss raus. Oh, der ist bewegt, der muss raus. Super! Ja, aber schön gewählt. Der wackelt doch. Leute, der Schall. Oh, stimmt. Fuck. Der Schall. Die Schallwellen, ja. Fuck. Geil. Jetzt muss er nur noch stehen. Hält der Turm. Das wird halten. Wow. Okay. Oh, er hat fast jetzt noch mal mit dem Unterarm da rangekratzt. Das war stark. Sauber. Ja. Wirklich stark. Das war unser Teammate Andreas. Ja, ich weiß. Wer wäre denn jetzt dran? Ich wär dran. Ich wär dran. Ich glaub auch, also wenn ... Also ... Ist auch spooky. Wir könnten jetzt zwei Joker setzen, aber ... Ja, aber ... Aber den kriegst du ja easy. Den kriegst du noch. Ich mach die Joker dann. Sobald du berührst, ist das nicht mehr möglich. Bei welchen hätten wir denn rein theoretisch noch? Warte, was? Hier ist noch ein Dreier. Könnte noch sein. Hier ist noch ein Dreier. Stimmt. Ah, ich muss den erst berühren. Okay. Und ganz unten ist noch einer. Der ist schwer, weil der hat auch schon hier ein bisschen locker. Das ist nicht so einfach. Also der hier könnte wirklich sein. Und der liegt jetzt gerade auch auf der Seite. Hier, ne? Da ist gerade instabil. Der hier. Und hier ist es auch mehr auf der Seite. Das heißt ... Versuch den Scheiß nicht wegzustupsen, während du das machst. Ja. Okay. Viel Spaß. Don't stups. Der Scheiß. Also guck mal, Buddi. Yes. Guck mal da, du. Andi, den darfst du nicht. Nee, eben, den darf ich nicht. Aber der hier ... Ja, ich seh's, ich seh's. Der muss doch gehen. Siehst du mein Licht? Ich seh's, ich hab ... Gott. Wir sehen's, Mann. Wir sehen's. Ich mach's. Okay. Ich mach's. Ja, mach es. Mach es. Wir bräuchten einen Laserpointer. Mach es. Ruhe. Okay, berührt auf jeden Fall, Schammer. Jetzt kann kein Jogger mehr ... Boah. Gezogen. Vorsicht. Oh no. Genau. Bitte keine Schallbällen. Mach auf der anderen Seite mit der Hand ne Schiene. Ne Schiene. Ja? Stimmt, damit der nicht runter ... Ja, ja. Witzelt. Ja! Ja! Noch ist hier gar nichts gewonnen. Doch, Mann. Denn jetzt kommt der fucking Joker. Das ist doch stark. Joker Bitches! Warte, 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 warte. Die sind doch eh dran. Wir müssen erst mal ... Aber wir wissen jetzt schon ... Plan schon mal für die Zukunft! Mach's schon mal mittelfristig und langfristig! Fuck! Shit! Alter! Oh, nee! Geil! Wow! Durchbleiben, noch nichts ist gewonnen. Geil, jetzt seid ihr ja erst mal dran. Erst mal einen Joker und abwarten. Oder was passiert? Oder ... Wir wollen da parken! Alles klar! Mal gucken, was ihr da noch macht! Shit! Das heißt, ihr zieht den Joker. Joker, Mann! Warte, 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 warte! Nein, doch, doch, Nils! Nein, ich mach das nicht! Joker! Wir müssen aber ran. Okay, ähm ... Nein, nein, nein. Das bringt nichts! Aber du wirst den zweiten Joker dann auch benutzen. Nee, müssen wir nicht. Es ist gut, es ist gut. Ja, ja. Weil genau ... Es ist einfach stark. Ich muss jetzt auf jeden Fall ... Egal, was ich mache, sie haben es schlecht gebaut. Das könnte da oben nicht mehr funktionieren. Nee, es ist ... Du musst grad ... Warte, du ... Ja, bitte? Es muss diese Reihe sein. Die ist zwar schwer, aber du musst diesen mittleren nehmen. Hier, da wo noch die Spinne dranhängt, die Tote. Habt ihr das eigentlich gesehen? Das ist total geil. Ähm ... Kann doch sein, dass es mega ... Dass die ganzen Block umhaut. Ja, zumindest ... Mit deine innere Rapunzel. Was du nicht machen darfst, Kralle. Ja, ja. Von der Seite oder von der Seite entgegenknallen. Weil da hast du natürlich eine geringe Auflagefläche. Also die Seite ist immer ein bisschen leichter, weil da hast du mehr Fläche da oben. Also ich sollte nicht so machen, sondern eher so wendern. Oder was meinst du damit? Hier oben. Das ist der Knackpunkt gerade. Wenn du von der ... Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich bin kein Statiker. Was willst du mir damit sagen? Logik. Hey, hört auf zu streiten. Wirklich. Nee, hört auf zu streiten. Mach mal weiter. Ich sag dir nur, wenn du von der Seite gegen haust, musst du vorsichtiger sein als von dieser Seite, weil da oben weniger Fläche ist. Das wollte ich verstehen, welche Seite du meinst. Sehr gut. Da hast du dich völlig recht. Streit geklärt. Ähm ... Ich hasse ihn trotzdem. Ich bin einfach angespannt. Ja, natürlich. Wir wollen dir helfen. Scheiße. Es ist eine hohe Anspannung gerade. Es ist das Finale. Ihr seid mit wenig Punkten hier reingekommen und könnt jetzt trotzdem noch gewinnen. Das ist ja die Spannung. Ja, genau. Wir brauchen noch ... Darf man probeweise wackeln an dem Turm? Nein! Du kannst an dem kompletten Turm wackeln, ja. Nee, also es wurde ja gesagt. Nee, wackel mal bitte nicht am Turm. Du kannst am Turm wackeln so viel wie ich. Ich wege dich nicht so hektisch, Kogi. Guck mal beim Gras. Guck mal den Grasblock an. Oh, oh. Du kannst den Turm auch umstoßen, tatsächlich. Siehst du den Grasblock? Wenn du keinen Bock mehr hast ... Du meinst den nicht runter habe, wahrscheinlich. Guck dir mal an. Ich finde, der sieht schon gut aus. Der liegt doch aber nur auf einem. Da liegt ja gar nichts auf dem. Nee. Also genau, der macht mir halt Sorge. Ja, den kannst du auf jeden Fall ... Den kannst du nicht rausnehmen. Nein, schon klar. Erklär mal, was du meinst. Ja, und hier oben ist halt mehr Gewicht in diese Richtung. Genau. Was bedeutet ... Wenn der aber raus ... Welchen willst du rausnehmen? Den hier. Ja, guck mal genau da durch. Guck mal da durch. Nein, ich sehe, dass der keine Auflagefläche hat. Dann kann nichts passieren. Ach so, ja, okay. Dann kann einfach nichts passieren, weil er keine Auflagefläche hat. Und oben kann auch nichts passieren, weil er in die andere Richtung drückt. Verstehst du? Der drückt nicht nach vorne, sondern nach hinten. Ja, ja. Dann kannst du eigentlich safe nehmen. Ja, ich würd den versuchen mal. Stell dich direkt nach vorne und zieh den raus. Ja, warte mal, ich tipp ihn aber trotzdem ... Nein. Okay, letzter Move. Nein. Vorsicht, Vorsicht, ganz langsam. Der ist berühmt. Der muss raus. Tobi, das hast du gut gesehen. Tobi, das hast du gut gesehen. Ja, jetzt sei vorsichtig. Tobi ist einfach der Bühnenbilder. Geh auf die andere Seite. Tobi, ganz vorsichtige Krippe. Tobi, nixank. Fuck. Was da oben ist? Hölle. Bevor wir uns entscheiden, ganz ruhig ... Und der Turm steht. Simon, ganz ruhig. Wir können erst mal gucken. Nice, nice. Zum Beispiel der hier. Den dürften wir jetzt rausnehmen. Ja, das wär auch der erste, den ich nehme. Aber ich darf ja tippen, ja. Wenn du tippst ... Wenn du tippst ... Nein, du tippst, müssen wir. Hast du getippt? Aber der ist ... Nein. Ich mach echt nix. Aber wenn du ... Guck mal hier. Ausatmen. Ausatmen. Der hat das Risiko. Komm mal, komm mal hin. Komm mal hin. Aber das liegt auf einem ... Einziger. Hast du das? Ja, ich seh's schon. Ich mein, ich weiß, dass es nicht aufliegt. Weißt du, was das Problem ist? Aber ich darf ja nicht berühren. Das Problem ist, wenn wir jetzt Joker machen, nehmen die den raus, und dann haben wir ein Problem wahrscheinlich. Das berührt? Darf kein Joker mehr. Oh, wow. Oh, nee. Farmer. Und ruhig. Das ist schwer. Jetzt ist es fucking schwer. Ja. Man möchte fast mein Spiel entscheiden, aber hier ist schon einiges passiert. Ja, jetzt ist ... Es wackelt ein bisschen. Und der ... Es wackelt ein bisschen. Er steht, ist freigegeben für euch. Super, Alter. Wer ist als Nächste? Nee, wir wollen nicht. Ich weiß nicht, ob wir freigegeben sind. Wir wollen nicht? Alles klar. Dann lassen wir das. Vielen Dank, dass ihr am Start seid. Ja. Ich hab Angst. Ja, lass helfen. Du bist bisher als sehr gute Jenga-Spielerin aufgefallen. Ich weiß nicht. Das war's. Kogi auch, ihr macht das nicht mehr. Oh! Heißt das Jenga oder Jenga? Was ist denn mit dieser Dreierreihe? Wir haben gar nicht die Option. Es verändert sich auch immer durch das Spiel. Wir müssen einfach noch irgendwas finden, was wir jetzt nicht gesehen haben. Genau, wir müssen diese Ritzen finden, die auch Kogi grad entdeckt hat. Schwer zu finden manchmal. Kogi, such. Hier liegt auf jeden Fall nicht so viel auf, glaub ich, bei dem. Oh ja. Wieso haben wir das denn so schlecht gebaut? Oh, jetzt wird hier schon umgewackelt. Ey, wir können da oben nicht mehr ran. Das wackelt sofort, weil das nur auf dem liegt. Wir müssen drunter. Aber, 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 Moment. Wenn du da oben was findest, ist es viel schlauer, oberhalb zu sein. Stark, bleib bei Kogi. Ich hab keine Ahnung. Check mal den, Johanna. Der ist wirklich heiß. Der? Ja, check den mal. Och, du Scheiße. Check den. Ich hab's nicht verdient, das hier umzuschmeißen. Check den erst mal. Okay, nee, lass es, lass es. Sicher? Wenn da schon nichts passiert ist. Hast du ihn überhaupt berührt? Ganz wenig mehr. Okay. Nehm ich. Okay, jetzt musst du ihn auch nehmen. Dann machst du so langsam wie du kannst. Kein Schall. Puh. Oh, Gott. Ganz chillig. Wiege Scheiße. Absolut, du kannst. Schön. Oh. Okay, jetzt erst mal überlegen. Warte, stopp, stopp. Der muss nach links. Guck mal, wie schief der da oben ist. Der muss nach links. Genau. Aber auch links. Aber möglichst viel in die Mitte. Verstehst du? Möglichst in die Mitte, aber nach links. Ja, korrekt. Anders geht's leider nicht. Aber so mittig es geht. Boah. Wie ist das oben? Kann man auch zurückziehen? Ne, ne? Ja. Ja. Okay. Komm her. Das Problem ist eine. Wenn wir den jetzt drauflegen, können wir den nehmen. Ich weiß, der sieht crazy aus. Aber guck mal, ob auf dem was draufliegt. Ich hab ihn nicht berührt. Ne, ich mein auch Nils, ne? Ja, aber das muss doch eigentlich gehen. Ganz unten kannst du eigentlich noch was nehmen. Der da. Der da, weil alles ist auf dem. Ey, ihr müsst das nur ganz langsam so rauspickeln. Ich weiß nicht, ob er sich bewegt. Ne, ne, da liegt Gewicht drauf, glaub ich. Aber Tippi ist ... Wenn ich berühre, muss ich machen, weißt du? Also muss ich den nehmen, aber der Drucker geht nicht. Glaubt ihr nicht, dass ihr den kriegt? Korrekt. Den unten? Ja. Der ... Der äußere. Nee. Echt, der äußere? Ja, wenn nichts. Aber wenn kein Gewicht drauf gibt, ist es egal. Ja, aber du hast hier einen außen, da 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 noch einen außen. Aber wenn der nicht ... Das Gewicht ... Wenn momentan kein Gewicht drauf ist, ist er ja einfach nicht existent quasi. Dann spielt's keine Rolle. Also, das ist jetzt natürlich eine spannende Taktikfrage. Wollen sie den Joker noch mal weitergeben? Dann haben sie ihn natürlich verspielt. Wenn das gegnerische Team das dann auch noch schafft, dann ist hier alles offen. Ich neige, fast einen Joker zu ziehen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Da sind noch drei. Da ist noch was drin, ja, aber ... Ja, Nils ist dran, aber ... Die müssen's ja auch erst mal schaffen. Also, das ... Das Ding ist, wenn ich jetzt einen rausziehe, ganz kurz, wenn ich einen rausziehe und ich pack ihn da oben rauf, dann haben die danach von den drei einen Joke, äh, einen Freischrein. Und dann sind wir wieder dran, ne? Und dann sind wir wieder dran, sodass es vielleicht ... Ihn jetzt eingeben wär vielleicht besser, ja. Dann können wir im Zweifel gleich hier einen von denen holen. Genau. Mh, ist nicht schwer. Weil, also, der liegt komplett frei, wenn da Gewicht draufgeht, dann wird der gehen. Ey, auf jeden Fall, die dritte Reihe kannst du immer nehmen. Ja. Weil wenn ich jetzt einen rausziehe, zack, haben die einen Freijoker, dann sind wir in der gleichen Position, ne? Ja. Tja. Ne, dann zieh doch. Ne, Joker. Nils magst du vielleicht ... Ne, ne, ne. Ich weiß nicht, ich hab ... Ja, bitte zieh dir den Helm auf. ... Ansage bekommen. Was? Es ist jetzt wirklich gefährlich. Das ist nämlich gar kein Holz. Das ist Blei. Angefangen. Okay, komm, Leute. Das sind ... Wir sind mit dem tödlichen Virus bedroht. Jetzt ziehen wir Helm auf. Anderthalb Meter. Scheine auf. Ja. Ne, komm, wir ziehen den Joker, oder? Ja. Okay. Alles klar, das ist die Entscheidung. Jetzt seid ihr dran. Komm mit. Wenn ihr das jetzt schafft ... Nehmen wir den Helm, Andreas. Du bist dran. Dann sieht's richtig gut aus für euch. Wir ... Wir machen das jetzt richtig in Ruhe. Ja, die, die dran sind. Keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Ich kann mich direkt noch mal ausziehen mit Helm, ey. Das darf nicht das letzte Bild sein, oder? Ja, komm. Kogi, bitte auch noch einen Helm aufziehen. Ach, Kogi, Helm. Sonst haben wir große Probleme. Ja, komm, dann gibts mir auch einen. Aber Kogi hat glaub ich ... Ich will da auf mich hinstellen. Einmal hier. Ich hab ... Ich hab doch immer Atteste dabei. Aber schaut bitte, dass die Helme jetzt nicht auf den ... Ach, Krumm fliegen, Alter. Wir ziehen doch einfach auf. Auf den Turm fliegen. Okay, ey, okay. Seid mal vorsichtig. Das wäre so dämlich jetzt. Ja. Ihr habt die Helme gekauft, ihr wolltet sie einmal benutzen. Ne, also ... Es ist wirklich ... Ihr kriegt das mehrfach übers Ohr gesagt. Es ist wirklich nicht ganz umgefällig. Sekunde, wie sagt Kogi jetzt so einen coolen Helm? Wieso ist das nicht umgefällig? Ist egal. Naja, weil das viel ... Ey, wir müssen springen. Wir müssen mal wieder zurück zum Spiel hier. Andreas, ich möchte, dass du dich gut fühlst. Was glaubt ihr, wie schnell so ein Turm kollabiert? Viel besser. Viel besser, ey. Okay, guck mal auf der Seite, bitte. Und ganz ehrlich, wer sich bei Jenga verletzt, hat's auch ein bisschen gewünscht. Andreas, jetzt siehst du aus wie ein cooler Skater. Welcher? Wer? John Tippett. Der ist ziemlich ... hat nämlich gute Auflage. Komm, wie vor, wie in der ... Also, diese Reihe hier kippt ein bisschen nach da. Das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Start. Das heißt, der könnte, aber es ist halt super wackelig, aber könnte sein, dass der geht. Der? Könnte sein. Nein, guck doch mal, da ist doch gar nichts mehr weiter. Das ist ja egal, weil die auf der Basis liegen. Das ist ja außen, das ist ja scheißegal. Stark, den nehm ich. Meinst du? Ich meine, ich froh locker natürlich mit so einer Dreierreihe. Das ist halt nicht immer geil. Du musst die Zuder bewegen, dann ist das dieses wackelige Dächlein da oben. Hey, warte mal. Check mal den ganz unten. Check den mal. Check mal, also nicht ... Den rechten? Ja, guck da mal. Ja, der liegt nicht so hundertprozentig auf. Ich glaube, du kannst durchgucken. Ich glaube, man kann safe durchgucken. Okay, jetzt verstehe ich den Elmraum. Das ist gefährlich, was du machst. Gott, wirklich, jetzt brauchst du auch noch Gesichtsschutz. Andreas, was ist das? Welcher, der hier? Ja, und den musst du nehmen. Den hier? Ja. Aber schön. Andreas, vielleicht solltest du so, dass du ein bisschen wegrennen kannst. Ey, Leute, es sind Bauklötze. Wirklich jetzt? Also, chill. Waren seine letzten Worte. 20 Kilo Holzsteine. Oh. So, du hast ... Es wackelt. Es zählt. Es ist bisher nur ein Millimeter. Es würde es noch durchgehen lassen. Aber ... Überleg noch mal. Ja, stopp. Überleg erst mal. Also, pass auf, was ich nicht machen würde, wenn er nach gar nichts geht ... Der ist fest. Was mit dem unteren? Bitte. Das geht nicht. Nee, der ... Also, der würde ... Länger als erwartet. Das hier? Nee. Warte. Ja, klar. Fass ihn an. Vorsichtig, bitte. Den hier. Aber ich kann nicht durchgucken. Nee, ne? Fest. Nee. Kennst du noch die alten Star Trek Folgen, so als die ersten Filme? Also, und dann habe ich noch eben einen gesehen, wie die sich immer bewegt haben. Der wäre ... Warte mal, wo war der? Genau. Diese komischen Filme. Den hier haben wir schon versucht. Ja, genau. Was ist mit dem hier? Welcher? Der hier? Der ist fest. Genau. Den Walle gerade hatte. Welchen hatte Walle? Aber warte mal. Der ist, glaube ich, super fest. Da kann man ja gar nicht durchgucken. Ich hab ... Oh Gott. Was ist mit ... Scheiße, der ist auf einer Seite ... Ganz gespannt gerade. Nur auf einer, ne? Also, da ist, glaube ich, Gewicht. Du kannst ihn mal antatschen. Aber dann bin ich fast wieder beim unteren. Der hier? Ja. Nee, also ... Wenn, dann müsstest du den von dort ... Von dort ... So rausziehen. Das Einzige, was ... Wir sind alle fest. Ich sag's euch, wie es ist. Sag euch, wie es ist. Was ist mit dem hier, den ich gewollt habe? Warum kann der nicht ... Der ist doch schon ... Ist doch schon fast weg. Welcher? Fast. Wo pack ich den drauf? Na ja, da so vielleicht. Dann muss ich ja da drauf, ne? Probier ... Fass mal an. Ich kann's nicht erkennen. Fass mal an. Ja, der da. Irgendwas wirst du mal machen? Der? Der war es klar, ja. Richtig gucken kann ich nicht. Was ist dein Gefühl? Nee, Alter. Oh! Nee, nee. Das hat dich nicht mehr sehen. Oh, Scheiße. Ey, Andreas, ich sag's dir ganz ehrlich. Fuck. Der vom Gefühl war der da unten ... Eigentlich noch immer noch am besten. Den du schon hattest, ja. Den du schon hattest. Weil alle anderen ... Moment. Entweder würd ich sagen nimmst du den ... Den hier? Nein. Den, wo du eben dachtest, das geht nicht. Weil du hast ihn nach ... Rausziehen wollen. Der hier ... Nee. Nee, das war schon der untere. Der hier, weil es sehr gefährlich ist. Es ist super crazy. Der? Äh, nee. Der hier, glaub ich. Der? Nein, schon der da wirklich. Ach, der? Ja, gut, komm. Dann nehm ich den jetzt. Vorsichtig mit den Füßen, bitte. Oh, Gott. Ich mach nur ... Wenn er fällt, dann schmeiß ich die rüber. Ja. Nehm ich auch ... Nee, lass mal. Ich glaube, du musst eher in eine Richtung, weil du hast es eben schon gezogen. Das war nicht so geil. Nicht mehr tippen. Da oben ist zu wackelig. Oder ganz langsam. Oder so eine langsame Ruckeltechnik. Ja, so eine ... Diese Ruckeltechnik kann echt gut sein manchmal. Hä? Ja, also beide Hände nehmen. Beide Hände nehmen. Genau. Und dann mal ... Und dann fühlen. Und dann so was. Aber irgendwo blockiert der da, ne? Genau. Und das ... Das löst sich gleich. Doch. Ich würde mal sagen, jetzt ist auf jeden Fall beweglich. Jetzt muss es zu Ende geruckelt werden. Oh, er ruckelt. Aber immer noch schön langsam ruckeln. Mit Geduld. Mit Geduld. Konzentration. Schall. Shit. Vorsicht, oben. Schön mit Geduld. Nein, alles gut. Oben kann ich grad gar nichts machen. Nee, du machst das auch genau richtig. Genauso weiter beibehalten. Ja, alles gut. Wenn es zu sehr schwingt, sag ich kurz Stopp. Dann nicht erschrecken. Dann müssen wir einfach den Turm beruhigen. Aber bislang ist alles maximal steif oben. Kannst aber schon ein bisschen langsamer rütteln. Und was macht der Turm? Der wackelt. Gut. Ja, deswegen ... Die Geschwindigkeit ist gut. Bei 18.000 Zuschauer mach ich weiter. Ey, du kommst am Ziel. Step by Step. Das ist genau 17. Scheiße. Fuck. Oh, Leute. Genau richtig. Vorsichtig. Mein Gott. Der Turm muss stehen bleiben auch. Das ist übrigens der Sinn des Spiels. Ja. Okay, und jetzt gleich nicht schnell aufstehen, ja? Einfach ... Die können schwindlig werden. So, jetzt durchatmen. Ich hab Höhenangst, das wisst ihr. Easy durchatmen. So. Habt ihr euch wirklich durch diese zwei Joker gekämpft? Ich glaub ja. Wissen wir nicht. Geht hier nicht drauf. Oh, das wackelt hier aber ganz schön. Nein. Doch, doch, das geht. Nicht verwegen. Baby Steps zurück gleich. Genau, ganz langsam gehen. Okay, du gehst raus aus dem Spiel und dann warten wir kurz. Das reicht. Ihr habt's geschafft. Yes! Oh mein Gott! War hart, ey. Zwei Joker abgewert. Alter, was geht, ey? Zwei Joker abgewert. Uhuhu! Jetzt geht's um alles. Killer. Kein Vorteil mehr auf irgendeiner Seite. Killer. Ja, ja. Es sei denn ... Ja, stimmt. Vergessen, ja. Was das hier war. Egal, du musstest ja was machen und die Reihe konnten wir noch nicht. Er muss ihn bewegen, er muss ihn draufsetzen. Oh, Mann. Okay. Boah. Das ist wirklich so nett. Man darf nicht das einfach in ein Hunderten der Geschwindigkeit von meinem Team stattfinden. Äh, ich hab die Reihenfolge ehrlich gesagt auch. Ja, ich bin dran, aber es ist komplett ... Es kippt wie die Sau. So. Ja, Mann. Das ist doch ... Das ist eine ... Ohrfeige natürlich jetzt hier. Okay. Oh nein, der hat ihn aber auch. Das hochmotivierte Team. Er hat ihn schlimm gelegt. Aus der Redaktion. Ganz ruhig, mach in Ruhe. Vorsichtig. Mach wirklich in Ruhe. Ohhhh. Sehr schön gesehen. Ohhhh. Spielt er hier diesen Aufschlag zurück? Shit! Aber das Auflegen wird jetzt das Schwierige. Pssch, du hast eine sehr bassige Stimme. Pssch. Okay, sorry. Ich hab meine Namen schon immer gesagt. Komm hin! Leg vorsichtig auf, bitte! Hört auf wie Fledermose. Das war überragend. Überragend. Gott. Jetzt habt ihr den Vorteil nicht mehr mit den zwei oberen Reihen. Jetzt geht's um alles. Ach du Scheiße. Eine falsche Bewegung und das Spiel ist vorbei. Mein Herz schlägt richtig doll. Ich find's auch sehr spannend gerade tatsächlich. Schade, dass ich gleich los muss. Ich will, dass es niemals endet. 4 Meter. Wir sind ja auch begrenzt durch die Studiodecke eigentlich, ne? Irgendwann. Was dann? Wir brauchen gleich so ein... Was? Beim nächsten Stockwerk noch. Könnte es sein, dass der hier ein bisschen locker ist? Einen hab ich auch. Alter. Die Jungs machen gerade irgendeinen Tanz. Ich weiß nicht. Ja gut, vielleicht möchte ich meinen rein. Das ist ein Ritual. Wackelt. Red. Okay, wir geben dir eine Wackelmeldung. Wir verlieren hier die Beans tatsächlich noch diesen Siebenkampf im allerletzten Spiel. Haushoch sind sie hier ins Finale gestartet. Umhoch. Stark. Hier ist noch eine Dreierkonstellation, ne? Ja. Ganz unten. Und hier in der Mitte. Also hier ist noch eine Dreierkonstellation. Ja, eine davon. Eine müsste man nehmen können. Aber die sehen alle irgendwie aus, als würden sie tragen. Tausende Menschen schauen jetzt auf die Finger von Etiengade. Stupst. Graziert. Das wär so scheiße von so einem Türm erschlagen zu werden. Das wär dann der Tod. Ja. Und das zum Geburtsturm. Ich war so lange Hypochonder, aber da ... Aber das hab ich echt nicht gedacht. Ey, was, was wär mit dem? Echt? Also der hier, ich weiß, der sieht ein bisschen richtig aus, aber irgendwie hab ich das Gefühl, guck mal, wie der ... Nee. Nee, 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 okay. Ja, vergiss, dann vergiss. Das war jetzt einer zu. Ich muss nicht so sehen. Da sind alle nicht so ... Ist der ganz unten, ne? Liegt der ... Da hab ich schon ein Gefühl. Da liegt bei allen drauf, ne? Da hast du halt auch noch die Reibung vom Boden und von dem Tape. Wir hatten vorher die Angst, das Spiel könnte zu schnell vorbei sein. Das stimmt. Die Angst wurde uns genommen. Die Jenga-Elite, Mann. Also, ey, zwei, drei ... Ich würd gern ... Das ist super risky. Hast du? Wir spielen best of three, ne? Es ist ... Boah, der mag nicht. Nein, ernsthaft? Der mag nicht. Okay, oh, Mann. Das könnte ... Er holt ihn! Ruhig. Alles entscheidend. Ja. Er muss ihn entfernen. Shit, der klemmt. Ganz ruhig. Andreas hat's auch geschafft. Hey. Mäuschen. Warte, lass es ... Ja. Er klemmt. Er klemmt. Nee, dann lass doch. Darf ich den Helm ... Der behindert nicht. Wirklich nicht. Mit sehr viel Gewalt versuchen. Ja. Ja, ruckartig. Jetzt, glaub ich, der richtige Tipp. Einfach nur sehr langsam. Auch gut. Ja, ja, ja. Scheiße, er muss den oben auch auf die drauflegen, ja, auf die falsche Seite legen. Oh Mann. Boah, ich hab gemerkt, ich den Turm mitziele. Ja, so ganz langsam reiben, das klopft schon. Das Ding muss als Podrasse erscheinen. Ich denke mir, manchmal jetzt einfach mit einem Hammer volle Möhre draufklappen. Ja, das würde wahrscheinlich klappen. Seht ihr wieder wackeln? Das könnte spielentscheidend sein hier. Ich hab mich irgendwie festhalten, ne? Nein. Und darf ich so raus? Oh shit. Du musst wirklich wegen den letzten drei Reihen extrem aufpassen, weil die Wackelungen sehr mitnehmen. Also du darfst jetzt nicht diesen mittleren Stein irgendwie fixieren oder so. Du darfst ihn natürlich berühren, aber nicht fixieren. Hier liegt er halt auf. Das ist halt ... Aber, warte mal, haben die das nicht letztes Mal auch gemacht? Also wenn er sich verschiebt, darf er ihn berühren, aber er darf ihn jetzt nicht so festhalten, weißt du, dass der Turm stehen bleibt. Kurz und schmerzlos bringt nichts, Ed. Nee, bevor wir wirklich das lieber ... Der Wackel, ich will das gar nicht. Lieber minimal machen. Da sollte ich auf jeden Fall keinen Moment ... Oh, oh. Hast Zeit. Es sieht okay aus von meiner Seite. In unserer Augen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ... Ja. Technik ist gut. Technik ist gut. Technik ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Technik. Fast, fast da, fast da. Das ist unfassbar. Shh. Unfassbar. Oh Mann. Aber vor allem ist es noch nicht vorbei. Ja, muss ja hierhin. Ganz genau. Sind natürlich jetzt alle ein bisschen weich. Ganz, ganz weich. Ganz, ganz, jetzt ganz, ja, ja, wegs. Holy shit. Ist doch nicht ohne. Der Turm steht. Der Turm steht. Der Turm steht. Der Turm steht. Wow. Ja, dritte Mitte sieht tatsächlich sehr gut aus. Aber dann zu deiner Seite hin. Also müsstest du auf die Seite hin. Ja, genau, genau. Ja, ich bin noch am ... Und wenn du das schaffst, dann kannst du mittig drauflegen, was sehr gut wäre tatsächlich. Simon, er wurde ich sogar noch vor dir dran. Okay. Also die Redaktion hat jetzt wieder diesen leichten Vorteil der dritten Reihe. Ja. Da kommen wir ja her. Wie unspektakulär, wenn die zwei oberen Reihen gleich einstürzen. Oh, der bewegt sich gar nicht. Nee, nee, nee. Der bewegt sich. Warte, warte, warte. Das geht nicht. Das geht nicht. Vielleicht muss den Turm wieder stabilisieren. Das geht nicht. Nee, dann lass ihn. Den Stein hab ich noch nicht bewegt. Nee, nee, nee. Das ist zu heikel. Das war noch keine Ordnung. Also ich glaub, jede ruckartige Bewegung wird jetzt nicht mehr funktionieren. Macht's besser? Nee, wird jetzt nicht mehr funktionieren. Es sei denn, du bist halt eine Maschine und machst es perfekt auf den Punkt. Aber das kriegst du ohne Hammer und Meißel nicht hin. Gehen wir an so eine Dreierreihe noch? Das, was ich gemacht habe, wird doch unten, wenn ich da rumdrücke, dann passiert doch das Gleiche. Es wirkt sogar extremer, weil der Turm dann viel stärker wackelt. Guck gut, dass wir dich als Statiker dabei haben, weil dann, es gibt keinen besseren Stein als ihn. Ja. Das heißt, ich muss es versuchen dort. Sonst probier's, ob du mit beiden Händen irgendwie ... Das wär jetzt mein nächster Plan, ja. Sekunde, sind wir live bei Eddy? Ja, das ist super. Das ist sehr gut, Valle. Ich auch nicht. Jetzt kannst du langsam auf die andere Seite gehen. Kannst langsam von ... Okay. Warte, ich muss den Turm erstmal. Ja, aber er liegt gleich gut auf. Du hast ihn gleich quasi durch das Übergewicht relativ zentriert. Also wenn du gleich auf die andere Seite gehst, noch dreimal durchatmest, dann könntest du's schaffen. Geh lieber rüber gleich. Ja, ja, warte, warte. Weil du kannst sonst nicht sehen, was abgeht. Naja, aber ich merk, wenn ich hier loslasse, wie krass das Gewicht in die Richtung drückt. Deswegen muss ich meine Hand sehr langsam ... Geh langsam rüber. Ich schleich hier richtig. Ja, genau. Und atme ... Du hast alle Zeit der Welt? Atme gar nicht mehr am besten. Das war gar nicht schlau. Der Seitenwechsel hat überhaupt nicht gut getan. Dann gehst du wieder zurück. Dann geh wieder zurück. Aber ich muss ihn dabei halten. Oh Gott. Vielleicht kannst du den ganzen Blocks minimal anheben. Weiß ich nicht. Den ganzen Turm. Also das Steinchen, was du da rausnimmst, meine ich. Nur gucken, dass ... Ja. Ich berühr keinen anderen. Ja, ja. Geht dir alles in der Rechnung zu. Damit irgendwie das Gewicht, glaube ich. Weil der ist, glaube ich, locker, Weile. Der ist sehr locker. Ja. Und nur das Gewicht, sein Eigengewicht, ist, glaube ich, das Problem. Sehr stark, Mann. Sehr stark. Heißen Draht-Style. Nein. Doch, doch. Gut. Das ist ja ganz schuld. Das ist mega gut. Ganz in Ruhe. Nicht hektisch werden. Unterstützt den vielleicht mit der anderen Hand? Genau. Vielleicht von der anderen Seite kommend. Nee, also eher so, dass der so gerade kommt. Was ist das? Kannst du nachgreifen? Bringt das was? Mit deiner anderen Hand. Und den so langsam führen. Genau. Und jetzt vielleicht dann auch wirklich davorstellen oder so. Weiß nicht. Aber du machst das eigentlich perfekt. Also eigentlich musst du jetzt genau so weitermachen. Mega langsam. Dann ist er raus. Oh, ich ... Und jetzt atme durch. Atme durch. Atme durch. Du bist noch nicht fertig. Atme durch. Ganz entspannen und legst du gleich. Ist super easy in die Mitte. Und ich helfe dir ein bisschen. In die Mitte? Wäre nicht so schlau. Weil der fällt ja quasi jede Sekunde nach da. Oder wie meinst du? Naja, du musst ihn ja so drehen. Ja? Ja. Und wir wollen es ja auch für das Gegner-Refurteam gleich schwer machen. Du hast aber überlegen. Es soll ja gleich für die anderen manchmal schwer sein. Verstehst du? Wenn du jetzt auf die ... Wenn du jetzt sagst, er kippt ja eh schon so und du legst ihn nach außen, dann können die Ball den Ende in die Mitte legen und haben einen safen Punkt, wenn sie ihn rauskriegen. Verstehst du? Wenn du jetzt in die Mitte legst und vielleicht so ein bisschen Arschloch-mäßig sogar noch mal darüber, wird es schwieriger. Aber das ist deine Entscheidung. Es gibt drei Positionen, die ich mir auch eingehalten habe. Ja, genau. So ein dick gehört. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber musst du schon ein bisschen ehrlich sein. Wale macht super. Ganz in Ruhe. Das sieht super aus, Wale. Du bist gleich stabil. Man kann es kaum glauben. Der Turm steht. Oh, scheiße. Sehr gut. Keine großen Vibrationen mehr auslösen. Jesus. Hier ist noch ein Dreier. Kein ruhiger Typ. Oh, die Jungs. Sie alle auf den Turm zutringen. Mit ihrem Ritter. Die YMCA-Ritter hier. Ist das krank. Oder ganz ruhig. Die Jungs. Die Jungs. Die Jungs. Der hier könnte gehen. Super tricky. Der hier könnte gehen. Der hier könnte tatsächlich gehen. Siehst du den? Die Jungs. Laute Signale. Was ist mit dem hier, Budi? Jetzt auch ne Story, oder was? Guck mal, ich mach mal Licht. Guck mal von drüben. Mein Foto will ich schon mal machen. Genau, schaut mal durch die Ritzen. Ne. Ne? Nein, ich wollte nicht gucken lassen. Ey, was ist denn ganz unten? Das kann nicht sein, dass wir das Fundament ignorieren. Also da müsste man, unten müsste man mit Force ran. Da müsste man genau in den richtigen Winkel einmal doll reinballern. Also eher für die letzte Chance. Weil siehst du, dass, guck mal hier, guck mal von meiner Seite. Du siehst du, dass der hier so hoch geht. Das heißt, der da liegt hauptsächlich hier so. Da hast du der Hauptberührungspunkt. Also ich könnte sein, dass du den rauskriegen kannst in der Mitte. Einen von den beiden. Also ich würde auch sagen, der Mitte kannst du schaffen. Aber der Rechts ist eigentlich leicht geschimmern. Rechts meinst du? Aber nimm den Mitte. Also der hier geht so ein bisschen schräg nach oben. Ich seh's ja. Und der liegt da auf. Das heißt, der ist ein bisschen weniger Gewicht auf. Schau mal, der in der Mitte. Der sieht auch nicht schlecht. Also die liegen alle auf. Ja, aber nicht so krass. Nen Zweier. Ja, okay, ich will auch nicht. Da hast du immer ein bisschen das Problem, dass da schon Gewicht... Johanna, ich wünsch dir so recht, dass in eine Richtung schon geht. Aber viel mehr hat er nicht gefunden. Viel mehr ist nicht... Ich kenne den auch so ein paar. Der steht hier tatsächlich. Du hast recht, der liegt halt, der liegt hier so ein bisschen. Ja, aber er ist halt auch Mitte. Und das bedeutet, wenn der irgendwo noch aufliegt, dann wackelt halt der ganze Scheiß. Und hier oben ist alles wackelig. Auch unten gegen zu treten wäre halt ein absolut awesome God-Move. Aber der muss so präzise getreten sein. Das und schnell und hart, damit der ganze Scheiß... Ja, dann lasst es. One-Inch-Punch. One-Inch-Punch. Ja, exakt. Ja, aber das können wir ja nicht. Hört mal auf, jetzt hier zu bestätigen, dass das eine gute Idee ist. Das ist keine gute Idee. Der One-Inch-Punch ist keine gute Idee, Herr Jenga. Mit einem ganz spitzen Schnabel. Ich glaub's ja nicht. Wir machen das Mastlein mit deinem E-Bogen. Das Ding ist, ich hab keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Wer ist denn dran eigentlich? Uli? Ich bin dran. Ihr seid dran. Gott, endlich. Du willst es jetzt wegtreten? Nein, Uli. Das wird nix. Die Reibung am Anfang sorgt für eine Verdrehung. Ich lege mich nieder. Du legst dich bitte nicht fest. Ich lege mich fest, das ist einer der spannendsten Momente, die wir hier bei RBTV haben. Pass auf, Männers. Männers, das wär richtig Hardcore, aber der Winkel passt. Den hier, kurzer Schmerzlos, Fupp raus. Oh, das ist ein Gottmove. Und dann lege ich ihn auf diese Seite. Das wäre möglich, weil, wenn du durchguckst, siehst du das, Nils? Siehst du das? Der liegt auf der Seite auf. Da liegt der auf, auf jeden Fall. Ja, aber, aber, wer weiß, es muss halt schnell gehen. Wenn ich den langsam ziehe, dann zieh ich den drüber. Aber da werden wir fragen, warum nicht gehen? Also, der einen drunter ist. Ich frag nur, weil ich verstehe, weil... Weil hier mehr Freiraum ist. Der hat mehr Freiraum gehabt. Der hier hat mehr Freiraum als der hier. Okay. Also, hier sieht man richtig, der liegt nur an der Kante auf. Wenn ich den kurz und schmerzlos ganz gerade rausziehe... Guck dir den mal an. Nee, der liegt auf. Also, der, der hat noch, der hat Luft hier. Den, guck, guck, guck dich das von hier an. Der hat Luft. Das seht ihr, der hier. Genau. Der hat Luft. Der liegt nur ganz außen ein bisschen auf. Der hat ein bisschen Luft. Aber es ist halt, wenn... Aber wenn du den hier nimmst, ne? Ja. Dann reden wir ja nur von dem Gewicht hier. Genau. Und das landet alles bei dem Mittleren. Aber, ja, okay, aber... Also, wenn du den rausziehst und auf den achtest... Je weiter unten du nimmst, desto höher, desto mehr wackelst, ne? Ja, klar. Ja, logisch. Und hier, siehst du halt, wenn du den rausnimmst, der ist halt nicht ganz mittig. Was ist denn mit dem hier? Also, bei diesen Dreiern. Guck mal. Also, zumindest von der Seite hier. Der scheint mir nicht aufzulegen hier. Der liegt auch nicht auf. Auf jeden Fall auf dieser Seite. Da scheint er mir nicht aufzulegen. Aber du ziehst die wahrscheinlich beide Seite. Hier liegt der definitiv auf. Hier liegt der sowas von auf. Ja? Da liegt der auf. Hier liegt der auf. Auf jeden Fall liegt der da auf. Ja, aber dann nimm doch die mit. My First Bad ist wirklich der hier. Ey, es ist dein Zug. Aber du könntest auch, wenn du den so ziehst, also hier liegt der nicht auf, du ziehst den erstmal so raus und dann vielleicht ganz langsam, dass der sich dann auf das Gewicht verlagert. Ey. Es gibt nur noch schlechte Züge. Nimm einfach den am wenigsten schlechten. Langsam sagt keiner mehr was gegen die Helme, oder? Nee, tatsächlich nicht. Dankeschön. Gerne. Das war nicht meine Entscheidung. Aber wir haben Sicherheitsbeauftragte in der Regis. Wir haben noch zwei, drei Jahre rein. Das ist nicht eigentlich der erste Impuls, dass man einer aus dem Dreiher geworden ist. Ja, aus dem Dreiherrei. Ah, stimmt. Ja, was? Das war eine sehr dämliche Frage. Nee, nur für dich. Aber du kannst da nicht mit der Force ran, weil dann wackelst. Also ich glaube wirklich, ich glaube leider wirklich der hier. Ja, aber Budi, wenn du ihn machen willst, nimm ihn. Niemand wird sauer sein. Nimm ihn. Wirklich. Naja, da bin ich bitte für dich. Okay, zwei Leute von vieren. Das ist völlig in Ordnung. Gute Vorteile. Du gehst. Wir haben die überragend und jetzt die Verlieren wäre schon nicht so galt. Ich will ja auch nicht verlieren. Wenn du in die Richtung kippst, wenn ich den hier oben drauf setze, dann ist es wahrscheinlicher. Verstehst du? Oder? Ey, nimm dir Zeit, Budi, ohne Scheiß. Ja, ja, mach ich. Das ist einfach irgendwie geil. Es ist schon geil, dass du zu weit gekommen bist. Ja, runter. Ich würde frisch. Ja. Es geht tatsächlich hier um die Gesellschaftlerposten. 20 Prozent. Ey, feel free, Alter. Wir verlieren es deutlich. Sorry. Darf ich noch ein Schilder machen? Die Scheiße, ey. Oh, hier, ey. Komm mal von der Seite einfach nur mal gucken. Wie der schon nach da. Ja, ach nee. Guck dir das einfach nur mal an. Ja, ja. Das, was ich sehe. Ja, ja. Nicht auf den Turm. Oh ja, sorry. Sehr linkslassig. Das ist ja ziemlich krass. Das musst du auf jeden Fall behalten. Wenn du den wegziehst, vielleicht in die Richtung. Ja. Na, Moment. Wenn sie ja sagt, dann ist es falsch. Das würde für den hier zum Beispiel sprechen. Für den Dreier aus der Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube. Wirklich aus meiner Sicht, ich sag's jetzt einmal und ich brauche einfach eure Stützung. Wenn du hier durchguckst, der hat nur hier ganz wenig Aufnahme. Ja, dann mach, komm. Komm, mach halt. Mach halt. Du musst dich auch holen. Du bist nicht stolz, aber mach keinen Ninja. Nein, nicht schnell. Mach langsam. Du musst es langsam machen. Du musst ihn auch noch nicht nehmen. Du hast ihn noch nicht viel bewegt. Du kannst immer noch auch die anderen angucken. Ich mach schon mal. Das scheint nicht zu gehen, was er da macht. Lass ihn einfach ruhig sagen. Ich will mich auch für Budi freuen, wenn er das schafft. Das ist einfach schon eine geile Situation. Ey, Budi, wenn sie es nicht bewegt, nimm ihn nicht. Deswegen, ich hab den, ne, also angefasst. Gefällt dir nicht. Du bist safe, du hast einen Helm. Ich müsste den hauen. Also ich müsste den schnell und so gar den rausballern halten. Nein, nein, nein. Wie kommst du? Ich möchte mal ausgehen. Ja, ja, das wird nicht. Versuch mal, Mike zu kicken. Das ist nicht das Spiel, wo man was schnell raushaut. Das ist bei Twitter. Oh, yes. Wie man sich einfach auf ewig unbeliebt machen könnte, wenn ich jetzt einfach hingehen würde, umsturz. Man hat schon eine Idee nach unten, oder? Man will es, ne? Jeder fühlt es. Jeder fühlt es. Einmal im Kopf durchgegangen. Ich stelle das Ding in rechts und rechts. Und jetzt? Was ist jetzt? Haben wir halt verloren. Ich gehe nach Hause. Die größte Anspannung. Happy Birthday. Mein Leben geht exakt so weiter. Das ändert nix. Naja, ich weiß nicht. Hier, ja, aber wir wären unten durch. Die nachfolgenden Sendungen gibt es nicht. Man hat nicht so richtig das Gefühl. Es ist so schwer. Ich wüsste es nicht. Es gibt doch nur noch. Ich gehe da schon mit diesem Terminator-Blick so durch. Ich will halt nix. Ich fasse sachte an, ob es irgendwas geht. Ich weiß schon, wie er will. Falls was geht, ich halte ihn von dir ab, okay? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das bedeutet doch schon, die Niederlage eingestehen. Wenn du schon versuchst, ihn zu schützen, es muss so gut sein, dass er keine Angst hat. Du hast total recht. Aber ich hatte das Gefühl, mir wäre es wichtiger, dass er lebt. Nein! Das ist halt ein Fehler in Schäden. Guck ihn dir an. Er glaubt an sich. Das ist aber schon mal gut, ehrlich gesagt. Ey, also ich meine ... Ganz ehrlich, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich ziehe den schnell raus oder ich kicke den unten. Nein, warum ist beide schnell? Warum ist beide schnell? Mach doch mal eines langsam. Nee, weil schneller ist besser. Wenn ich jetzt anfange rumzuödeln, wackelt der ganze Turm. Schnell ist definitiv. Also, das muss man präzise sagen. Okay, ein Vorschlag. Du ödelst erst mal in einem Rum, den du dann, wenn's wackelt, wegkicken kannst. Als Plan B. Das würde ja nur was bringen, wenn du alles andere festhältst. Und das dann so auskommt. Dann bringt's was. Aber da du's nicht festhältst, kickst du und alles lebt damit dran und wird auch gekickt. Es ist dann, ich kicke sehr gut. Nein, nein, Gudi. Es ist vorbei. Die Ninja-Tage sind vorüber. Die Ninja-Tage sind vorüber. Wobei, mit einem Roundhouse-Kick. Ja, sag ich gar nicht. Ich würde es ja auch den Zeh brechen, vermutlich. Ja, das kann auch sein. Du müsstest so doll kriegen, dass du die Zeh nicht mehr schlägst. Auf jeden Fall. Dann haben die Helme auch nichts gebracht. Oi, ey. Jetzt ist es soweit. Ey, das ist ja wirklich grausam. Ich will jetzt auch nicht verlieren. Also, ja klar. Merkt man gar nicht, oder was? Oh, 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 oh. Er hat was gesehen. Ey, Budi, mit ein bisschen ruckeln. Ja! Scheiße. Oh, Mann, er tut es. Jetzt muss er raus. Ruhig, ruhig, ruhig. Nee. Ja, ja, easy. Leute, gib ihm Ruhe, bitte. Nee, ich brauch nicht Ruhe. Lasst jetzt mal den Kollegen ein bisschen ruckeln. Korrekt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leute, schau, die Seite. Eh, muss die sein, ja. Muss die sein. Nichts und Atmen. Puh. Nee. Nee, sorry. Ich hab's, ne? Das ist so lächerlich. Das gibt's ja nicht. Try hard, ey. Nee. Ja, Mann. Ja, Mann! Es liegt! Geh weg, geh weg! Und wir warten, ob er steht. Und der Turm steht! Yes, motherfucker! Mann! Johanna, dadurch, dass der Turm jetzt wieder gerade ist, haben sich Dinge geändert. Wir müssen noch mal ... Der Turm ist jetzt wieder gegradigt. Das ist unmenschlich, was wir hier sehen. Ihr müsst bestimmt mitfällen. Wir müssen jetzt gucken. Wir müssen jetzt wieder an der Stelle finden. Ich will das nicht machen. Ich weiß, der Job ist nicht leicht. Aber chill. Ich hab's am wenigsten verdient. Krass. Ey, vielen Dank. Ich war ungefähr fünfmal wirklich kurz davor, einfach loszutreten. Johanna, bitte an den Helm denken. Es geht jetzt wirklich um Leid und Leben. Für mich auch. Kannst du dich schauen? Neben dem Gras ... Aus der Höhe diesen Klotz auf den Kopf. Das ist richtig. Ey, ich hatte auch Vorbehalte, ich sag's ganz ehrlich. Aber ganz ehrlich, es macht schon Sinn. Okay, danke sehr. Du setzt den Helm auf, Eddie. Der hat auch derbe Auflagefläche, der kippt auch noch. Ah. Nee, du musst ... Das will gar nichts machen. Was ist denn mit dem für ein Freundchen hier? Walle, check mal bitte die Position hier. Welche? Wer ist denn überhaupt dran bei euch? C7. Johanna. Johanna. Also diese Seite könnte tatsächlich sein, das ist klar, auf dieser Seite. Aber ich weiß nicht ... Soll ich den checken oder den? Nee, das kann ich dann. Den hier wollte ich checken. Genau. Oder den. Ich bin hier bei diesen Seitenfreunden. Ja, ja, anders geht's auch wahrscheinlich nicht, weil die Dreier-Dingsis, die liegen ... Kannst du nicht kontrollieren. Kann ich mal ganz kurz ein bisschen tippeln? Welchen? Also ... Die beiden, den und den. Abissle, ja. Aber lass uns mal gucken ... Du hast wahrscheinlich nicht so viele Chancen. Lass uns mal gucken, wer vielleicht smarter wär. Was zum Sitzen? Ich glaube, Johanna, dass ... Wenn du tippeln willst, Johanna, oder wenn du ganz krass bist, glaube ich ... Wenn ich nicht. Dass du mit dem hier bessere Karten hast. Mit dem hier. Weil ... Der dreht sich so leicht nach rechts. Also hier hast du ... Hier hast du einen Spalt, ja? Das heißt, er wird hier in der Mitte liegen. Da kommt ja auch irgendwann schon der andere Block. Das heißt, wenn du ihn ein bisschen drehst, kann es sein, dass du ihn dann rausziehen kannst. Du meinst, dass man ihn so seitlich rausdreht? Ja, aber so ein bisschen auch in sich drehen. Ich verstehe nicht, was ihr sagt. Ich höre eure Worte, aber ich verstehe ... Ja, genau, aber darum geht's. Du musst halt super vorsichtig sein. Vielleicht merkst du irgendwas. Ich hab den Mund voll, ich kann nicht abmoderieren. Bewegt er sich überhaupt irgendwie? Okay, warte, dann ... Dann noch nicht zu viel. Lass uns mal ... Er bewegt sich gar nicht. Oh, hier hab ich ne Lücke auch gesehen, bei dem direkt da drunter. Der hier? Genau, die beiden, noch meine Fables da sind. Versuch den mal ganz. Nein, das ist gut, weil du kannst in der dritten Reihe ... Das ist nicht machbar. Ey, und vor allen Dingen, wartet mal ganz kurz. Sie muss den noch rechts drauflegen, aus ihrer Sicht. Nee, aus ihrer Sicht. Ändert das was für uns? Wahrscheinlich, ja, natürlich, ändert das was. Aber es müsste eigentlich gehen, weil ... Müsste eigentlich gehen. Ist das schon ein neuer Weltrekord, wie wir hier sehen. Die liegen halt alle so bepackt auf. Ja, also den einzigen Spalt, wirklich, hab ich halt nur bei dem hier gesehen. Das funktioniert nicht. Also das ist der Einzige, wo man durchgucken kann oben. Das würde niemals funktionieren. Bisschen, aber auch. Also lass uns mal ganz kurz ... Warte, dann geh doch tiefer. Spannend, ne? Also je tiefer du gehst, desto mehr Gewicht ist drauf. Ja, ich kann auch keinen bewegen ... Nee, ich mach das auch nicht, weil das wär Quatsch gewesen. Johannes, wir sind auch so ein Paar. Ähm ... Also, lass uns doch mal ganz unten gucken, bitte. Ich versteh jetzt plötzlich ... Ich verstehe hier aber Budi jetzt, was der mit dem Kicken meint. Nee, das machen wir nicht. Jetzt ist es sauber, aber ... Ja doch, das kicken wir uns. Es muss der oder der sein. Ja, wartet doch mal. Ich ... Okay. Check doch mal den, Johanna. Den da. Der ganz unten. Ja, nur mal berühren, weil ... Es kann halt sein, dass das locker ist. Nein, nicht den. Sieh da was? Nein. Nee, nee, nee. Und das Dreier? Hätte halt sein können. Ja, muss man mal probieren. Was macht ihr ... Die hier, das ist wahrscheinlich die hauptstatische Reihe, ne? Diese Dreier hier? Ja, da liegt alles. Das ist quasi die Pyramide von Ägypten, Alter. Das ist alles ... Die Basis. Nee, es muss der oder es muss einer von denen hier sein. Ja, ich glaub auch. Ich hab meinen Rücken geschmär. Ich will halt nur nicht noch mal drankommen, das wär mein Wunsch. Ja, ich weiß. Äh, äh, ja, warte, warte. Was ist mit dem? Walle, wo würdest du sagen? Von diesen Dreien, ja? Ja. Den hier, den oder den? Ich würd den halt sagen, weil ich da durchgucken kann. Aber nur auf der rechten Seite ... Dann würdest du den von dort zu dir umklappen. Kann ich nicht so? Glaub ich nicht, weil Budi hat's eben gut vorgemacht. Ja. Budi hat immer noch so ein Restmomentum drauf. Und da hat sich der ganze Turm irgendwie stabilisiert. Die einzige Fläche, wo sich das berührt, quasi nur hier. Also nur an dem ersten Teil des Steins. Sonst liegt der frei. Ja. Das heißt, da müsstest du auch die ... Jetzt an den. Also so rausdrehen, ne? Ja. Zu mir, glaub ich. Mansplaining die Show. Ja, stimmt. Aber super lang. Jede Show bei uns. Ja, das geht nicht, ne? Ja, das geht nicht, ne? Nee. Nee, keine Chance. Alter, wieder jetzt schon wacke. Keine Chance. Ich kann nichts mehr machen. Vorsichtig, ne? Ich kann wirklich nichts machen. Wow. Ich wär hier fast hinten durch die Wand gebrochen. Das Nachbarstudio. Ich kann nichts mehr machen. Was ist mit dem, weil es auch bescheuert aussieht, aber was ist mit dem? Ey. Ich ziehe schon doll, ihr seht das. Wenn es einstürzt, ist es wirklich nicht schlimm, Johanna. Aber da hat sich was bewegt. Das ist nicht deine ... Oh! Okay, alle zurück. Johanna, das machst du? Ich geh an die Seite. Aber jetzt nach Hause. Ganz langsam. Mach das so langsam, du kannst. Und atme immer und alle ruhig. Ich will jetzt nach Hause. Wir lassen's. Nee. Nein, 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 nein. Dann nehm ich. Nein, 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 nein. Du musst ihn aber jetzt rausnehmen. Du musst ihn nehmen, aber nicht nach Hause wollen. Sei ganz chillig. Ja. Niemand ist hier böse. Niemand ist hier böse. Oh, der geht doch. Ein physikalisch kann das funktionieren. Ja, kann es wirklich. Nein, 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 nein. Doch, doch. Johanna, es geht nur mit einer totalen Langsamen. Warte, du eine Sache nur. Es kann sein, dass der Turm halt wackelt, und dann wär's halt gut, wenn wir den beruhigen. Der wackelt offensichtlich. Dass wir den beruhigen, weißt du? Warten bis auf ... Genau, das will ich sagen. Genau, ja. Ist einfach jetzt ein Geduldsspiel. Absolut. Alter. Jetzt ist es erst eins? Naja. Ist nicht die Zeit für Jokes. Wollt schon helfen. Das läuft wunderbar. Oh, oh, oh. Oben nicht festhalten. Ah, 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 ah. Ja, schön. Sich beruhigen. Lass mal machen was. Hui. Oh. Ja. Gleich nicht mehr. Mutig. Mann, gleich in der Position. Bleib nicht loslassen. Alter. Und Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Das kann nicht wahr sein. Pass auf, der da oben buch. Mann, noch, pass auf, Folgendes. Kann nicht sein. Der Turm wird gleich sich zu Eddy neigen. Weil ja, das war die Position, wenn da oben wieder ... Also, sobald du auch ... Nee, nee, pass auf. Der wird er gleich wirklich tun. Der wird sich gleich zu Eddy neigen, weil das ist die Ausgangsposition. Du musst also maximal an die Mitte ran irgendwie und das super vorsichtig ablegen. Das wird halten, aber du musst super vorsichtig sein. Bei mir wird's echt eng. Nee, du hast jetzt wieder den ersten aus dem dritten. Ja, aber guck mal, was da unten ist. Ja, ja, guck mal. Der ist jetzt schon so schief hier. Korrekt, genau. Der wird sich gleich zu Eddy neigen, aber erschreckt nicht. Sag's einfach super langsam. Halt einfach ein bisschen gegen. Und nimm das Gewicht. Doch, doch, halt dagegen, halt dagegen. Genau. Gegenhalten. Langsam. Nicht so schnell, nicht so schnell weggehen. Halt so auf diese Seite. Ganz langsam. Er fällt. Nein, noch nicht. Alles gut. Er fällt. Er fällt, er fällt, er fällt. Nein, warte, halt schimmern. Warte, halt schimmern. Steht hier noch den ganzen ... Oh Gott, er fällt. Nicht die anderen Blöcke. Nicht die anderen Blöcke, nicht die anderen Blöcke. Geh einfach, jetzt nicht los, sondern geh so ruhig weg, wie du kannst. Dass der Druck so ganz langsam abnimmt, verstehst du? Dass er kein eigenes Momentum entwickelt. What? Was? Was? Genau so. Oh nee. Oh nee. Oh shit. Wir warten, wir warten. Wie lange denn? Das, was der Krogenheimer sagt. Er steht. Oh, Alter! Das geht wieder. Scheiße. Scheiße. Oh, was? Ey, Johanna. Stark, stark. Unfassbar. Das muss doch der Sieg gewesen sein. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Ich kann auch nicht. Ich kann gar nicht mehr. Ich lass schon meinen Chefstatiker gerade alles noch mal checken. Aber er hat mir eben schon gesagt, Simon, machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben nichts falsch gemacht. Siehste. Oh Gott. Johanna, wir müssen über deinen Gehalt reden. Ich nehm den, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was drängst du nicht zu überstürzen? Ich hab heute nichts mehr zu tun hier. Kannst du mal scheiße euch mit der Lampen? Hast du eine Lampe? Nein. Nee, du kommst nicht da, Wanderer. Ich will nicht in Best of Januar 2020. Ey, ja, ja, es passt. Passt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ach nee, ey, Mann. Dein Bauch ist die ... Ja, Simon wackelt, ich weiß, ja, was? Pass auf deinen Bauch auf. Kriegst du den in die Richtung schon? Was? Willst du sagen, ich bin Fan? Vorsicht. Was? Simon, guck mal hier. Ich mach gar nichts. Guck dir genau diese Stelle an, deswegen, wenn du versuchst, den rauszuschieben in die Richtung, weil ... Verstehst du? Ja, aber soll ich nicht in die? Ich sag's so, von rechts nach links, in diese Richtung. Aber ich darf nichts berühren, außer dem einen Stein. Berühren darfst du die anderen auch, aber jetzt nicht festhalten. Ja, aber das ist ja ... Wenn ich jetzt hier berühre, dann halt dich ja auch ein bisschen fest. Ja, ja. So zum Beispiel. Ja, klar. Das ist jetzt schon nicht rechtens, was du machst mit dem ... Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weh nicht noch mal, Leute, ey. Waff jetzt ruhig. Oh Mann. Er muss aber noch oben drauf gesetzt werden. Ja, aber das wird kein Ding sein. Ich hoffe euch, es ist aufgefallen, wie ich nicht eine halbe Stunde dafür gebraucht hab. Es ging sehr schnell. So kann man Jenga auch spielen. Jetzt hätte er es natürlich verdient, ist der Turm im letzten Moment noch umfänglich. Links, 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 links. Ja, abends, Leute. Mitte, 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 Mitte. Andreas, du kriegst jetzt noch mal schön dein Oh no. Moment. Toll. Und wir warten. Ja, der passt. Simon verlässt das Feld wahrscheinlich erst mal. Aber der ist schlecht gelegt, der ist nicht gut mittig. Und der Turm steht. Den hab ich extra schlecht gelegt. Das war bewusst. Alter, kretsch mal. Das ist mein Feierabend, Jenga. Okay, das ist gut. Nein, 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 nein. So, Andreas, links. Siehst du, wie schlecht ich den gelegt hab? Oh Mann, ey. Das ist ja nicht nur heute. In folgenden Geburtstagen wird man noch mal einen Clip zeigen, wie der letzte geendet hat. Also, ich hab keinen Bock, da drin zu sein. Du schaffst das, Andreas. Mann. Komm auf, Andreas. Du warst schon in Werner, setzt sofort dein Helm auf. Du setzt ja hier auf. Nee, der weiß, sitzt besser. Ja? Bist du mit sicher nicht im Best-Of, wenn der Helm nicht aufkommt? Pass auf, ey, Johanna hat's eben super gemacht. Du hast auch. Ja. Lass uns einfach noch ein bisschen konzentrieren. Bist du endlich mal Head-Of irgendwas bei Rocket Wars? Ah, shit. Organigramm, wer hat's? Jetzt tritt dagegen. Andreas. Andreas. Jetzt tritt dagegen. Leicht, leicht. So ganz. Sind die Leute in der Regie noch da, oder? Ich weiß nicht, wir sind seit Jahren. Ich bin zu lange nicht dabei. Simon hat ihn wirklich gut gelegt da oben, muss man sagen. Streams verzögern sich. Gut gelegt. Dieser Simon. Ja, ich guck immer noch auf diese Dreierreihe. Ja, es ist die einzige Reihe, aber die Dreierreihe wird hier ... Ja, ich weiß. Und was ist hier mit? Na, es sind die beiden. Du hast vollkommen recht, dass die Dreierreihe eigentlich ein sicherer Guess ist, aber ... Naja, sicher ist hier gar nicht. Es ist halt so weit unten, dass sich alles bewegen wird und du wirst Kraft brauchen. Und du hast ja gesehen, wie's eben schon ab der fünften Reihe gewackelt hat oder so. So fühlt sich Jenga an mit Geduld, weißt? Normalerweise ist das schon längst vorbei, alle weinen und streiten sich, aber ... Aber es ist ja nicht mehr viel anderes drin. Die Reihe dürfen wir ja gar nicht antatschen. Der hier ist risky. Es gibt hier noch zwei Potenzielle. Ja, noch die beiden. Zwei Potenzielle, wo ich sagen würde, cool, aber jetzt das Problem, dass der obere schon ein bisschen weiter in die Richtung kommt. Ist er? Scheiße. Weil der hier liegt nicht komplett auf. Doch, ja, aber der liegt vorne auf und das ist das Entscheidende. Ah, ja, du hast recht. Was ich wirklich lustig finde, ist, dass Lydia und Ron seit wirklich zwei Stunden mit so Konfetti-Karten im Hintergrund machen. Ich hab ganz nett so, wann brich, ey. Dauert noch. Nobody knows. Ja, ey, Leute. Ich glaub, die kommen jetzt aber gleich zurück. Ja, warte doch mal, Lydia. Ich denk auch. Man kann doch mal ein bisschen überlegen. Ja, ja, überleg doch mal. Ja. Ey, Andreas, mach mit. Also, ich würd sonst kicken einfach. Ja, kicken ist ... Ja, kicken ist immer schön für die Veloge. Der Move, den wir jetzt brauchen. Also, kicken kannst du machen, wenn du wirklich ... Aber pass auf, was ... Nee. Sonst wollen wir morgen weitermachen? Ja. Einmal alle nach Hause. Wir schließen hier ab. Noch mal drüber nachdenken. Bücherwetzen. Ja, okay, wir gucken uns die Dreierreihe an. Ey. Aber da kannst du ja gar nicht ... Nee, da gucken. Das ist einfach Plan. Liegt Plan. Der unterste, den ich nehmen könnte. Also, der oberste quasi, den ich nehmen könnte. Aber warum ist der denn jetzt nur nach links geneigt? Naja, weil Simon Meisterhaft gelegt hat. Also, das mein ich auch nicht ernst. Schon schon. Schon gut gelegt, taktisch. Was ist mit dem hier? Nee, der ist auch zu ... Raus damit. Ich würd halt lieber was von dieser Seite wieder wegnehmen, aber da gibt's halt nix mehr. Also, ich glaube nicht, dass du ihn rauskriegst. Ja, also, weil er hat natürlich schon einen Punkt. Du kannst bei dem am meisten durchgucken, aber die Auflagefläche ist halt ungünstigerweise außen. Und die wichtigste. Korrekt. Kommt er nicht weiter nach links. Bei dem hier kannst du auch nicht durchgucken. Aber es kann halt sein, dass er trotzdem nur auf den Mitteln halten wird. Ich weiß nur nicht, wie du ihn rauskriegen sollst. Kannst du probieren, weil die Auflagefläche ist am geringsten. Ich glaub, rauskriegen ist weniger ein Problem, als dass er dann, dass man nicht weiß, was kippeltechnisch passiert. Es ist wirklich gerade nicht klar. Hämmern würd ich auch nicht mehr, glaub ich. Was schützt du nicht mehr? Eimmern? Eimmern? Betrichtern ist okay, aber Eimmern nicht mehr, genau. Die Steine hier schon alle poröse. Hier ist schon der Grund. Ja, ey, Leute, ich weiß es nicht. Ja, also, ich würd wahrscheinlich selber auch den hier poröse trennen. Ey, ohne Scheiß, weißt du was? Weißt du was, es gibt, pass auf, lass es einmal logisch nachher gehen noch mal. Es gibt, je weiter nach unten gehst, desto mehr kippt der ganze Turm. Es macht wenig Sinn, also weiter nach unten zu gehen. Der einzige, wo ich ein bisschen durchgucken kann, ist dieser hier. Das heißt, wir könnten richtig Schwein haben, dass du es irgendwie schaffst, den rauskriegen. Ja, den rauskriegen. Das wird sich gleich aber so anfühlen, als würde sich nichts bewegen. Ja, die sind am Anfang schwer, aber danach ... Was ist mit dem hier? Der in der Mitte, du hast immer die Mitte, aber da kann man sich nicht beurteilen. Also klar, die Basis wär dann perfekt, wenn du die in der Mitte rauskriegen würdest. Ja, aber das war ja auch deine Erfahrung eben. Um dir ein bisschen Druck zu nehmen, er hätte den Sieg auf jeden Fall auch verdient. Äh, die Niederlage, meine ich. Oh, beides. Die Niederlage hätte ... Stark, aber rhetorisch natürlich. Unsicherheitskeit. Ja, ein bisschen ... Aber nur, dass du es verstehst, du siehst, was ich meine, ne? Du kannst hier nach unten durchgucken. Also du musst hier mal hier zu mir gucken. Du kannst da ... Du musst es wirklich raffen, sonst hast du keine Chance. Da kannst du durchgucken, bis auf das Stückchen, siehst du das? Ja. Da liegt er auf, genau. Ja, Leute. Aber der Turm ist halt auch schon aggro in die Richtung, ne? Ja, leider. Aber ich seh auch keine andere Möglichkeit, um echt zu sein. Also irgendwann ist Fänger auch vorbei, also probier's aus. Das stimmt. Das ist wohl wahr, ja. Das könnte jetzt der Fall sein. In der Mitte ist es nicht. Und wir haben alle gut gespielt. Ja. Oh ja. Na, muss ... Wir ungefähr zweimal jetzt sagen, wir spielen jetzt aber ... Ich wollte mir kurz zweimal noch ein Nicken abhunden. Nee, also ... Ja, aber ich glaub, wir sind uns einig, dass es das Smarteste ist. Der einzige Stein, der irgendwie übergeht. Volle Konzentration. Ja, Achtung, Achtung, Stop it. Volle Konzentration. Stop it, du hast ihn noch nicht ... Stop it, Farid. Ja, du machst das gar nicht. Er hat ihn berührt. Ja, ja. Naja. Er hat sich auch sogar leicht bewegt, glaub ich. Fuck, das wackelt. Nee. Vorsicht, vorsichtig, vorsichtig. Wackelt. Das wackelt so arg. Das war's, Leute. Wartet mal. Ja, aber da ist zu viel drauf. Ja. Du müsstest es irgendwie ganz vorsichtig rausdrehen, aber es ist zu viel Gewicht drauf. Ja, es muss wirklich diese Hin- und Her-Taktik, wenn dann sein ... ... auch zu viel ... Ja, ja. Aber das hat sich wirklich schon krass bewegt. Ach nee, schon, wirklich. Aber guck mal, das ist doch geil. Der Glaube hat ihn verlassen. Nein, er hat es nicht. Ja, aber da ... Einer muss auf oben achten. Achtung, Stopp. Wir stoppen, Wels musst du aufhören. Ja, immer so Päuschen machen. In 30 Minuten haben wir's. Ja, aber mein Hund muss langsam scheißen. Das ist nur dein Hund. Oh, oh, oh. Ich mein, oder du machst die Booty-Taktik und ballerst unten mal entgegen. Das hat er nie gemacht. Aber er würde gerne. Nee, 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 nee. Bleib da dran. Winkt sich auch wenig. Doch, komm. Nee, wirklich nicht. Ruggel die Ruggel. Wiggle, wiggle. Nee, nee, nee. Das stimmt schon. Das ist, ey ... Du hast ihn auch, glaube ich, noch nicht mal so weit bewegt, dass ... Wenn wir jetzt noch zwei Joker ... Angefasst hat er ihn, ja. Also, er muss ihn. Angefasst, aber nicht bewegen. Nicht großartig bewegen, ja. Also, du kannst doch umdrücken. Ist schon okay. Nee, bleib bei dem. Wirklich? Naja, muss ich. Ja. Ich find keine Ahnung. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ja, oder du machst wirklich Wrist und ballerst unten entgegen und du hast Glück. Ganz unten. Und hast Glück. Nein. Also, es kann tatsächlich funktionieren. So, ne? Mach den lange. Der Kick ist immer noch Option. Keiner hat gesagt, dass du nicht kicken darfst. Der Kick ist keine Option. Doch, ist es. Ganz unten ist es wirklich eine Option. Also, pass auf, pass auf. Sorry. Kann ich was so kurz sagen? Ich möchte kurz was sagen. Ja. Ich möchte kurz was sagen, bevor du das jetzt weiter versuchst. Versuchst? Versuchst. Könntest du dir vorstellen? Also, der Kick kann natürlich das geile. Aber, guck mal, aber ganz ehrlich. Eine Frage hätte ich. Könntest du dir vorstellen, präzise die Mitte zu treffen? Also, soll ich... Den hier? Nein, nein. Nein, da unten auf dem Boden. Also, quasi genau... Ach so. ... einen Schritt von Simon reinballern sozusagen. Ach so, mein Gott. In der Chat wünscht sich den Kick. Also, also... Können wir jetzt Fremboating reinmachen? Also, weißt du, wie ich meine? Das Problem beim Kick ist allerdings, das ist ja das Gute, der muss halt... Nee, du wirst nicht verlieren, wenn der wirklich gerade kommt. Aber schafft man meistens ja natürlich. Ja, klar. Und der liegt auch zwischen zwei Bodendingern, ne? Schon jeder mal in dieser Kickphase war. Jeder wollte schon einmal kick. Ja, aber jetzt ist gerade vielleicht ein Zeitfluss für den Kicken. Ey, entscheidet ihr. Nee. Ist nicht mein Zug. Ja, du musst den Kick aber auch fühlen. Nein. Ja, du musst ihn fallen. Also, also... Du willst jetzt das Ding und ganz lange... Ja, aber ich fühl, dass es sich kaum regnet. Aber das ist okay. Anders geht's nicht. Also, wenn... Ach ja, auch. Also, das Ding ist, wenn du jetzt... Wenn du kicken würdest und das sollte klappen, weil es kann... Es könnte nämlich klappen, es könnte wirklich klappen. Okay, Andreas, muss jetzt was passieren. Das Spiel geht schon. Eddie hat den Kick gerade perfekt vorgemacht. Sollte es das klappen, haben wir sie wirklich klappen. Das sind sehr gute Karten. Da kann es sein, dass der ganze Block essentiell ist, weißt du? Das muss jetzt passieren. Das muss passieren. Das hier auch stehen, wollte ich ja, aber das war's. Das muss früher später. Ja, soll ich den nicht kicken, oder was? Ey, ich glaube, Chad hat Bock auf Kicken, wenn ich das richtig verstanden hab. Ja, die wollen nicht kicken. Und wenn der aufliegt. Ich glaube, das ist ein Freiburg. Vor allem, du kannst ja... Ja, ich glaube... Ich glaube, es hat keine... Also, wenn ich kicke, fällt der um. Ja, komm. Natürlich fällt der um. Hört auf. Nee, dann nimm den. Schön erbärmlich. Endet das Spiel jetzt hier. Nix, hör auf. Mach einfach sehr langsam. Sehr langsam. Immer wenn's wackelt. Ihr müsst ihm sagen, wenn's wackelt, dann muss er aufhören. Ja, wackelt. Stopp. Stopp. Ja, wackelt, stopp. Ja, sorry, ich will jetzt auch... Aber du hast den komischer, wer sich doch bewegt jetzt, oder? Nee. Nee, nee, nee. Ey, der ist immer an derselben Stelle. Achso, der hab ich gar nicht bewegt, nee. Aber wir haben sehr wackelt Spielraum. Doch, ab jetzt. Sehr gut. Ab jetzt. Okay, jetzt sagen wir nur noch, was denn da wackelt, ja? Nur du redest, Kogi. Und Lars, weil er moduliert. Alter! Einmal rüber, bitte. Er wackelt. Achtung. Andreas macht das super. Er wackelt zu arg, Andreas. Warte, bitte. W.U.D. ist das ein Zeitraffer, Daniel. Ja, ja, warte doch mal, bitte. Das ist jetzt... Das ist super. Du hast nur so ganz minimal die Möglichkeit. Scheiße. Noch weiter. Machst du das super. Oben wackelt eigentlich nicht viel. Okay. Da ist hinten eine Tür aufgegangen. Oben in der 15. Psch. Ja. Psch. Also an deiner rechten Hand hast du auf jeden Fall Luft. Kann eigentlich nur deine linke Hand sein, wo was liegt. Ja, das ist nur deine linke Hand. Das heißt, du müsstest eigentlich deine rechte Hand wegziehen können. Also zu deinem Körper hin. Unfassbare Segen. Mann, ich sehe so scheiße aus mit dem Helm, ey. Ey, darüber machst du dir jetzt kein Fun jetzt, Leute. Boah, jetzt kommt das wichtige Stück. Wie ein junger Tony Hawk, siehst du das? Jetzt zeigt sich... Also du bist links quasi... Entschuldigung. Deine rechte Hand ist quasi easy. Ja? Oh, fuck. Genau. Pass auf, jetzt ziehst du gleich rechts mehr zu deinem Körper. Und musst das so machen wie Budi eben. Würde ich stabilisieren. Ganz langsam. Im Verzeigersinn. Und jetzt ruhig sein. Nein. Bitte. Langsam. Fuck. Bitte ruhig sein. Fuck. Bitte ruhig sein. Alter. Ja, jetzt komm ich halt oben nicht mehr ran, ne? Okay. Warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal. Hast du ihn raus? Geht sauber. Okay, warte. Geht super langsam. Super hart. Es muss hier hin. Ja, es muss tatsächlich... Auf unsere Seite. Auf unsere Seite, Andreas. Was ist unsere Seite? Hier steht auf unterschiedlichen Seiten. Nein, nein, auf diese Seite. Scheiße, ey. Ja, wirklich. Und da kann eigentlich nicht... Eigentlich müsste es gehen. Trotzdem muss es wie Johanna machen. Das ist super langsam. Super langsam. Und der Turm darf nicht... Also du darfst nicht auflegen und dann wegziehen. Du musst auflegen und deine Hand mitführen. Ja. Richtig. Also so ist ja eigentlich gar kein Platz mehr auf deiner Seite, oder? Ja, das habt ihr ja selbst zu verantworten. Das ist Wiemons Platz gewesen. Das stimmt schon. Ja, kommt doch keine Ahnung, dass es sich hier noch einen Schritt weiter geht. Shit. Ja. Der Turm... Andreas, fucking Mensch. Verlassen wir das Spielfeld. Entsteht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist ein stark Serien. Hey, jetzt kommt die Hoffnung. Und jetzt gilt es. Neee. Wer ist dran? Nils Bomo. Damit hätte doch niemand mehr gerechnet. Nils Bomo. Jesus. Ich kann nicht mehr meine Nerven. Das ist mir zu viel zu stressig. Kuri hat's gecallt. Guck mal. Ja, wirklich. Ja, chill. Okay. Hier, geh mal von der anderen Seite die Reihe an. Ich hab nichts gegessen schon seit Stunden. Mir ist schon ein bisschen schwindelig. Welcher Tag ist heute? Ich fall früher um als der Turm. Der mittlere sieht ganz gut aus. Soll ich dich mal kicken, oder was? Ja. Das ist der, den wir vorhin schon gesagt haben. Ich hab gemeint, kicken. Ich hab den Chat seit Jahren nicht so schnell gesehen. Der Chat rastet auch einfach komplett aus. Zurecht. Ich glaub, der mittlere. Das ist spannend. Eher den in der Mitte. Vorsichtig hin da, ja. Kann mal einer da gucken? Ganz viele Fs. Nicht, dass dein Handy was gucken. Ach, du Scheiß ist fertig. Das Ding ist, ich krieg den, ich kann den Druck bei einem mittleren nur von hier führen. Bei dem kann ich so ein bisschen hin und her. Und das ist bei dem nicht möglich. Das heißt, du musst dann den äußeren nehmen, den ich ein bisschen vorsichtig justieren kann. Aber da geht's, dann kippt's dann wieder, ne? Der mittlere, den hier nimmst, hat das eigentlich kaum Impact, weil die beiden drüber stehen auf den anderen beiden. Ja, das ist richtig. Das Problem ist, dadurch, dass der Reibung hat, der liegt nicht frei, durch die Reibung wackelt der und der ist oben so instabil, dass das Wackeln ist das Problem. Aber ich glaube, du wirst keinen finden, der nicht wackelt. Nö, ich werde, nee, genau. Deswegen muss ich einen nehmen, wo ich irgendwie was, eine Chance habe. Und vielleicht der hier. Oder vielleicht sogar der da unten. Aber je weiter ich nach unten gehe, desto schwieriger ist das mit der Wackelei. Das Problem ist, selbst wenn ich einen rauskriege, das ist, ihr guckt euch das mal an. Ja, ja, der liegt schon sehr schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt da oben aufkriegen soll. Plötzlich, eben noch haben mich alle bejubelt. Jetzt meckern sie über meine Wahl. Ja, das ist wirklich so. Also, der Eingang. Kann ich auch nix für. Den kann man oben hin. Nee, das erinnert dich an deine Kindheit. Wie könnte das? 1996, Nils Bohmhoff. Elfmeter-Finale. FC Lüneburg. Als ich zweimal verschossen habe, dann meinst du, die geschossen? Bezirkspokal. Ja, richtig. Scheiße. Denk da dran. Also, es kann ja entweder, es geht ja, also ich kann nicht da, wo zwei sind. Das heißt, entweder der, einer von den beiden, oder der, oder hier einer von. Das wäre tatsächlich das, was Andreas gerade gemacht hat. Der wäre machbar, eventuell. Der hier. Aber der liegt da massiv. Der liegt drauf heute noch sehen. Glaube ich. Der hier, Nils, guck mal. Nils. Der liegt hier an der Stelle drauf. Ich berühr mich. Hier hat er ein bisschen Wiggle Room. Siehst du das? An der Ecke, da liegt er drauf und du hast immer noch den Mittelstein. Das heißt, den könntest du eventuell, aber der neigt sich halt in diese Richtung. Deswegen ist der eigentlich nicht so gut. Ja, aber so in deine Richtung. Also, was, das Ding ist, du siehst es, wenn er so ein Gefälle ist, ne? Ja, ja. Und hier sieht mir das so aus, als wenn der... Eher auf dem liegt, als auf dem. Siehst du? Hier ist gar nichts und hier ist ein bisschen Luft. Also, der liegt eher auf dem, als auf dem. Wenn ich den rausziehe, wird er wahrscheinlich in die Richtung kippen. Aber wir haben nicht mehr so viele Optionen. Das ist das Ding. Was mit dem hier? Ja, der ist... Das wäre noch eine Möglichkeit. Also, ich würde sagen, präzise einfach wegtreten. Finde ich gut. Aber ich glaube, es klappt nicht mehr, ehrlich gesagt. Nee, wegtreten ist durch. Nee, das ist schade. Er ist zu wackelig. Jetzt will man einfach das nicht verlieren. Jetzt wäre es absurd. Vorsicht, Nils, wackelt. Mehr Impact. Das wäre jetzt peinlich, das zu kippen. Aber immerhin hat er einen Helm auf. Sieht gut aus dabei. Oder du hast so einen Kö als Fuß. Wum auf. Ich guck mal von der Seite. Wackelt. Da oben ist ein bisschen noch so ein bisschen Skelett. Stream wird gerade vom deutschen Jenga-Meister geradet. Ernsthaft? Nein, ey, die... Ey, die... Aber das ist für uns alle die sechste Stunde. Was denn? Wir blocken. So unrealistisch. Nils, 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 Nils. Oh, oh, es wackelt sehr. Nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Auswackeln lassen auf jeden Fall. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay, Leute, das ist vielleicht unglaublich schwierig. Nimm noch den wirklich von ganz unten. Warum wollt ihr den nicht nehmen? Das sind drei. Das Problem ist, wenn der Turm wackelt, wackelt er so in der Regel. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Wackeln haben willst, wäre so ein Wackeln besser als links, rechts. Links, rechts kippt er dir gleich um. Ich glaub, ich geh mit dem. Ich mein, der liegt da auch auf. Der liegt überall auf. Aber das ist einer der wenigen Dreier noch. Ja. Der wär ne Option, aber der ist eh schon in die Richtung gewuchtet. Also, ich glaub fast, wir müssen mit dem ... Guck dir bitte die drei noch mal an, bevor du dich entscheidest. Die drei. Ich geh die noch mal richtig ... Du siehst die Schräge hier, ne? Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich ihn da rüberkriege, da ist er ein bisschen ... Ja, und statisch ist alles. Aber ich hab das Gefühl, guck mal, hier liegt er auch nicht richtig auf, ne? Ja, aber das spricht ja für einen von den beiden eigentlich. Genau, das Problem ist, den Mittleren kannst du vergessen, weil ich durch das Klopfen, um die Verkeilung zu lösen, muss ich so viel Druck von der Seite ausüben, dass er zu sehr wackelt. Aber der wackelt halt so dann. Das ist besser als in einer seitlichen Wackeln. Ja, aber ich kann nicht ... Guck mal, das Problem darin ist ... Guck mal, hier sind zwei Fünften Querdingen. Ich kann hier, wenn ich zwei Hände hab, kann ich ihn so ein bisschen so gegensätzlich immer raus wackeln. Hier kann ich nur von hier drücken. Aber dann überleg dir den. Ja, den oder ... Den oder den. Ich kurz den den. Ich leg dich eine halbe Stunde hin. Der geht auch, aber da kann ich im Endeffekt sterben. Das ist wirklich geil. Ich kann sterben. Oder ... Ey, ist doch gut. Ist richtig Hammer. Wo war ich gerade? Bei wem war ich denn eigentlich gerade? Bei dem hier, ne? Ja. Das ist schon über 1,80, oder? Der Turm hat schon ... Nee, na, vielleicht. Also, ich bin ja 1,80, also, äh ... Vorsicht. Nicht ganz. Das geht auch eher, das ist, das ist ja unmöglich. Das geht alles von unserer Partyzeit ab, den wir gleich noch haben. Also, wirklich ... Ich nehm alles sofort nach Hause. Wir machen uns nix vor. Du kannst auch ... Super, du siehst die ganze Zeit schon damit, oder? Danke noch mal. Aber ... Ja, ja, ja. Und da wird irgendein Scheiß Staub schon sein. Das ist alles blockiert. Hansa Taxi, danke. Fahr mit. Also, ja, alle Dreier sind ja potenziell geiler. Ja, was ist das mit einem Einsatz von, äh ... Hilfsmitteln? Nee. Nein. Vielleicht so eine Flasche. Ach, nee. Du kannst mich jetzt nicht benutzen, Nils. Ja, ja, ja. Das wär genau geil. Ich hab mich nicht getroffen, an den zu kriegen. Komm, ich kann's drauf. Oben ist es richtig wackelig, so richtig. Also, Hilfsmittel sind nur beim Kick erlaubt. Wenn du dich für den Kick entscheidest, dann dürftest du. Oh, geil. Nein, Mann. Nein, natürlich nicht. Hallo. Nein, natürlich nicht. Ich wusste nicht, dass du es wirklich machen willst. Ja, aber dann wär's ja hammer. Joke-Regeln sind ganz schwierig an der Stelle. Ja, es sei denn, ihr sagt, es ist in Ordner. Ähm ... Nee, ne? Nee, dann ... Jetzt grad nicht bei uns. Jetzt kommen wir noch mal neu. Ja, das hieße von hier, aber Mitte. Aber warum Kicken? Deine Schuhe sind aber nicht so spitzkrieg. Aber warum Kicken? Weil du nur durchs Kicken einmal diese ganz schnelle Force kriegst. Ja. Und, und, du bist im Plan auf dem Boden. Ey, das wird nicht klappen. Im Ernst, guck doch mal die Schuhe. Die Schuhe in Relation zu dem, das wird andere Sachen nicht klappen. Das stimmt. Das Kicken, das passiert. Naja, aber ... Kicken ist keine Lösung. Sorry. Wir waren grad auch kurz davor zu Kicken. Aber das stimmt. Das stimmt. Ich versteh's auch. Ja, naja. Bitte. Okay, Bomhoff. Aber die anderen sollen das machen. Okay, wir sagen dir immer Stopp, wenn's wackelt. Okay? Also Stopp. So, jetzt ist da Gewicht. Du musst aber wirklich dann aufhören. Den musst du nehmen. Oh shit, der kommt gut. Oh no. Den musst du auch nehmen. Wahnsinn. Wahnsinn. Der läuft gut. Sieht super aus. Kein Wagner. Warte am Ende ab. Der geht so smooth. Jaaaa! Aber jetzt muss er natürlich ... Der hat die Scheiße denn da hingelegt. Fusch am Bau hier von Simon Kretschmann. Was? Wer? Bleib mal ruhig. Einfach, was fair ist, mein ich nicht. Mit seinem Namen morgen auf meinem Tisch. Gerne mal neu. Ruhig. Hast du den Tisch hier? Fantastic. Schieben geht und wackelt. Nicht zu viel schieben. Aber nur legen. Oh. 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 Der Turm. Er steht. No fucking way. Alter, das geht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ihn gerade im Routerskick ... Hätte ich Andreas getreten. Einfach noch so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck mal bitte. Nee, in der Mitte. Guck mal bitte. Ja, ja. Du musst ... Das ist die Dreierregel. Du musst hier gucken. Wir halten uns jetzt an den Händen. Nein, nein. Warte mal. Das ist alles nicht mehr normal. Warte mal. Guck mal von mir. Ja, ja. Guck mal von mir. Genau, mach noch nicht. Guck selber mal rum. Nicht lieber den rechten. Ja, der macht, glaub ich, mehr Sinn. Und was kann der hier? Nee, das unten ... Wir haben nur noch den hier. Aber guck's dir von hier einmal an. Ja, das gibt's nur noch den. Ich hab nicht gedacht, dass du so was kriegst. Aber guck's von mir an. Ich will das von hier ... Ja, guck's mal von Andreas. Er hört dir nicht zu. Er hört dir nicht zu. Ja, er war zusammen im Tunnel. Ich seh's. Ja. Und das ist gut so. Mhm. Okay, ihr müsst jetzt ... Einmal ... Bitte bleibt doch mal stehen. Okay. Mach doch mal auf was, ey. Und Valentin, kannst du auch auf die andere Seite gehen? Ja, klar. Wird der Bauleiter jetzt hier für den Einsturz saugen? Nee, wir müssen jetzt einmal nur ... Also wir machen's so wie eben, ja? Mhm. Der darf halt nur nicht wackeln, das ist alles. Okay. Also bei Wackeln sagen wir wieder Stopp. Und er darf nicht fallen auch. Wackelt nicht. Jetzt hat er sich gedreht. Ja. Jetzt hat sich die gesamte Statik verändert. Ja, vielleicht lässt du noch mal ganz los. Nur um zu gucken ... Nee, warum soll ich den jetzt ganz loslegen? Okay, ja gut. Das war ne ernsthafte Frage. Mittelfogel ist kein Ding, keine Option? Wackelt wie ... Warte mal, warte mal, warte mal. Er wackelt jetzt schon. Noch hast du ihn gar nicht bewegt. Das ist das Ende. Noch hast du ihn nicht bewegt, das stimmt. Warte mal, nehmen wir wirklich den? Ja. Aber er ist ja schon verschoben, der Turm jetzt, oder? Also wirklich? Ja, Nils hat völlig recht. Aber der ist ganz locker. Ja, wir müssen den noch nehmen. Der ist gut. Nur ... Aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo antippst und der ganze Turm würde sich dadurch verschieben ... Also es ist keine Option, irgendwas mit Tippen zu machen oder irgendwas mit ruckartigen Bewegungen. Das ist keine Option mehr. Glaub ich. Es geht nur noch ... Es geht nur noch den richtigen Winkelspin, um es dann rauszuheben. Das ist das Einzige. Der richtige Winkel. Und das kann eigentlich nur hier oben sein, weil hier oben ist einfach wenig Fläche. Der schwebt wirklich auf. Der schwebt ... Mach wirklich ganz in Ruhe. Das hier ist unser Problem. Okay, jetzt musst du ihn aber ... Wartet mal. Jetzt musst du ihn aber. Bitte ruhig. Die dürfen sie nicht nehmen, das ist gut. Warte doch mal. Warte kurz, warte kurz. Warte kurz. Keine Ecke. Warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Nicht so schnell, genau. Warte, 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 warte. Nicht so schnell. Das ist genau ein bisschen drin. Ruhig noch langsamer, wenn geht Ganz ruhig Ich halte das nervlich nicht Nicht zu schnell Warte noch mal Fuck, ist doch nicht zu fassen So, jetzt erstmal in Ruhe Gedanken machen Ich würde sagen, die rechte Seite ist besser Aber vielleicht ist Mitte auch Ja, Mitte, es muss Mitte sein Ja, natürlich Weil was soll ich jetzt Risiken eingehen Das Risiko haben Sie gleich wieder einen Stein zu finden Ja, du hast schon recht Bitte guckt jetzt, es muss einfach jetzt perfekt liegen Ja Also, Walle, wie weit muss ich? Noch weiter vor Zu mir? Nee, weiter nach Ein bisschen weiter vor, genau Ja, noch ein bisschen Ja, so würde ich sagen Noch ein bisschen weiter nach Ja, genau Glaube ich nicht, weil er kippt Auf der Seite guckt ja keiner Warte mal, die rechte Deine rechte Hand ein bisschen noch zu Johanna Ja, so Ja, so genau Und noch ein bisschen nach da? Nee, nee, das passt so Das passt so Das passt so Verlasst das Spielfeld und der Turm steht Ja Ich kann das alles nicht mehr glauben Was ein magisches Momentum ist denn hier am heutigen Abend Das ist super Unfassbares Hexenberg Und der ist berühmt und bewegt Der ist berühmt und bewegt Der, der, der Ede, ne Ein Ede wartet nicht lange Ein Ede greift sich das Wackelt Ein Ede will nach Hause Sag's mir wenn immer, wenn wackelt Ein Ede sieht die Lücken Ja, okay Vorsichtig Langsam, langsam Ganz langsam Lass dir Zeit Lass ihn auswackeln Ja, aber das ist schon richtig Ja, ja Aber wirklich ganz langsam Ganz vorsichtig Ich mach noch nicht mal was in der Wackeln Ja, ja, alles gut Pause, Pause Immer Pause machen Da rechts Gibt sich nix Ja Warten Halt Ja Super Lass ihn auspendeln Hier klemmts Machst du ganz Millimeter für Millimeter Immer so hin und her Zack, 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 zack Ganz langsam Vorsicht Ah, nicht so Nee, mehr so In der Bewegung In der Einrichtung drücken Vorsicht, du stößt jetzt gegen den anderen an Vorsicht, Pause Pause Ich kann jetzt nicht loslassen Nein, nein, nein Halt ihn fest Jetzt warten Ja, ja, sehr gut Jetzt hast du es Langsam Jawoll Warte, warte Warte, warte, warte Ist das denn die Möglichkeit Alter, wie will Das hat nichts mehr mit Physik zu tun Was hier drin Nur noch ein Wunder Ich würde sagen Hier auf Lounge-Seite Nett Auf der Seite Würde ich sagen Ganz nah ran, ne Wenn es geht Was nicht Wieder zurück Steck ihn unten wieder rein Oh Gott Ganz ruhig Ganz ruhig Ganz ruhig Schieb den doch rüber Ganz ruhig Ach du Scheiße Ey, der wackelt Ja, ganz ruhig Der wackelt eher in die andere Richtung Der kommt mir entgegen Ne, ne, ne Der geht eher weg von dir Lass ihn auswackeln Damit sollen sich die anderen Da hast du das Spielfeld Hammer Und der Turm Ersteht Ich kann das langsam nicht mehr glauben Was hier los ist Lächerlich Der Turm steht Ich dachte vor acht Runden Hallo, ich bin der Typ Der diesen Turm zum Umpallen bringt Und dann habe ich es geschafft Das ist nicht passiert Und jetzt bin ich wieder dran Das ist unfassbar Erinnert euch noch Ich kann auch dieses Hoch und Tief nicht mehr Ich kann es nicht mehr Mich freuen, dass ich nicht mehr drankomme Und dann doch wieder so kurz Das scheiß Ding, um anzufassen Ohne Scheiß, Respekt What should I do? Nun Zeit für den Kick Ne, der Kick ist vorbei Ist Zeit für Kick ist vorbei Das Zeitfenster ist jetzt geschlossen Das ist Zeitfenster Das öffnet sich wieder Hat sich geschlossen In 20 Minuten kommt das wieder Also Ja gut Erinnert ihr euch noch an die Joker? Das war noch Zeit Ja Die werden jetzt ganz gut Wie geil Stimmt Alter Was haben wir nicht rausgeholt Nämmer Jokers Hier Joker, da Ey, ähm Ey, ab welcher Reihe dürfen wir wieder Die Die muss voll erstmal Okay, also dritte Reihe ist noch genutzt Ja, noch close Und vor allem Das miese ist, in der nächsten Runde Hat Lydia dann Drei Linke übereinander, ne? Inzwischen Ja, was heißt das? Weiß ich auch nicht Aber Dann habe ich richtig gemerkt Du siehst Hey, was meinst du? Und du merkst richtig Oder was? Somit? Oder meinst du, weil ich hier noch drei? Ich glaube, dass ich sagen Dass du ihn dadurch auch wieder Stabilisieren, ne? Nur du musst es ja irgendwann rauskriegen Guck, ist das zum Beispiel ein Linker oder was? Ja Ja, aber das geht ja nicht gehen Also die, die einfach Ich weiß nicht, ob die physikalisch funktionieren Aber die funktionieren könnten Wäre irgendwas in der Dreireihe natürlich Oder hier die Äußeren Die sind ja dran Ich sehe die Äußeren Weil es ist nicht eben so ein bisschen nach da gekippt Wie gedacht Hier wieder Jenga Ja Es ist zu Eddie Es ist Eddie entgegengekommen Korrekt Dann wäre es aber eher Es ist nur was zu essen gehen Warte mal, was heißt denn das? Der ist ja eher schlauer, dass du einnimmst Der nicht Dann müsstest du eigentlich einen von dieser Seite einnehmen Ja, da gibt es ja bestellen Da gibt es nur noch zwei Stellen, Walle Das ist einmal hier in dieser Reihe Oder in dieser Reihe Aber es ist halt super tief Und jede minimalste Bewegung Wirkt sich so krass auf den ganzen Turm aus Und der kippt ja auch Ja, ja, ja Es gibt nur noch zwei Habt ihr nochmal über den Kick gesprochen? Ja Ja, aber der ist halt Game over Das wird so nicht funktionieren Also Können wir machen Aber Wieso haben wir nicht einfach nur Jenga gespielt? Aber Kicken ist einfach verlieren Verlieren mit Style, ja Das stimmt tatsächlich Das Finale kommt als Extra-Video Wahrscheinlich nochmal hoch Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum wir nicht den Dreier nehmen Habe ich auch schon im Auge gehabt Als ich den hätte ich genommen Ja, aber das heißt Wenn ich die Lücke gesehen hätte bei dem einen Ne, kein Also der Dreier sind doch immer die sichersten Aber das ist so ein tragender Motherfucker gerade Ich glaube halt, dass der Da liegt alles komplett auf Ja, ich glaube auch Das kann nicht sein Also Statisch unmöglich Also, Walle Du kannst tatsächlich hier an dem Ja, klar, natürlich Da kannst du hier ein bisschen durchschauen An dem, ja? Ja, nur an der Seite Da nicht Ah, ja, okay Ich glaube auch nicht, dass man das dann Also Siehst du, du könntest den hier wahrscheinlich zu dir ziehen Ey, was ist denn hier mit dem? Guck dir den mal an Ja, das ist genau das gleiche mit dir Also Naja, aber du hast vielleicht Also, warte mal, wo musst du den draufpacken? Dann musst du ihn auch rechts auch draufpacken Das heißt, was immer auch da draufkommt Nicht, also den oder den Da sind wir jetzt Wir sind jetzt bei der Dreier Ja, glaube ich auch Aber der mittlere Wenn der zu fest ist Dann habe ich halt verkackt Genau Ich glaube, ich brauche so einen Den ich auch so rauswegele Du kannst in der Mitte, wirst du es nicht Also, wenn er nicht ganz locker ist, wirst du es auf keinen Fall in der Mitte schaffen Eben Weil der ist irgendwo verkeilt Und die minimalste Bewegung lässt den ganzen Turm einspürzen Das heißt, du kannst dich nur auf den Auf die äußeren Reihen Du musst ja auch mal durchatmen Weißt du? Das wird nur außen gehen Ja So oder so haben wir angefangen Ja Folg dich Guck mal Der schwebt ein bisschen Der hier Ja, ich sehe es auch Aber ganz leicht auch Ganz leicht Das heißt, hier wird Andreas Helm, bitte Aber ich be Aber das Schöne ist Dass diese Reihe Helm oder Heim Da auf jeden Fall derbe auffliegt Das heißt, du könntest Ich weiß nicht, ob es klappt Aber Ich habe halt Schiss, dass der Turm nach hier fällt Also nicht Schiss vor mir Sondern das Problem ist Wenn ich diesen Stein nehme Dass es dann auf jeden Fall nach hier geht Es ist halt auch super tief Ja, das stimmt natürlich Es ist einfach super tief Dann gebt doch einfach auf, wenn ihr keinen mehr Ich hoffe, ich mach den An dieser Stelle vielen Dank Den willst du sagen Über 20.000 live Zuschauer An welchen willst du sich das anschauen Den meintest du, Johannes Nee, warte mal, welchen Guck dir den nochmal an Ich meinte den Guck dir den nochmal an Den Ja Meinst du nicht, der geht vielleicht Ja, ich bin auch jetzt bei euch tatsächlich Also Wir müssen ja Kicken oder was Ich muss uns doch nochmal über den Kick sprechen Ja, über die Behörigkeit Also ich favorisiere gerade den Ey, da kannst du mal den anwollen Den da Mit dem weißen dran Guck mal von hier aus Ja, da kannst du Ein bisschen Luft Ja, da kannst du Ein bisschen Luft Leicht Ja, eben War kein Wannes wie Scheiße Es ist nahezu Also, lass dir mal merken Den Den mit dem weißen Schmauer da dran Genau, du musst dich an das legen Walle Du willst entweder den Oder Oder ich hatte gerade noch Hä? Der hier war es Ja, der war es, genau Achso, ja, nee Nee, aber das ist immer zu risky Ich glaube, das Wichtige ist Entscheidlich verhalten Das ist machbar Das ist machbar Warte mal, warte mal kurz Wir hatten noch eben über Die Reihereihe war es, ne? Die Reihereihe Das ist ja die Reihereihe Meinst du den auf der anderen Seite? Irgendeinen, wo ich gesagt habe Da liegt der auf einer Seite Ja, genau, das war der Das war der Ey, aber Krogi, du hast bis jetzt Immer das Bessere Ja, weil ich Ja, weil ich mega hingucke Aber ich kann es einfach nicht sehen Also ich kann noch nicht durchgucken Ich bin eine Frau, ich habe davon keine Ahnung Also ich kann halt Ich weiß, was man sehr jetzt meint Ich kann hier wirklich ein bisschen durchgucken Genau Jetzt muss was passieren Ich denke halt, dass links so viele fehlen Aber das ist wahrscheinlich auch Ja, so einen hattest du eben geschafft, Walle Das stimmt Und scheiße Komm Andreas Warte, warte, warte Lass uns einmal kurz Wir haben nur zwei Möglichkeiten Und lass uns einmal noch kurz Von einer halben Stunde Von einer halben Stunde haben wir kurz drüber nachgedacht Das ist wirklich Aber das würde dann wieder Ja Ich glaube, der ist schon 1,90 Ich kann danach nicht mehr Okay, da liegt Ja Wirklich nur zwei Zentimeter drauf Also durchgängig ist er dort frei Liegt nur da Durchgängig würdest du sagen Weil von dieser Seite sehe ich trotzdem nichts Ach hier Ihr könnt ihn nicht rausdiskutieren Okay Ich würde es nochmal zwei Stunden weiter versuchen Mara, rede du noch ein bisschen Ja gut, ey, wir haben auch viel Zeit gehört Nee, wir waren sehr schnell Wir waren immer zehnmal schneller als sie Muss man schon sagen Eigentlich bräuchten wir so eine Schachuhr Hätten wir Ja, haben wir den Ja, haben wir den jetzt Ja, haben wir den jetzt Go, Walle Okay, lass uns wieder aufstellen, ja Für Wackelung Lass uns versuchen Okay Andreas passt aber auf Das ist er jetzt Also er bewegt sich So was von null Am Anfang bewegt er sich null Immer null Okay Ich muss ja erst mal aufgewecken Aber boah, wackelst da oben Ja Du hast schon siebenmal Storys gelöscht Weil du dachtest, das ist ein sehr entscheidender Moment Okay, du hast es noch nicht verlegt, ne Walle, du hast es durch das Snowmo Dann komm noch einmal auf diese Seite Und probier jetzt noch einmal Den zu dir zu ziehen Ich habe schon mehr Kraft aufgewandt Als in der Vergangenheit Aber wir müssen Johanna, du musst oben jetzt gucken Also du musst jetzt unten Bei deinem Stein sein Wir gucken auf den Turm oben Walle Ja Nur ganz kurz Ist nicht jetzt bis gemeint Aber wenn du merkst, er kippt um Ja Vielleicht nicht so nach oben instinktiv gucken Dass sie dir nicht ins Gesicht knallen Das ist wirklich ein nicer Tipp Ja Dankeschön Ich habe keine Angst Vielleicht darfst du es sogar Den zu ziehen Und den Der Turm oben Ja Das verstehe ich Du hast nur die Chance Du hast nur die Chance Du den rausdrückst Was der da erstmal stabil Weißt du? Wir müssen ein größeres Studio umziehen Ja Irgendwann Das funktioniert nicht Ich würde vielleicht eher nochmal Ja, vor mir den auch nochmal Echt? Ja, lasst euch Zeit Ja, also der kippt Aber das ist die Basis Wir müssen jetzt ran Das klingt nix Ja, warte, 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 das haben wir eben auch gesagt Es ist ja gleich vorbei Ey, jetzt gedulde dich Aber wenn du den ziehst Der fällt wirklich dann auf dich Du musst dich dann verschwinden Ja, meine Güte, die zu Könnt ihr mich mal bei dem Stein jetzt Der ganze Turm kippt ja schon jetzt Das ist das Tragen Der wäre nämlich echt ein bisschen Ich weiß aber, verstehe halt nicht Warum der so leicht ist Ich habe ihn direkt Ja, okay, dann Ja, aber das heißt ja nix Gutes Doch, wenn der leicht ist, heißt es immer was Gutes Ja, dann kann da nicht viel Gewicht drauf liegen Also ich habe zum ersten Mal Irgendwo mitgespült Ja, okay Okay, dann guckt ihr bitte auf den Turm Ja, Turm ist im Blick Ja, der wird schön rausgewiggelt Ganz langsam Ganz in Ruhe Oh, warte, 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 warte Also ganz Kurz warten, ne, kurz warten nur Das ist unser Stein Und kann sein, dass wenn es warten heißt Dass du dann nicht die Hände wegnimmst Ja, also sonst geh in die Knie Und such dir eine entspannte Position Verharren, das wird jetzt dauern Du guckst an den Chat draußen So lange kann ich aber nicht knien Ich muss mich machen Hat jemand ein Kissen? Ihr guckt oben, ne? Ganz ruhig Nicht schneller werden Warten, verharren Warten, noch verharren Okay Aber auch nur Fass Also jetzt nicht Du machst das super alle Ja, du musst rumgucken Boah, jetzt geht's los hier Geil, Budi, nice Bisschen zum Zücken gebracht Nichts passiert Das ist mega Das ist super Das ist ganz super Das kann jetzt schon passieren Was alle gesagt haben Dass der Turm In dem Moment durch den Stern in der Hand hat Nicht reden Auf mich Fürs Ende Wenn du da fast am Ende bist Sag ich dir Bescheid Dann hältst du den Versuchst du den noch zu stützen Weißt du Und dann ganz langsam wegzuziehen Verharren Genau Okay Das sieht tatsächlich ziemlich gut aus Kannst du mit einem rausziehen Ne Ne, doch nicht Haltet bitte den Turm Im Auge So richtig Alle macht's mega Ganz ruhig Warte, warte Waren Okay Ich find's gar nicht so spannend Rüber, warte Habt ihr einen Klo? Ja Jetzt gleich kommt der entscheidende Auszieher Nochmal kurz Pause, mach Pause Der muss sich kurz beruhigen So Jetzt versuchst du nochmal Ne, 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 ne Warte mal noch Ja Hör auf Andreas, den Turm Blick Ich guck nur auf deine Dein Steinmovement Mhm Das ist beeindruckend Okay Die auch zusammenspielen Äh, okay heißt es ja weitermachen Ja, warten, warten, warten Aufhören, aufhören, aufhören Aufhören, aufhören, aufhören Scheiße Ich dran denken Jetzt weiter Okay Dann atmen wir mal durch Ja, wirklich Atmen wir mal durch Geben in den Knie Genau, cool Super Chill mal Leg dich kurz hin Okay Alles klar Ja, machen wir kurz Werbung Und dann Das schaffst du Ihr habt den Turm, ne? Mhm Gut Turm steht Danke, Johanna Sehr gut Sehr, sehr gut Sehr gut Jetzt ganz langsam, Walle Vielleicht wird nämlich so ein kleiner Flop passieren Ja Kurz stoppen, kurz stoppen Der Flop könnte Den kannst du schaffen, glaube ich Okay, weiter Stopp, 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 stopp Wenn der halt einen Druck kriegt, dann kippt der Turm. Shit. Da muss ich erst die neue Statik befüllen. So, ich stütze ihn schon jetzt. Scheiß, Alter. Ich kann so lange nicht stützen. Ja, guck nicht nach oben gleich, denk dran. Mach's einfach. Super, super langsam. Versuch's. Und jetzt, ganz langsam. Ich stütze noch. Ja, super, super. Ich stütze jetzt immer weniger. Super, super. Warte. Warte, warte. Äh, jetzt, das ist ganz schlecht, der Punkt. Halt durch, halt, beißen. Okay, 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 okay. Langsam, langsam. Er ist raus, glaub ich. Er ist schon länger raus. Ja, ziehen zu dir, ziehen zu dir. Atmen, 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 atmen. Was zur Hölle? Das ist der Stein meines Lebens. Warte, warte, nicht, jetzt, genau. Alter, nein. Nee, lass langsam um. Ich kann das nicht noch mal aushalten. Ey, du hast hier noch eine Möglichkeit, die du legen kannst. Ja. Aber genau, gerne ein bisschen auch, dass er überschaut, weil wir sind so. Ja, ey, wir haben so schlechtes Aus. Er muss so wie der andere so die Nase so ein bisschen da rausstrecken. Genau. Und denk wieder dran, es darf kein Momentum geben, ja? Also dann wieder ein bisschen stützen. Machst du's gut. Kann man ja gar nicht mehr drei anlegen, ne? Machst du's gut. Und nicht zu früh weglassen. Genau. Okay, ganz lang. Langsam zurückgehen. Verlässt das Spielfeld und gut gemacht. Der Turm steht. Puh. Ralle. Danke. Super. Du bist frei, ne? Der in der Mitte ist frei. Der in der Mitte ist frei, ja. Aber unrichtig fucking fassbar. Ganz sachte ran. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Der mit beiden, das kann nicht sein. Kannst ihn auch direkt vielleicht auch mit einer ziehen. Aber lass dir ganz, ganz viel Zeit. Ich weiß, bitte helfen mir wegen Wackeln, ne? Weil ich seh nur diese eine Seite. Ja. Lass dir einfach. Und der muss, Alter, wie der jetzt schon. Gibt's nicht. Der macht's. Wirklich best of three, oder wie der weiß? Und denk dran. Lass ihn auswackeln, wenn du merkst, ne? Muss kurz lachen, innerlich. Ja, lass ruhig sein. Oh, scheiße, das ist einfach. Das ist frech. Ja. Aber lustig auch. Zieh mal einen Helm auf. Was soll ich denn? Kiss mich. Ganz vorsichtig. Was wackelt? Ruhig. Ganz ruhig. Ey. Alter Falter. Ich hab wirklich nur die Finger dran. Also. Was geht ab mit dir, Valentin? Ich hab nur ganz kurz berührt. Der liegt eigentlich frei. Ja, aber es sieht auch gut aus, ne? Du musst auf den einen in der Mitte. Vielleicht kannst du den Millimeter anheben, bevor du ihn schiebst. Hatte ich gerade vor. Hatte ich gerade vor. Du hast nach oben richtig Luft. Ja, aber er liegt hier halt an, verstehst du? Ja. Und, ähm. Aber nach hinten, also bei dem gegenüber hat er einen Millimeter. Also der ist eigentlich frei. Krass. Hast du das gesehen, wie der jetzt schon wackelt? Es geht. Wenn du ihn einen Millimeter anheben könntest. Versuch mal in die andere Richtung. Ja, gucken, ob's. Vielleicht ist da irgendwie leichter. Gut. Ja, Mann. Einfach ganz vorsichtig. Ganz langsam. Bisschen wackeln ist okay. Super. Ja, ja, ja. Genau so. Vorsicht. Jetzt pass auf, dass du ihn nicht fallen lässt, vorne an der Spitze. Geh am besten auf die andere, deine linke Seite. Halt ihn so hoch. Der darf auf keinen Fall, und nimm ihn lieber mit beiden Händen ziehen. Lieber vielleicht mit beiden Händen. So, dass du ihn gut stützen kannst. Das ist nicht verdient. Lass ihn auswackeln. Ja, läuft. Gut, gut, läuft. Budi nimmt beide Hände. Ja, Achtung. Nix machen, Moment. Insane. Noch steht er, aber der Pflok muss noch oben drauf. Einfach in die Mitte. Budi, wir sind ja alle nicht böse, wenn der jetzt umfällt. Wirklich, das ist kein Problem. Auf jeden Fall in die Mitte. Hör nicht auf sie. Spricht das Wort des Teufels. Ist leicht in diese Richtung, ne? Leicht Richtung Kamera. Also, du kannst ja den Klotz ja ausnutzen, den die uns gegeben haben. Wir haben sich ja entschlossen, den ganz weit nach links. Du kannst doch ein Stück weiter nach links. Oh, ist gut. Lassen uns. Ja, dann kriegen wir den dritten. Lassen. Warte, warte, warte. Ja. Verlass das Spielfeld und der Turm. Oh, ihr Alter. Perfekt. Hammer. Stark. Keine Ahnung, was ich gleich noch machen soll. Ich weiß es nicht. Außerirdisch. Ohne Scheiß. Unfassbar heftig. Unfassbar. Das ist ja lächerlich, Alter. Das ist wirklich lächerlich. Aber gar kein, was passiert. Was hier passiert ist lächerlich. Unfassbar heftig, Alter. Unfassbar heftig. Hat den Weltrekord mal jemand nachgeschaut? Johanna, bist du ja dran? Ja, das ist bereits der Weltrekord. Okay, Johanna ist am Start. Ich kicke halt. Johanna ist am Start. Okay, Johanna, es ist ja immer neu. Das Spiel ist ja immer von vorn. Ja. Schaut es euch noch mal an jetzt. Aber es ist, aber es gibt keine Option mehr. Alter, what the fuck, ey. Das ist eine wirklich krasse Scheiße. Aber es ist einfach. Nee, wir lassen es. Der Einzige, den ich sehe, wäre da, ne? Da liegen die. Also eigentlich kannst du nur da. Die beiden eigentlich. Du kannst nur die beiden probieren. Krass. Und von den beiden kannst du nur. Einfach heftig, was hier passiert. Lächert ja nicht jetzt mal mehr aus. Check mal den ab. Welcher rät der noch da? Nee, nee. Nein, nein. Es kann sein, dass der wirklich geht. Aber es ist der Einzige, der geht. Es gibt keinen anderen. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Oh, Scheiße. Jetzt filmt Eddie nicht mehr. Ich glaube es nicht. Der war relativ locker gerade. Ja, genau. Du musst jetzt aber mit uns zusammenspielen. Also das heißt, wir müssen alle... Ich habe nichts anderes vor. Ugi, du musst mir vertrauen. Ich will. Okay, okay, okay. Das heißt, Valle, check du mal bitte, wie er so kippt, ja? Und du checkst... Das ist doch jetzt schon. Nein, das kann man schaffen. Das Valle hat es ja auch super gemacht gerade und keiner hat gedacht, dass es klappt. Ja, das kann man schon noch schaffen. Einfach super, super langsam. Genau. Nee, der untere. Nein, der da. Und Andreas hat ja super oft bei mir Stopp gesagt. Nur, du wirst halt sehr lange in dieser Position bleiben müssen. Ja, okay. Genau, genau. Du brauchst eine gemütliche Position. Ich war nie gemütlicher unterwegs als heute. Und wenn du es schaffst... Fast nur noch... Also, Johanna, folgendes. Oder hier unten. Du weißt, was... Da unten ist alles auf jeden Fall relativ stabil. Dieser Block hier, ja? Ja, aber... Von Anfang an schon? Wir machen es ja was Step by Step. Das ist absolut unentschließend, dass hier verlangt wird. Step by Step, ja. Ist das so eine bequeme Position? Klar. Okay. Was soll ich machen? Okay, achtet drauf. Ihr müsst oben gucken jetzt, ja? Alle? Guckst du oben? Ja. Okay. Er movt jetzt schon krass. Ja, ne. Stopp. Stopp, stopp. Oh. Ich hab mich noch nicht mal angefasst, wenn der oben ist so. Nee, du hast ihn wirklich schon bewegt. Und er hat sich schon easy bewegt, tatsächlich. Okay, das ist ein guter Hinweis. Also, er hat sich wirklich easy bewegt. Das heißt, es ist nicht lost, das Ganze. Aber die Bewegung nach oben ist halt super heftig. Mach ganz in Ruhe. Genau. Also, ruckartig ist nix mehr hier. Versuch diese Rauskippelbewegung, weißt du? Genau. Genau. Weil gleich, wenn du eindruckst, schaffst du Stopp. Und dann am besten, Johanna, wenn Stopp ist, dann nicht loslassen am besten. Ich will nicht klugscheißern, aber... Verhaaren. Verhaaren, genau. Deswegen dachte ich bequeme Position. Ja. Bist du so bequem sonst? Nee, also, du hast ja gemerkt. Du hast es gleich. Du hast nur einen Zentimeter, den du schaffen musst, dann ist der frei. Nur wenn du dann loslässt, kippt halt alles. Ihr habt ja den schon. Genau. Kann nicht, der ist rechts hier, ist ja zu fest. Ja, okay. Dann versuch mal... Vorsicht da oben, weil du musst mal umgucken, ne? Ja. Noch geht's. Kick den nicht hoch. Mhm. Stopp. Warte mal kurz. Was du probieren kannst ist, aber es wird wahrscheinlich auch schwer sein, die rechte... Vorsicht. Stopp, 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 stopp. Nicht andenken. Hörst du die rechte Seite? Vorsicht, du hast gar nicht so bewegen. Er bewegt sich. 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 Dann versuch die Linke zu dir zu ziehen. Aber dann kann ich nicht mehr dieses Hochheb-Ding machen. Nee, okay, scheiß drauf. Das ist vorbei. Ich kann... Er bewegt sich gar nicht. Doch. Stopp. Vorsicht. Gar nicht ist schlecht. Stopp. Und jetzt warst du ein guter... Das war ein sehr wichtiger. Geil. Achtet bitte oben auf dem Tuch. Ja, ja, machen wir. Nein, er fällt, er fällt. Nein, was? Nein, alles gut. Nee, 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 nee. Er fällt gar nichts. Nee, der fällt wirklich gar nichts. Du musst wirklich super bequem sein jetzt. So, das... Stopp. Langsamer noch. Ich habe das Gefühl, ich halte den gerade fest. Das ist richtig. Das könnte sein. Stopp. Aber das war sehr gut. Wenn du... Hörst auf die anderen, wenn es weitergeht. Stopp. Alles gut. Alles gut. Das war nicht deine Schuld. Das heißt, die Sieger des siebten Geburtstags sind die Beans. Aber das habt ihr toll gemacht. Liebe Leute, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mit am Start wart. Wo soll ich am besten hin? Wo ist die Kamera? Da hinten wahrscheinlich. Nein, also vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr sagt, Mensch, weitere sieben Jahre Rocket Beans TV, da sage ich gar nichts dagegen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Sieger, die Beans, vielen Dank für mein Monatsgehalt. Danke an euch. Like da lassen, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Geburtstag spätestens wieder. Ciao. Dankeschön. Danke euch da draußen. Ihr seid die Besten. Danke euch da draußen. Danke euch da draußen. Danke euch da draußen. Danke euch da draußen.